Konrad Ferdinand Mayer, Der Heilige Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Erstes Kapitel Langsam fallend deckte der Schnee das blache Feld und die Dächer vereinzelter Höfe rechts und links von der Heerstraße, die aus den warmen Heilbädern an der Limmat nach der Reichsstadt Zürich führt. Dichter und dichter schwebten die Flocken, als wollten sie das bleiche Morgenlicht auslöschen und die Welt stille machen, Weg und Steg verhüllend und das Wenige, was sich darauf bewegte. Jetzt erscholl auf dem Holzboden der bedachten Brücke, welche sich unfair der Stadt über den Sildstrom legt, der dumpfe Hufschlag eines Pferdes, und unter dem Sparrenwerk der Finstern, den Stadtmauern zugewendeten Öffnung, erschien ein einsamer Reiter. Seine feste Gestalt war so warm in seinen grobwollenen Mantel gewickelt, und er hatte sich dessen Kapuze derart über den Kopf gezogen, dass von seiner Person kaum mehr als ein breiter, grauer Bart zum Vorschein kam. Hart hinter dem starken Gaul von heimischer Rasse trabte mit beschneitem Rücken und melancholisch gesenkter Schweiffahne ein großer Pudel. Der polternde Widerhall des Hufes in der Holzwölbung weckte die drei Reisegefährten aus dem Halbschlummer, den Frost und Schnee über sie gebracht hatten, und stellte ihnen Tor und Herberge in nahe Aussicht. Ersteres wurde in raschem Trötte erreicht, unter dem niedrigen Torbogen warf der Reiter seine Kapuze zurück, schüttelte die Flocken vom Mantel, rückte sich die Pelzmütze aus der energischen Stirn und ritt in guter, trotz der Last seiner Jahre kriegerischer Haltung durch den Rennweg, die erste, am Fuße der kaiserlichen Pfalz, sich hinziehende Straße. Es war der drittletzte Tag des Jahres der Gnade, 1191, denn der Reisende hatte die Gewohnheit, Zürich zwischen Weihnachten und Jahresende heimzusuchen. Rechts, wo der Bäcker seine frischen Leibe ausgab, links, wo unter dem rußigen Vordach der Rollenschmiede der Amboss erdröhnte und die Funken sprühten, ward der Reiter auch heute, wie jederzeit bei seinem Einzug in Zürich, mit schallendem Zuruf als Hans der Armbruster, Hans der Engeländer, bewillkommt. Die alemannischen Laute aber, in welchen er Gruß und Rede zurückgab, schlugen so rund und frank aus seinem Munde, dass sein zweiter Zunahme kaum auf eine ferne Heimat zurückführte, sondern auf befriedigte Reiselust und kecke Wanderfahrt. Auch gab der Reisende dem Herbergsvater zum Löwen, der bei ertönendem Hufschlag neugierig unter die Tür getreten war und den Vorüberreitenden erkennend, sich von demselben mit bezogener Kappe Auskunft über das Verhalten des heurigen Schaffhausers im Keller erbat, so sachkundige und dem Beteiligten verratende Antwort, das unschwer zu erkennen war, wo Hans dem Engeländer heute sein Weizen blühe und sein Wein reife. Bis hierher geschah alles, wie Hans der Armbruster die Stadt der Fürstin Ebtissin seit Jahrzehnten kannte. Eines aber befremdete ihn an diesem Tag, der kein Festtag war, und allgemach begann er sich darüber zu wundern. Von Frauen verkehrten sonst in dieser strengen Jahreszeit und frühen Stunde nur wenige vor dem Hause, heute aber überschritten sie eilfertig und geschmückt alle Schwellen, und als Meister Hans durch steil abfallende Gästleien der Mitte der Stadt und den rasch dahinschießenden Wassern der Limmat sich zuwandte, als er über die untere Brücke und am Rathause vorüberritt, sah er es wie Ameisenzüge an beiden Flussufern aufwärts laufen. Häuflein folgte dem Häuflein, Frauen jeglichen Standes, hochmütige Edelweiber mit kostbaren Messbüchern in der Hand, ehrbare Töchter des Handwerks, züchtige Klosterfrauen, hübsche Dirnen von leichtem Wandel, eilten neben den runzligen, hustenden Großmüttern, die das Oberkleid im Schneegestöber über die armen grauen Häupter gezogen hatten. Alles strömte seewärts, wo am Ausflusse der Limmat wie zwei behelmte die Münster stehen. Doch was bedeutete das? Nur eines derselben, das Münster unserer lieben Frau, ließ mit fliegenden Glocken seine dringende Einladung erschallen, das gegenüberliegende große Münster aber verharrte in einem missbilligenden Schweigen. Nachdenklich ritt der Armbruster, dem allgemeinen Zuge folgend, unter den Schwibbögen längs der Limmat hinauf zu der berühmten Herberge zu den Raben St. Mainratz, wo er alljährlich abzusteigen pflegte. Jetzt aber, unten am Hügel, wo Weiland St. Felix und Regula geblutet haben, hielt er seinen Braunen an. Er hatte einen Blick in die steile Kirchgasse geworfen, die hier vom Großmünster herabführend ausmündet. Es bewegte sich darin, ihm entgegenschreitend und sorgsam die besten Stellen im schmelzenden Schnee aussuchend, die feine, ehrwürdige, in Marderpelz gehüllte Gestalt eines Chorherrn. Das unter dem schwarzen Barrett blaß erscheinende Antlitz heftete sich mit schmerzlichem Ausdruck auf die genäßten Schuhe. So wurde er des Armbrusters nicht gleich gewahr, der sich rüstig vom Pferde geschwungen hatte, um den alten Herrn in bescheidener Stellung und trotz des immer noch dauernden Gestöbers mit dem blösten Haupte zu erwarten. »Gottes und seiner Mutter Gnade zum Gruß, ehrwürdiger Herr«, sagte Hans der Engeländer, als der Greis neben ihm stand. Leicht überrascht heftete dieser das kluge Auge auf den grüßenden und ein plötzlicher Gedanke leuchtete über seine durchsichtigen Züge, ein Gedanke offenbar erfreulicher Art, den er aber listig für sich behielt. So sprach ihn denn der Armbruster zuerst und folgendermaßen an, gestattet, dass ich mich bei euch erkundige, ob ich den edlen Herrn Kuno, euren würdigen Bruder, im Stifte finden werde. Er schuldet mir eine Kleinigkeit für hergestellte Armbruste, ferner den Kaufpreis eines nach englischer Manier gebauten Stückes, das vor drei Jahren bestellt und geliefert wurde, was alles nach meiner Übung ich vor mein Jahr einzuziehen trachte. Den vorletzten und letzten Christmond traf ich den edlen Herrn bei erschöpfter Kasse, der mit dauerndem Unglück im Würfelspiel zu kämpfen hatte. Wie mag es wohl heuer um ihn stehen? »Das frage du ihn selber, nachdem du Imbiss bei mir gehalten hast,« erwiderte der Alte. »Er kehrt bei Zunachten ins Stift. Alle Brüder, Probst und Kapitel sind auf die Jagd verritten, mich Alten, wie du siehst, ausgenommen. Ich gedachte, meinen Ausgang dem neuen Heiligen zu widmen, dessen Marter und Wunder dort drüben, er wies nach dem schlank aufsteigenden Chor des Frau Münsters zu dieser Stunde von einem geistreichen Luzernerpfaffen dem gläubigen Volke dargelegt werden und dessen Glorie meine darüber unbilligerweise empfindlichen Brüder für heute aus der Stadt vertrieb. Da jedoch mehr Neugier als Andacht meine Schritte lenkte und der Schnee des Himmels sie hemmt, so mag ich ohne Schaden meiner Seele umkehren. »Lass deinen Braunen in die Herberge zu den Raben führen. Dort steht der Stallknecht St. Mainraths wie eingepflanzt am Wasser und starrt nach der Frauenmünster hinüber. Dein Tapp, der hier trübselig im Schnee sitzt, mag sich an meinem Küchenfeuer wärmen. Aber bei St. Felix' blutigem Haupte ich kann nicht länger im Nassen stehen. In diesen Schneepfützen sitzt die tückische Hexe mit ihrer Zange, ich meine die böse Gicht, die mich diesen Winter gezwickt und erst vor kurzem losgelassen hat. Folge mir bald, Engeländer.« Nach diesen geflügelten Worten schmiegte Herr Burkhardt sich fröstelnd in seinen Pelz und begann, vorsichtig wie er gekommen war, die feuchte Gasse wieder hinaufzusteigen. Hans aber rief den lungernden Knecht herbei und übergab ihm mit den Zügeln seines Gauls allerhand Aufträge und Weisungen an den Wirt und die Stammgäste des Hauses zu den Raben. Denn dort sprach der Adel ein, und unter ihm hatte der Armbruster viele Kunden und Schuldner. Dann schnallte er sein Fell Eisen von dem Rücken des Tieres, nahm das Gepäck unter den Arm und schritt mit Tapp, der sich nie von dem Eigentum seines Herrn trennte, die zum Stifte führende steile Gasse hinauf. Die Einladung des Chorherrn kam ihm gelegen, denn Hans der Armbruster war ein sparsamer Mann. Zweites Kapitel Der Wintertag blieb so dunkel, dass der schmale Wohnraum des Chorherrn, wo er seinen Gast bewirtete, mehr von der golden flackernden Flamme des Herdes als durch das einzige hochgelegene Bogenfensterchen erhellt wurde. Während der Armbruster sein Mahl beendigte, hatte sich Herr Burkhardt, der von feiner Körperlichkeit und mäßiger Lebensweise war, schon eine Weile in seinen mit weichen Vliesen überlegten Armstuhl versenkt und die Pelzumhüllten Füße dem Feuer zugestreckt. Ein ebenfalls ergreister Schaffner räumte das Tischgerät weg und stellte eine Kanne kräftigen Landweines mit zwei silbernen Bechern auf das Steinsims des Kamins. Der Chorherr war offenbar in vergnügter Stimmung. Es ergötzte ihn, an diesem trüben Wintertage einen welt- und menschenkundigen, auch weitgewanderten Mann schnellen Geistes in sein Gelass gelockt zu haben, zur Befriedigung einer längst gehegten Neugierde. Das fein geformte Haupt mit seinen wenigen schneeweißen Locken lag auf dem roten Kissen der Lehne, mit geschlossenen Augen, aber dem wachen Ausdrucke des Triumphes über einen gelungenen Anschlag. Jetzt öffnete er plötzlich einen leuchtenden Blick und sagte, gesegnete Mahlzeit Hans, wende deinen Stuhl und rücke zu mir. Du fragst mich, wer der Neue, von der Frau am Münster erhöhte, von uns Chorherrn aber geschmähte Heilige sei. Über Tisch halte ich es nicht für heilsam, von kirchlichen oder gar himmlischen Dingen zu reden, aber nun bin ich da, um Auskunft zu geben. Der Neue, von dem heiligen Vater der Christenheit bescherte Fürsprecher im Himmel hat im selben Jahre mit mir das Licht der Welt erblickt. Schon das spricht gegen ihn. Es gilt von den Heiligen wie vom Weine, je älter, desto besser und wundertätiger. Wie dieser hier, er schlürfte aus seinem Becher, das Blut unseres Potens mit unserem Blute verwandt ist und es seit undenklicher Zeit würzt und stärkt. Ähnlich wirken unsere Heiligen Sankt Felix und Regula, über deren Leibern diese Stift und diese Stadt erbaut sind. Geschlecht um Geschlecht haben sie als streitbare Nothelfer behütet. Wir sind ihnen und sie uns vertraut und verpflichtet. Mit ihrem Bild und Siegel machen wir nach dem Vorgange unserer Väter unser Tun und Lassen gültig. Ich will keine Hoffart damit treiben, dass sie durch ihrer blutigen Marter die abgeschlagenen Häupter urkundlich in den eigenen Händen von der Richtstätte am Limmat-Ufer bis hierher getragen haben, vierzig Schritte bergan, obgleich ihnen das sicherlich keiner der abgeschwächten neuen Heiligen nachtut. Für mich kommt in Betracht, dass Sankt Felix und Regula ihren Glauben gegen einen heidnischen Kaiser mit ihrem Blute bezeugt und nicht gegen einen christlichen König und Lehnsherrn sich überhoben und aufgelehnt haben, wie dieser neue Heilige von meinem Jahrgang. Solche gerechtere Erwägungen aber sind die Köpfe unserer Frauen vom fürstlichen Stifte nicht fähig. Da mußte ihnen unter anderem kostbaren Schriftstücken ein Pergament zukommen, worauf das Leben und die Marter meines Altersgenossen beschrieben und verherrlicht ist. Die heiligen Akten wurden zur Erbauung während der Mahlzeit vorgelesen und von Stunde an konnten die Gedanken der edlen Frauen nicht mehr zur Ruhe kommen. Sie trieben offen und heimlich daran, dass der Tag dieses Märtyrers auch bei uns feierlich begangen werde. Den Weibern gefällt das Neue und Fremdländische. Der Rat unserer Stadt war aus genannten Gründen der Sache abhold und hätte sie auch wohl verhalten, wäre den Frauen nicht eine Güte des Himmels zu Hilfe gekommen. Verwichenen Herbstmonat bei der langen Dürre geriet der Abtei eine Scheune voll Heu neben ihrem großen Gehöfte zu Vitikon in Brand. Der Föhn jagte die Flamme gerade auf das Meierhaus zu, das zu rauchen begann und verloren schien. Da ließ die mächtig fromme Küsterin Frau Bertha, die eben zugegen war, durch den Meier und seine Söhne den schweren Schiefertisch vor das Haupthausschleppen, zog eine Kreide aus der Tasche und schrieb mit Arm langen Buchstaben auf die Platte »Sankte, Thomas, steh uns bei!« Was geschah? Blickte der Heilige vom Himmel herunter und las, dem sei wie ihm wolle, der Wind wandte sich augenblicklich, das Schäuerlein fiel in ihr löschendem Schutt zusammen und die Meierei war gerettet. Jetzt langt die Hilfe aus der Stadt an, hier stand der Tisch, dort verkohlte der Trümmerhaufen, das Wunder und der Heilige waren nicht weiter anzufechten. So ist es gekommen, dass wir heute sein Fest feiern, den Tag, das ich's nicht zu sagen vergesse, des heiligen Thomas von Canterbury. Nach dieser ausgiebigen Rede ergriff der Chorherr seinen Pokal, tat ein paar kleine Züge und, die Kanne ergreifend, sah er sich nach seinem Zuhörer um, um dessen Lächer aufzufüllen. Hans, der auf einem Holzschimmel am Feuer saß, gab keinen Laut von sich. Etwas Seltsames war mit ihm vorgegangen, im Anfange war er, die Ellenbogen auf die Knie stützend und das gesenkte Haupt in die Hände gelegt, der Erzählung des Chorherrn mit Aufmerksamkeit gefolgt. Herr Burkhard hatte den Namen des Heiligen absichtlich bis zuletzt verschwiegen, doch der Armbruster mochte ihn schon früher erraten haben. Er blieb jetzt unbeweglich, wie in sich selbst zusammengebrochen und es war, als schüttle ein Schauder seine Glieder. Der Chorherr schenkte ihm den Becher voll und betrachtete ihn mit blickender Teilnahme und etwas durchschimmernder Schadenfreude. »Hab ich dich endlich, schlauer Mann«, begann er wieder, »bei dem blutigen Zöpfen der heiligen Regula, heute Armbruster, trittst du mir nicht über die Schwelle zurück, ohne mir von St. Thomas von Canterbury erzählt zu haben, was du weißt und ganz andere Dinge, als der Luzerner Pfaffe unserer gnädigen Frau drüben im Stift aufbindet oder als sie den Pergamente stehen, dass mir die edle Herrin zur Gesundung meiner Seele geliehen hat. Du bist dem Heiligen zu seinen Lebzeiten begegnet, das wirst du mir nicht leugnen. Ich habe es selbst gehört, wie du meinen Brüdern, den Chorherrn, es mag sich jetzt gerade verjähren, in unserer Trinkstube mit lauter Stimme, denn sie hatten dir mit dem Becher stark zugesetzt und gewaltig in Gebärden datatest, dass du an König Heinrich gehaftet habest wie der Knopf am Wamse, ja wie die Haut am Leibe. Du gerietest in lodernden Eifer, denn die Herren hatten in Zweifel gezogen, dass König Heinrich bei jener unseligen Krönung seines ältesten Sohnes Tränen der Freude vergossen habe. Du riefest, ich habe sie rieseln sehen, und verschwurst dich bei deiner Seelenseeligkeit. Ich, der gerade eintreten wollte, um einen geselligen Becher zu trinken, denn ich war noch um das jünger und dich deine Geschichte beteuern hörte, ich glaubte dir, denn du bist kein Prahler. Bist du aber immer um König Heinrich gewesen, hast ihm Gewand und Becher gereicht, sein Lachen und Weinen gekannt, wie du versichertest, so musst du auch den Mann gekannt haben, der im Leib und Seele zerstört hat, sei es, während er als Kanzler ihm zu diensten war, sei es später, da er als heiliger Bischof, sein Feind und sein Opfer, ihn zur Verzweiflung und ins Verderben trieb. Am Ende, unglücklicher, war es du auch unter jenen, die den Heiligen zu seinem Martertode geholfen haben, doch nein, in dem Pergament der Äbtissin steht geschrieben, wie die Mörder des Heiligen durch ihre Sünde dergestalt entmenscht wurden, dass er der ganzen Schöpfung vor ihnen graute und selbst ihre Leibhunde den Bissen aus ihrer Hand verabscheuten. Tapp aber, er wies auf den zwischen den Knien des Armbrusters sich aufmerksam hervordrängenden Budelkopf, nimmt, wie ich gesehen habe, alles, was du ihm reichst. Der gnädige Gott hat mich davor behütet, murmelte Hans, aber den Heiligen, ja, ich habe ihn gekannt, so gut, als ich euch kenne, Herr Burkhardt, und dabei bin ich auch gewesen, wenn ihr es doch wissen wollt, als ihm der Wilhelm Tracy vor dem Hochaltare den Schädel einschlug. Und sein Lächeln sehe ich noch, das, Gott gnade mir, heilige hohen Lächeln, mit dem er verschied, als erwiesen ihm seine Henker gerade einen Liebesdienst. O Herr, das sind schwere, unerforschliche Geschichten. Erzähle, Hans, rief der Chorherr mit zitternder Lebendigkeit und richtete sich die alten Hände auf die Armlehnen stützend, begierig in seinem Stuhl in die Höhe. Der Armbruster schürte schweigend das Feuer und faßte seine Gedanken zusammen. Seine festen, eckigen Züge waren finster geworden und seine funkelnden Augen sannen. Offenbar schien ihm billig, den Wunsch seines Gastfreundes zu erfüllen, aber ungerne tat er es. Denn jene Ereignisse staunenswert und unbegreiflich nicht nur für die Fernstehenden, sondern auch für die Mithandelnden, waren der wichtigste Teil seiner eigenen Geschichte, die es dem verschlossenen Manne zu erzählen schwer wurde und griffen ihn tief in seiner Seele hinunter, wo sein Empfinden zwiespältig wurde und seine Gedanken wie vor einem Abgrunde stehen blieben. Er äußerte sich mit behutsamen Worten. Ihr mögt leichtlich besser Bescheid wissen, Herr Burkhardt, in dem, was meines Herrn Königs Fürstenhänden und Taten im Weltlauf betrifft. Was aber den Wandel und die Natur seiner Person angeht und des Thomas Beckett Menschenantlitz auch, fügte er scheu und leise hinzu, so habe ich wahrlich vor einem Jahre in den ertrunkenen Nacht nicht geprahlt, als ich mich berühmte, sie zu kennen, obwohl ich heilsamer für mich davon geschwiegen hätte. Noch jetzt, Herr, brauch ich nur die Augen zu schließen, um den König wie den Priester leibhaftig vor mir zu sehen. Lieblich ist der Anblick nicht, wie der dieser langen, ruhigen Gesichter, welche eure Stadtheiligen hier in den Händen tragen, und er wies auf das Mittelbild eines farbig gewirkten Teppichs, der die Mauer bekleidete. Viele Jahre lang, nachdem ich aus Engelland heimgekehrt war, hatte ich während des Tages in Gedanken und des Nachts im Traume mit jenen zwei unglücklichen Nähren zu schaffen. Am Tage musste ich mir die sanften, spitzfindigen Reden des Einen, die leichtfertigen Scherze, harten Drohungen und verzweiflungsvollen Zornes Worte des Anderen ohne Unterlaß wiederholen und war gezwungen, darüber nachzusinnen, wie unabwendbar beider Verderben sich daraus entwickelte. Des Nachts sah ich sie aufeinander stoßen mit Rauch und Feuer, wie der Apostel Hans in seiner Offenbarung schreibt, und keins meiner Weiber, ich habe deren etliche geeligt und begraben, konnte es dann unterlassen, mich mit Angst und Grauen aus dem Schlafe zu rütteln. Denn, Herr, es ist etwas anderes, wenn Könige und Heilige gegeneinander fahren, als wenn in unseren schwäbischen Trinkstuben geschrien und gestochen wird. Wollan, ich will euch von diesen Geschichten erzählen, obwohl es ein schlimmes Ding ist und schwierig zu bewältigen, aber ich darf den Wunsch meines Gastfreundes nicht unerfüllt lassen, schloss der Armbrunner mit einem grimmigen Lächeln. So tue, wie du verheißest, sagte der Stiftsherr und legte sich mit erwartungsvoll angeregten Minen in seinen Sessel zurück. Ich rede nicht gerne von meiner Jugend, begann Hans der Engeländer seine Erzählung, und meine Gedanken weichen ihr aus, wenn ich nicht vor den heiligen Fasten, um mich vor Gott und seiner heiligen Mutter zu demütigen, sie aus dem Dunkeln emporsteigen lasse, oder wenn nicht ein Neider und Widersacher mir dieselbe böswillig in meinen alten Tagen gegen die Zähne wirft. Lieber Herr, unter Armbruster tat einen tiefen Seufzer, sie ist eine unehrliche und befleckte, dennoch muss ich euch und mir damit zur Last fallen, denn mein armer Lebenslauf lässt sich von dem des Heiligen und des Königs nicht trennen, wenigstens in meinem alten Kopfe nicht. Ihr müsst wissen, ich bin aus einem edlen Geschlechte und wenn ihr hohen Klingen oder hohen Krähen sagt, so nennet ihr zwar nicht mein Stammhaus, das in Schutt versunken ist, aber sein Name lautete ähnlich und es lag wie jene festen Häuser unweit vom Bodan und vom Rhein. Schon mein Vater war schwer verschuldet, und warum das weiß Gott von seiner Sippe gescheut und gemieden, als er, um seinen Gläubigern zu entgehen und um seine Seele zu retten, sich das Kreuz anheftete und nach dem gelobten Lande zog, aus welchem er nicht zurückkehrte. Mein Mütterlein schleppte seit meiner Geburt einen Siechen Leib und weinte sich die Augen blind, als mein älterer Bruder nicht in ritterlicher Fede, sondern in bösem Raufhandel um dein und mein erschlagen wurde. Denn wir halfen uns, wie wir konnten und lauerten an den Wegen, wo etwas vorüberkam. Bei meiner Sippe suchte ich weder Rat noch Hilfe, ich hätte dort keine gefunden. Die einzigen Freunde waren mir meine Armbrust und meine Hunde, mit denen ich zu Walde zog. Aber ich selbst ward wie ein Wild gehetzt von einem bösen Feinde, den ich mit dem Teufel hasste. Das war der Jude Manasse, der in Schaffhausen saß und auf Zinsen lieh. Ihm hatte mein Vater seinen Burgstall und seine wenigen Äcker verpfändet. Nun begab es sich, dass mich meine Mutter zu dem Juden schickte, um Aufschub zu verlangen, aber keine Barmherzigkeit war bei dem Wucherer zu finden. Da erfasste mich plötzlich eine große Kümmernis und ein Erbarmen mit meinem sich, sich, Mütterlein und auch mit dem blutigen Leiden unseres Heilandes, den die Juden grausam gematert haben, und ich schlugte Manasse hart mit Fäusten, dass er starb. Gott rechne mir diesen Mord nicht zu. Als ich ihn beging, war ich, wenn auch schon von Mannesgestalt und Stärke, noch ein Kind, und dazu von weicher und heftiger Gemütsart. Der Jude indessen hatte in der Stadt und unter dem umliegenden Adel viele Freunde, und ich wäre verloren gewesen, ohne die geöffnete Klosterpforte von Allerheiligen. Und da ich froh sein musste, dass es sich fest hinter mir schloss, wurde ich unverhofft geistlich und nach Jahresfrist ein Mönch. In alledem hatte ich aufrichtig gehandelt und war kein Falsch an mir gewesen, aber ich taugte schlecht zum Mönche und hatte den Wuchs meiner Natur und das Erdreich ihres Gedeihens nicht vorausgekannt. Missversteht mich nicht, Herr, nicht das sündige Blut unserer Stammeltern allein, meine ich, sondern mehr noch den zündenden Funken, der aus der Schöpferhand Gottvaters in den Ton, aus welchem ich geformt bin, herübergesprungen ist, das ist Kraft, Verstand, Unternehmung, Baukunst und Wanderlust. Aber von menschlicher Kunst und Wissenschaft war zuallerheiligen nichts zu lernen, als der Poet Virgilius, den ich auch heute noch großenteils auswendig weiß. Der Prior rühmte an diesem Poeten, dass er ein frommer Heide gewesen und Gott ihm zum Lohne seiner Tugend und prophetische Kraft eingehaucht, sodass in seinen Fersen die hochgelobte Mutter mit dem Kind sich spiegle und deutlich zu erkennen sei. Daher kam es, dass die Rolle, aus der ich lernte, ganz von Messerstichen durchlöchert war. In der Johannis-Nacht, da ich von Allerheiligen schied und bevor ich den Sprung über die Mauer tat, habe auch ich hineingestochen zu dreien Malen nach inbrünstiger Anrufung der drei heiligen Namen und die Worte getroffen Sagittas, Kalamo, Arcoi. Und Virgil hatte wahrgesprochen, mit Pfeil und Bogen habe ich all mein Leben zu tun gehabt. So genoss ich denn meine raschen Füße wieder und eilte durch das Waldgebirg dem Elsass zu, den großen Bogen des Rheines mit einer geraden Linie abschneidend. Gegen Mittag kam ich vor einem festen Ort auf eine Wiese, wo von allerlei Volk kein Bogenschießen abgehalten wurde. Ich war schon unterwegs wie berauscht von dem Odem der Erde und der Lust meine Glieder zu brauchen, und da ist es nicht zu verwundern, dass ich mir in dem Lustlager und Getümmel der Schießenden von den ausgelassenen Gesellen, die der verlaufene Mönch ergötzte, einen Bogen einen Bogen in die Hand geben ließ und dann mit vorgestrecktem Fuße standfassend Schuss um Schuss ins Ziel schickte. Mein Blick, sei euch gesagt, ist scharf und sicher von Natur und hat mich von Kindheit an nie betrogen. Ich glaube, dass sie mich, der den Becher verlärmt hatte, trunken machten, dass ich in der Blut die Ärmel aufstreifte und die Kutte bis an die Schenkel schürzte, und mir stets dunkel und ärgerlich vor Augen, dass ich zuletzt unter Spott und Gelächter mit nackten Armen und Beinen im Narrentriumphe herumgetragen wurde. Am frühen Morgen, in der Knechtstracht, die mir ein guter Gesell geschenkt, weiterwandernd, betrachtete ich nicht ohne Scham, den Stand meiner Dinge. Ein beflecktes Wappen lag rechts und eine zerrissene Kutte links hinter mir am Wege. Nichts blieb mir als das Handwerk, und ich suchte mir einst, das mich von ritterlichen Leuten und Dingen nicht ganz entferne und seinen Mann ernähre in Kriegs- und Friedenszeiten. Da erhellte sich mir die Losung des Virgilius und ich beschloss, ein Bogner und Armbruster zu werden. Aller Anfang ist schwer, lieber Herr, und neben den müßigen Gewöhnungen des Wegelagerers und des Mönchs hatte ich noch viel Torheit eines weichen Herzens zu überwinden. Ich musste zu festem Stande kommen, denn, ob ich schon einen Juden getötet und ein Klostergelübde gebrochen, so hätte mich doch mein frommes Gemüt fast in eine dritte Missetat gestürzt. Dies will ich euch noch erzählen, vom Übrigen werde ich kurz sein. Ich war von Straßburg wandernd unter eine Bande von fahrenden Schülern geraten und wir zechten in einer Schenke gegenüber den Mauerwerken und Turnspitzen der berühmten Stadt. Da fiel mir ein, wie mein Mütterlein mir weiland viel geredet hatte von einer frommen Mume, die in einem Straßburger Kloster ein heiliges Leben geführt und deren Fürsprache im Himmel sieh, wenn das Wasser des Elends ihr bis in den Mund stieg mit Nutzen anzurufen pflegte. Solches gedachte ich auf meinen irrenden Wegen auch zu tun. Also ging ich einen der Fahrenden, der ein helles offenes Gesicht hatte und wie er sagte die Stadt von früher her wohl kannte mit freundlichen Worten an, ob er mir das Kloster nicht weisen könne, wo meine Mume Williberg im Geruche der Heiligkeit gestorben sei. Lieber antwortete er, siehst du dort den achttdäckigen Turm mit dem farbigen Dache und daneben das lange Gebäude an der Stadtmauer. Dort hat deine Mume gewaltet. Da warf ich mich auf die Knie und rief nach dem Hause hinüberblickend, die heilige Frau inbrünstig an mir zu allem guten und heilsamen Werke behilflich zu sein. Was höre ich hinter mir? Ein unterdrücktes Gekicher, ein toll ausbrechendes Gelächter und rasch den Kopf wenden, sehe ich den Fahrenden, der die Zipfel seines Gewandes zu zwei langen Ohren gestaltet hatte, die er neben den meinigen winken und wedeln läßt. Zu gleicher Zeit lachten die anderen unbändig, der Esel betet zum Hause der schönen Frauen hinüber. Aber schon lag der Schalk unter meinen Knien, während ich schwere Tränen fallen ließ über die Bosheit und Schlechtigkeit der Welt und ihn wirkte, dass ihm der Lebensodem ausgegangen wäre, wenn ihn mir die anderen nicht entrissen hätten. In Straßburg trat ich in die erste Lehre bei einem Bogner, der mich ehrlich hielt und mir die Handgriffe, soviel er sie wußte, rechtschaffend beibrachte, doch war er ein Mann des Brauches und der Gewohnheit, der den Kopf eigensinnig schüttelte zu den Verfeinerungen und Ausbildungen, deren das Wesen und die Gestalt der Armbrust fähig ist, und die damals aus Engelland und Flandern, besonders aber aus dem heidnischen Granata bis zu uns in das deutsche Reich hereindrangen. Mir aber, der einen jungen und neugierigen Geist hatte, ließ es, nach dem einmal überwundenen Anfängen, keine Rast noch Ruhe, denn, lieber Herr, in jeder auch der geringsten Kunst ist ein Ziel der Vollendung verborgen, das uns ruft und lockt, ihm Tag und Nacht sehnsüchtig nachzuziehen. Oftmals habe ich damals im Traume eine Armbrust gebaut und einen Bolzen gebildet, die noch weiter trugen als das sarazenische Schießzeug, aber im Frühlicht verblichen meine Fündlein wie höhnische Irrwische, denn es waren plumpe Tastungen oder willkürliche Gedanken, da ich wohl einige Griffe, aber noch nicht die Gründe und Gesetze meiner Kunst erkannt hatte. So beschloss ich zu wandern und bei den Meistern zu lernen. Durch Frankreich und Aquitanien wanderte ich und überstieg den Pyrenäenberg und erblickte jeden Abend in den roten Wolken des Sonnenniederganges die Wunderstadt Granada, wohin mich meine Seele zog, bis sie zuletzt war und wirklich vor mir auf dem Abendhimmel stand. Und es war mir vergönnt, die Weltpracht, die sie dort aufgerichtet haben, zu betrachten, das durchbrochene Schmuckwerk ihrer Paläste, die Palmen und Zypressen ihrer Zaubergärten und die aufsteigenden Strahlen ihrer rauschenden Wasserkünste. Und du bist unbeschnitten an Leib und Glauben wieder zurückgekehrt, armer Hans, warf Herr Burkhard ein. Zweifelt nicht daran und mit einem weit klügeren Kopf auf den Schultern, als ich ihn hingetragen hatte. Was aber meinen Christenglauben betrifft, Herr, so habe ich ihn gegen einen großen Philosophen behauptet, dem ich die Röhren, wodurch er den Gang der Gestirne beobachtete, vervollkommenen half. Allnächtlich zeigte er mir die langsam wandelnden Heere des Himmels und erklärte mir, wie von Ewigkeit her die menschlichen Geschicke an diese leuchtenden Zeichen und Figuren, diese Tiergestalten und Wagen geschmiedet seien, so dass keine Hand, weder menschliche noch göttliche, in die sich drehenden Speichen des Feuerrades greifen könne, und und Raum bleibe weder für die menschliche Wahl noch für den Zorn und die Gnade Gottes. Ich aber glaubte ihm nicht und berief mich auf die Gewitterflut der Reue, wann ich meine Sünde vollbracht hatte. Im Übrigen fand und lernte ich in Granada, was ich dort zu suchen gekommen war. Es ist nur die Wahrheit, lieber Herr, die heidnischen Bogner sind unübertroffen. Haben sie doch vor Zeiten mit klugem Witze aus dem Umfang des Bogens die gedrungene und handliche Gestalt der Armbrust gezogen, wie die Sage lautet und ich gerne glauben will. Denn Gott hat den Heiden viele Kunst und Wissenschaft gegeben, Mathematik, Mechanik, Baukunde, alle Lehre, wo gezählt und gewogen wird, um ihnen, wie ich meine, vor dem ewigen Tode einen kurzen Stolz zu gönnen. Der Chorherr nickte billigend zu diesem weisen Worte und der Bogner fuhr fort. Drei Jahre verblieb ich in der Heidenstadt, die Tage verflogen mir im Wettlaufe der Arbeit und an den Abenden ergötzte ich mich, da mir nach und nach die arabische Zunge geläufig wurde, ohne Wein und Streit in den luftigen offenen Hallen, wo sie Märchen erzählen. Dort vernahm ich einmal aus dem Munde eines braunen glutäugigen Burschen, dem sie am liebsten lauschten, denn er verstand es, die Gebärde beider Geschlechter und jeden Altersunstandes mit beweglichen Minen und Gliederspiele darzustellen, eine Geschichte, nicht besser und nicht schlechter als seine übrigen. Sie scheint euch abweges, aber ich lasse sie nicht liegen, denn sie gehört zur Sache. Es ist das Märchen vom Prinzen Monschein. Ein junger Fremdling sei von einer gegen Mitternacht gelegenen Insel nach Cordoba gekommen und habe sich dort bei dem Kalifen in Gunst gesetzt durch den Zauber seiner Gestalt und Rede und durch seine Meisterschaft im Schachspiele. Daneben habe er trotz seiner anmutigen Jugend eine solche Schärfe des Verstandes und politische Weisheit besessen, dass der von ihm beratene Kalife ohne Krieg und Blut vergießen durch die bloße Anwendung der Staatskunst in nicht langer Zeit der mächtigste der maurischen Könige geworden sei. Darum habe er den Prinzen Monschein so nannten die Cordovaner den Fremdling um der Blässe und Sanftmut seines Antlitzes Willen ganz närrisch lieb gewonnen und ihm ohne Bedenken die schönste seiner Schwestern zum Weibe gegeben Prinzessin Sonne die nachdem sie einmal den Fremdling erblickt ihre leuchtenden Augen nicht mehr von ihm habe abwenden können. Sonne und Mond seien aber nicht über einen Jahreslauf zusammengeblieben da die Geburt eines Mädchens der Prinzessin das Leben gekostet. Hierauf hätten hundert neidische Höflinge gegen den Fremden dessen Stellung sie erschüttert glaubten sich heimlich verschworen. Der Kluge habe sie entlarvt und doch in milder Gesinnung für ihr Leben gebeten. Da seien eines Tages von königlichen Sklaven zehn Maultiere mit ebenso viel Säcken beladen durch die Pforten seines Palastes getrieben worden und als das Gesinne die Säcke geöffnet seien die abgeschnittenen Köpfe seiner hundert Feinde auf den Marmorboden des Hofes gerollt. Der Beschenkte aber sei mit dem Anblick der blutigen Gabe erblassend in seine Gemächer zurückgetreten und und nach eingebrochener Nacht sein Kind aus der Wiege gehoben ein Pferd bestiegen und die schlummernde Cordowa verlassen. Mit ihm aber habe Glück und Macht dem König auf immer den Rücken gekehrt. Der Märchenerzähler verschwor sich im Feuer seines Vortrages den Prinzen Mondschein persönlich gekannt und ihn oft auf den Plätzen von Cordowa mit über der Brust gekreuzten Armen demütig begrüßt zu haben. Sie seien nicht sehr verschieden an Alter und nicht zehn Jahre seien vorüber seit jenen Begebenheiten. Er war überzeugt dass er die Wahrheit rede aber ich nicht völlig denn die Mauren ihr würdige Herr lügen mit mehr Aufrichtigkeit als wir weil ihnen ihre rasche Einbildungskraft das Nichtgeschehene täuschen wie das Geschehene vorgaukelt. Kurz vor meiner Abreise dann hörte ich den braunen Gesellen die mehr vom Prinzen Mondschein zum andern Male erzählen und diese Gerechtigkeit widerfahre ihm ohne merklichen Ausschmuck oder Umbau das fiel mir auf doch hatte ich nicht Zeit ihn auszufragen denn ich selber bereitete mich damals darauf vor wie Prinz mondschein aus diesen fremden Sitten und Gebräuchen mich in der Stille nach der Christenheit zurückzufinden ich unternahm eine Mehrfahrt nach engelland wo es mir bald gelang bei dem vornehmsten bogner in der stadt london selbst arbeit zu finden er hatte seine werkstätte an der themse unweit des festen stadtturmes aufgetan und arbeitete mit vielen Gesellen da seine Kunst vom König und Ritterschaft gesucht wurde war sein gut groß angewachsen und man hätte ihn einen angesehenen Mann nennen können wäre er nicht wie alle vom Handwerk von sächsischem Geblüte gewesen die Sachsen aber werden seit der Eroberung von ihren normännischen Herren unehrlich gehalten und auf eine unchristliche Weise unterdrückt oho unterbrach Herr Burkhardt ist das die Rede eines Mannes der ein halbes Menschenalter hinter Herrn Heinrich getrabt und stolziert hat Hans warf dem Chorherrn einen gescheiten Blick zu und erwiderte ohne langes Besinnen es kommt oher beim Urteilen wie beim Schießen lediglich auf den Standpunkt an damals mitten unter den Sachsenleben drückte ich mich beiseite oder zog die Mütze wann ein Zug Normannen auf ihren gepanzerten Rossen Rossen vorübersprengte hernach als ich selber oben saß hätte es meine Ehre nicht gelitten mich von einem Sachsen anders als Barhaupt ansprechen zu lassen jetzt da Sachsen und Normannen für mich verblichene Bilder sind habe ich nebst der Weisheit meiner grauen Haare einen mittleren und mäßigen Stand und spreche Macht und Eroberung sind von Gott gesetzt und da die Normannen schärferes Blut und ungestümere Geister haben so sind sie die Herrscher aber derselbe Gott hat Knechtsgestalt angenommen und uns alle mit seinem teuren Blute gekauft darum mache der Herr sein Gesinde nicht bitter und vergreife sich nicht an dem Weibe und Kind seines Knechts solches aber geschah meinem Meister dem zu seinem Unsegen eine schöne Tochter im Hause wuchs in Wahrheit die goldhaarige Hilde war die schönste Magd in London und ich konnte kein Auge von ihr verwenden wann sie uns nach der Vesper Mahlzeit ohne sich allzu lange bitten zu lassen ihre Balladen vorsang Von Erinnerung überwältigt wiegte der Bertige seine breit vorragende Stirn und summte in unmelodischen Tönen wohin verläufst du dich hans rief herr burkhard der das englische nicht verstand mit beginnendem missmut der armbruster fuhr aus seinem traume auf und in den etwas abgespannten zügen seines alten zuhörers lesend dass diesen der Einleitung zu viel und die Weile lang werde sprach er ihn heftig an wisset ihr herr von was diese Ballade welche Junghilde uns vorsang handelt von der Geburt eines heiligen aus dem Schoße einer Sarazenin desselben heiligen Thomas dessen Geschichte euch zu erzählen ich hier bin die plötzliche Wendung mit welcher Hand sein Schifflein aus dem Fahrwasser des eigenen Lebens in die Strömung eines Größeren hineinsteuerte gab dem Chorherrn einen Stoß er richtete sich in seinem Sessel so steil und so rasch in die Höhe als sein Alter es zuließ und rief verstaunt Sarazenenblut in den Adern des heiligen Thomas lieber bist du bei guten Sinnen hättet ihr das Pergament ruhig gelesen das euch die Frau von Münster wie ihr sagt geliehen hat ihr würdet mich nicht mit so entsetzten Augen anschauen denn gerade dieser Punkt will ich wetten ist darin schön hervorgehoben hat sich doch die ganze Pfaffheit von London stark der Sache angenommen und die Heidin bevor sie dieselbe in eine christliche Ehe treten ließ sorgfältig bekehrt sie tauften sie auf den namen gratia oder grace was deutsch lautet gnade unter großen gnadewillen welche die mutter gottes der ungläubigen erwiesen und und es geschah wie die nonne gesehen hatte aber viel hat es gebraucht bis aus dem heidenkinde der heilige herauswuchs blut und unendlichen jammer den sturz eines königs und wo nicht den untergang durch die erschütterung eines königreichs ich will nun ganz nach der ordnung wie es euch bequem ist zu erzählen wer die eltern des thomas becket gewesen sind die geschichte ist mir vertraut denn sie war die freude der blonden hilde welche damals noch jung und unschuldig war und das wunder natürlich fand dass zweie die sich liebten über land und meer zusammen kamen vor vielen jahren begab es sich einmal dass ein handelsmann aus london mit dem namen gilbert becket nach dem morgenlande fuhr und dort von einem mit seinen reitern und herden in der wüste ziehenden fürsten überrascht und gebunden wurde die eigene tochter des heiden aber erbarmte sich seiner bande und zerschnitt sie vor jahresfrist dann floh sie dem sachsen nach denn sie hatte ihr herz an ihn verloren und den engelern singen und sagen sie daß die vornehme heidnische magd obwohl ihrem mittel und gedanken nur zwei worte zu gebote standen london und gilbert mit diesen den weg zu ihrem lieblinge gesucht und gefunden habe höre hans gab der chorherr einem aufsteigenden zweifel ausdruck du du reitest das geflügelte rösslein der fabel nicht schlechter als dein brauner freund der märchanerzählerin cordova es fehlt nur noch dass du auch darauf schwörst du seist dabei gewesen der bog nur zückte gleichmütig die achseln nicht ich lieber herr mein meister aber in london der ein pünktlicher und trockener mann war hat mir oft gesagt wie er ein junger geselle durch die straßen der stadt hinter der fahrenden sarazenin her gelaufen sei denn diese habe jeden vor übergehenden angehalten und ihn gefragt gilbert dadurch sei sie stadtkundig geworden so daß ihr am ende fiel volk nachgezogen um mit ihr gilbert zu rufen die einen aus mitleid mit dem schönen ausgehungerten frauen bilde das verkümmernis jede speise zurückwies die andern der törin spottend die einen gilbert aus tausenden in london oder name gemein ist herausfinden wollte endlich sei der wahre gilbert an sein Fenster und vor seine schwelle getreten habe die heidin bei der hand ergriffen und an seinen herd geführt wann aber der meister so erzählte ermangelte er nie anzufügen fahrende heidinnen hans bringen uns christen nichts gutes wäre doch das wüstenkind in seinem zelte geblieben statt nach unserem engelland zu schwimmen und uns hier den kanzler auf die welt zu setzen den verräter an seinem volke der kanzler der kanzler der kanzler der kanzler der kanzler von engeland die wonne und weisheit des königs die bewunderung und der neid der normannen der haß und geheime schrecken der sachsen war damals in aller munde sein rasch aufleuchtende stern die wie aus einem unerschöpflichen füllhorn über ihn ausgeschütteten gnaden und würden seine türme burgen abteien seine zaubergärten und unbegrenzten wälder sein gefolge von hundert und dann von tausend rittern die goldenen geschirre seiner rosse und mäuler die üppigen tafeln seiner feste und die unabsehbaren reihen der geladenen seine köstlichen gewande und blitzenden stadt das alles gab den leuten von london zu wundern und zu reden von morgen bis abend in der werkstätte konnte ich mir während der arbeit die ohren nicht verhalten und so klangen sie mir unablässig von dem sohle des sachsen und der sarazenin daß ihm seine landsleute alle schwarzen frevel nachredeten setzte mich nicht in den erstaunen und lag in den staatsverhältnissen da der kanzler der einzige sachse war der im sonnenlichte der königlichen gnade wandelte aber denkwürdig bleibt es immerhin daß die väter an demselben manne keine gute faser fanden den die söhne jetzt auf den knien anrufen ein schlechter sohn sei er gewesen der den geruch der väterlichen ölfässer und warenballen verabscheut habe in den dienst eines schwellgerischen normänischen bischofs sei der jüngling zuerst getreten dort habe er französisch lispeln gelernt und kein ehrliches sächsisches wort sei mehr über seine lippen gekommen um seinen von vaterseite sächsischen ursprung zu verwischen habe er von den händen dieses normannen als ein leichtfertiger die ersten weihen empfangen dann reich geworden durch den tod seines vaters sei er über meer gefahren habe in galle seine treuen sächsischen diener verabschiedet welches gesindige dungen köstliche gewande gekauft und sich als ritter aufgetan durch aquitanien und spanien sei er an die maurischen höfe gezogen von seinem mütterlichen heidnischen blute getrieben und beim könige von cordova in die höchste gunst gekommen dort habe er mit den weisen aus dem morgenlande sterndeutung und geheime wissenschaft getrieben worin er seinen meister bald übertroffen so daß es ihm nach seiner heimkehr habe glücken können könig heinrich durch höllische sympathie unvergänglich an sich zu ketten herr darin war das goldkorn der wahrheit schwer zu finden umso mehr wuchs meine begierde diese lebendige fabel mit augen zu schauen aber lange musste ich mich gedulden denn thomas becket wallte damals mit dem könige jenseits des meeresarmes in aquitanien das wie ihr wißt zu dem weibergute seiner königin gehörte endlich kam der tag ich schnitzte in der werkstatt an einem bolzen da fängt es an auf der straße unruhig zu werden zu treiben und zu summen meine gesellen verlassen ihr zeug steigen auf schemel und bänke und drücken die köpfe an die fenster pauken und zimbeln schmettern hinter den berittenen spielleuten folgte ein herold mit den drei padelten auf der brust und bereitete den weg dem sohne der heidin grazia ein schöner mann war er und fürstlich wie könig salomo mit den normänischen herren konnte er sich wohl nicht messen an frische des antlitzes und macht des wuchses aber er lenkte mit unvergleichlichem anstande seinen goldgeschirrten tanzenden araber und sein farbloses antlitz besaß eine ernste lieblichkeit wie ich damals mitten unter dem niederen volke stehend ihn bewunderte ließ ich mir nicht einfallen daß ich selbst über ein kurzes in den dienst des königs treten und dort diesem wundersamen herrn täglich ja stündlich begegnen würde das begab sich aber folgender gestalt in der werkstätte meines meisters gingen die normannen ein und aus denn da gab es stets mit neuer kunst erfundene oder vervollkommene armbruste zu prüfen leider blieb bei diesen besuchen die schüchterne hilde nicht immer verborgen sie war die freude und der wunsch meiner augen so konnte mir nicht entgehen daß die der normänischen ritter schärfer auf ihr hafteten als heilsam war einer von ihnen den sie gimalerb das ist feit unkraut hießen und der im gefolge und an der reichen tafel des kanzlers sein schädliches dasein fristelte ein frecher ungebundener edelknecht aber gegen die frauen von geschmeidigen manieren wurde mir täglich mehr zum stachel und zum ärgernis und es fraß mir das herz ab ihn mit der sächsischen magd auf der grenzscheide verblübter tändelei und nackter herrenfrechheit spielen zu sehen ohne ihm dafür mein messer zwischen die rippen stoßen zu dürfen mein leben hätte ich es mir vielleicht kosten lassen aber dem meister und das mägdlein wollte ich nicht ins verderben stürzen wie es doch damit geschehen wäre was soll ich da worte machen wo mein herr burkhardt sich aus seiner jugend erinnert wie behendter böse in solchen fällen sein netz auswirft und zuzieht eines tages wurden der meister und ich auf ein etliche meilen von london gelegenes schloss gerufen um einem normenischen herrn die waffenkammer einzurichten es wird ein verabredetes spiel gewesen sein wir wurden unter allerlei vorwand dort aufgehalten und als wir nach london heimkehrten war junghilde verschwunden gewaltsam entführt nach aussage der nachbarn die nächtlicherweise pferdige trappel und eine jammerte stimme gehört hatten will ich folgend wie die feigen gesellen und furchtsamen mägde logen da sie der meister zur rede stellte ich warf meinen verdacht auf die malärm was sage ich die sache war mir gewiss und so riete ich meinem meister dem kanzler kniend den weg zu verlegen wenn er an unserer werkstatt vorüber ritte nach dem festen turme von london zu dessen kastellan der könig ihn erhoben hatte nicht zu weichen bis er ihm gehör gebe und seinen normenischen knecht zur rechenschaft ziehe so geschah es eines tages mein armer meister warf sich vor dem prächtig geschirrten zelter des kanzlers in den staub und heischte seinen grauen bart raufend mit erstickter stimme und mit tränen bedeckten wangen gerechtigkeit gegen den räuber seines kindes der mit trotziger miene aber unruhigen augen in der dritten reihe hinter seinem prunkenen gebieter herrit ich kann es nie vergessen und sehe es jetzt noch wie dieser gelassen und unbewegt ohne eine menge zu verziehen den geängstigten kaum mit einem dunklen blicke aus seinen halbgeschlossenen augen streifte das pferd langsam an ihm vorüberlenkend als dann der verzweifelnde sachse auf die füße sprang die geballten fäuste gegen ihn schüttelte und ihm nachschrie schade pfaffe daß du kein kind hast das dir ein normanne verderben kann da berührte thomas beckett wie von einem lästigen insekt umschwärmt leise sein arabisches roß um es in etwas rascheren gangaar zu setzen ich aber drängte den alten mann in sein haus zurück und entzog ihn den höhnischen blicken und verächtlichen scherzreden der den kanzler geleitenden reiter schah nun folgten jammervolle tage an die ich nach heute nur mit bitterkeit zurückdenke damals glaubte ich sie kaum zu überstehen es wurde nichts besser als eines tages die arme hilde unversehens da es dunkelte in der verlassenen werkstatt saß den vater erwartend von dem sie wusste dass er bei einbrechender wacht mit eigenen händen laden und türe verriegelte ich habe nie erfahren ob der normanne mal erb seine gefangene freiwillig zurückgab weil er ihrer müde geworden oder ob der kanzler in seiner verborgenen weise einen druck auf ihn ausgeübt hatte eines dagegen sah ich deutlich der meister trieb mich in treuer absicht aus dem hause er war gesonnen sein zertretenes und scheu gewordenes kind einem angelsachsen aus seiner verwandtschaft der in der werkstatt arbeitete und trost an grimm hieß einem ungeschlachten rotkopf zum weibe zu geben dabei wollte er mich nicht zusehen lassen so lag er mir täglich an eine bessere stellung zu suchen und da ich in jener zeit um groll und kram zu verwinden eine armbrust erfand die weitertrug und sich leichter spannen ließ als alle damaligen ein braves werk wenn ich es auch später abermals übertroffen habe so redete er mir zu meine erfindung könig heinrich der ein förderer und pfleger der edlen wurf und schießkunst war persönlich zu überbringen und zu empfehlen ich sah er meinte es gut mit mir und ich befolgte seinen rat ende des dritten kapitels konrad ferdinand meyer der heilige diese librivox aufnahme ist in der public domain viertes kapitel als ich auf schloss windsor zum ersten male vor den könig von engeland trat zitterte mir das herz im leibe denn er war von gewaltigem wuchs und herrischer gebärde und seine blauen unbeschatteten augen brannten wie zwei flammen er blickte mich zuerst ungnädig an begriff aber sogleich worum es sich handelte mehr aus der dargebotenen armbrust als aus meinen stockenden worten nahm spannte sie legte den pfeil trat an das geöffnete fenster und schoß nach einer krähe welche sich auf die da es windstil war bewegungslose fahne des schlossturms gesetzt hatte und ein helles lachen ging über sein antlitz wie sich die fahne drehte und das tier flatternd in die dachrinne stürzte noch einmal prüfte er mit dem finger senne und drücker dann warf er mir einen befriedigten blick zu das ist mir kundgemacht mein junge lobte er mein werk da trage es in meine rüstkammer und melde dich beim waffenmeister als meinen dienstmann denn du bleibst um mich deutscher und magst mir die armbrust auf die birsch nachtragen da war keine widerrede auch wenn mein eigenes herz nicht danach gelüstet hätte den königsdienst zu versuchen als das höchste im weltspiel während herr heinrich noch zu mir sprach kam sein ritter der halbwüchsige herr richard herangesprungen mit dem jubelrufe vater die normänischen hengste sind da prächtiges blut und herr heinrich ließ sich von seinem liebling fortziehen jetzt erhob sich aus einer tiefen nische wo er ohne von mir erblickt zu werden vor einem mit schriftstücken belegten marmortisch gesessen hatte ein vornehmer bleicher mann in köstlichen gewanden und trat diese schön und langsam bewegend zu mir als drüge er verlangen auch seinerseits über meine erfindung sich unterrichten zu lassen es war der kanzler ich wiederholte meine lehre mit mehr verwirrung könnte er es glauben als vor dem könige denn mir wurde bange da er aufmerksam lauschend mich ganz ausreden ließ und mir schien als ertöne meine einsame rede viel zu keck und laut in der hochgewölbten halle eure gnade endigte ich ist ein gelehrter und hat wohl kein gefallen am kriegszeug er senkte die dunklen augen und antwortete leutselig ich liebe das denken und die kunst und mag es leiden wenn der verstand über die faust den sieg davon trägt und der schwächere den stärkeren aus der ferne trifft und überwindet mit diesem schönen und einsichtigen lobe der armbrust lieber herr köterte mich der kanzler ohne es zu wollen und ich hätte ihm meine lust an seiner weisheit mit dankbaren worten bezeigt hätte ich meine scheu vor seinem blassen und übermenschlich klugen antlitz verwinden können in die rüstkammer treten fand ich dort den waffenmeister einen eisgrauen normannen der mich wohl um kopfeslänge überragte empfing mich hochfahrend und geringschätzig beschäftigte sich dann aber eingehend mit meiner erfindung denn er war in engelland der beste kenner alles rüstzeuges er brummte etwas beifälliges zwischen den zähnen und kam endlich dahin meinen gedanken zu billigen als er mich dann um meine heimat befragte und erfuhr ich stamme von unweit des schwäbischen meeres her schenkte er mir aus seinen harten runzeln einen aufmerksamen blick treue leute die schwaben und deren sind wir hier zu hofe bedürftig sagte er hältst du dich aufrichtig deutscher so mangelt es hier nicht an gnaden und lohn du trittst in eines gewaltigen herren dienst und er hob an das wesen der normenischen könige mit großen worten zu preisen und mir ihre reiche und herrschaften aufzuzählen diesseits und jenseits des meeres sind sie mächtig rühmte er und was sie ergreifen das lassen sie nimmermehr los dabei zeigte er mir die panzerhemden und kronhelme des eroberers und seines sohnes welche an den mauern der langgestreckten halle zuvorderst in einer endlosen reihe von rüstungen und waffenstücken hingen eines nur fuhr er kopfschüttelnd fort und wehrte mir einen verrosteten pfeil zu berühren der unter der rüstung des zweiten königs auf den steinfliesen las eines nur das letzte mißrät ihnen die hohen herren haben allesamt ein böses sterben dieser bolz gott und der teufel wissen wer ihn abschoß hat herrn wilhelm den rothaarigen mitten im lustigen jagenden lebensfaden zerschnitten aber was tut's glänzende sonnen gehen blutig unter so ritt ich denn von nun an in jagd und fehde hinter meinem herrn und könige her und fand ihn wie er sich mir am ersten tage gezeigt hatte von wechselnden launen wie april barsch ungeduldig aufbrausend schrecklich im zorn aber auch wieder von mitteilsamem gemüte zuglängig und leutselig so daß man zur guten stunde einen scherz wagen durfte und es geschehen konnte und dass der erhabene herr mit seinem gesinde lachte bis ihm die hellen tränen über die backen liefen dass ich aber aus dem stalle und der gewehrkammer in das vorzimmer gelangte und mich zuletzt auf die schwelle der königlichen schlafkammer wie ein rüde betten durfte das gesah nicht sprungweise sondern allmählich von schritt zu schritte könig heinrich war ein gewaltiger nimrod der es liebte in gestrecktem jagen auf den fährten eines hirsches zu fliegen sein gefolge weit hinter sich lassend und der dann von wenig bedürfnissen wie er war bei einbrechen der nacht mit dem ersten besten lager vorlieb nahm da war ich auf meinem schnaubenden tiere mich dicht hinter ihm haltend oft der einzige in der nähe ihn zu bedienen und brachte ihn auch trunken zu bette wenn er nach dem schweiße der jagd dem becher zugesetzt hatte so gewöhnte er sich an meinen dienst und mich und wenn ich auch nicht mit bösen listen mich einschmeichelte war ich doch witzig genug geworden um mir mein gutes spiel nicht teppisch zu verderben dabei aber kam mir dreierlei zu gut daß ich weder nor manne noch sachse war daß ich von niemand als meinem herrn miet und gabe annahm einzig dem kanzler dem keiner etwas weigen durfte zu zeiten und unter umständen ausgenommen und das sich ohne gerade den dummen hans zu spielen mich etwas einfältiger stellte als ich von natur war und etwas neuer als mich die erfahrung gelassen hatte dergestalt fand herr heinrich ein wohlgefallen an meiner schwäbischen treuherzigkeit doch auch herr thomas half mir weiter in der gunst des königs dadurch daß er seine blicke gnädig auf mir ruhen ließ den der könig sah mit den augen seines kanzlers und dadurch daß er mir zuweilen ein scherzendes sinnvolles wort zuwarf welches er in seiner ehrerbietung an herrn heinrich nicht richten durfte und von welchem er doch wünschte daß dieser es vernehmen möge das wohlwollen des kanzlers aber fiel mir zu an einem tage da er und ich den finger an den mund legten im ersten jahre meines königs dienstes nämlich begabe sich das herr heinrich an einem schwülen sommernachmittage in seinem gemache sich zum schlummer gelegt hatte als der kanzler in dringenden geschäften ihn aufsuchte ich trat herrn thomas entgegen und flüsterte den finger auf die lippen legend herrlichkeit der könig schläft nun müsst ihr wissen ihr würdiger herr daß die heiden in granada vornehm und gering die fromme gewöhnung haben jedesmal wenn von schlummer und schlaf geredet wird hinzuzufügen gelobt sei der nicht schläft noch schlummert so tun sie es von kindesbeinen an ohne sich mehr dabei zu denken als wir schwaben bei unserm grüß gott da ich unter den heiden lebte hatte ich mir diesen spruch gleicherweise angewöhnt um mir auf eine unschuldige art etwas landesfarbe zu geben war ich nun selber schlummertrunken oder erinnerte mich der im verhängten zimmer noch blasser als sonst erscheinende kanzler an einen mauren oder tat ich es aus bloßer gewohnheit deren macht stark ist kurz ich sagte herrlichkeit der könig schläft gelobt sei der nicht schläft noch schlummert da lächelte der kanzler wieder seinen willen bis zuletzt die ganze reihe seiner perlen zähne schimmerte und fragte mich dann in ernsthaftem tone wie kommt ein deutscher zu diesem grüße ich erzählte ihm das erwachen des königs erwartend dass ich drei jahre in granada die bogner kunst erlernt hätte und erzählte ihm auch die geschichte des prinzen monschein das war freilich ein gewagter mutwille und hätte mir zu schlimm gereichen können aber die versuchung zu ergründen ob prinz monschein und der kanzler ein und dieselbe person seien und zu erproben ob der ewig ruhige nicht wenigstens diesmal sich überraschen lasse war für mich zu stark herr thomas aber verzog keine mine er hielt eine weile wie er zu tun pflegte die augen sinnend gesenkt dann erhob er sie auf mich und legte langsam den weißen finger auf den mund ich dagegen bog das knie vor ihm und meldete ihn an dem könige der in seiner kammer eben ein geräusch gemacht hatte da mich nun die beiden herren leiden mochten und mir gleicherweise trauten werdet ihr an das wunder glauben daß ich der seltenen gunst genoß hinter dem stuhle meines königs zu stehen wann er mit dem kanzler in staatsgeschäften zusammensaß herr heinrich ließ sich dann von mir einen perlenden weißen wein einschenken der aus frankreich kam während er mit listigen augen und innigem vergnügen den scharfsinnigen auseinanderlegungen und verwickelten schachzügen seines kanzlers folgte und dieser sonnte sich wie eine schlanke weiße schlange in den strahlen der fürstlichen gunst könig heinrich betrachtete den von ihm aus dem nichts gehobenen mit wohlgefallen als sein geschöpf aber das geschöpf ehrwürdiger herr war dem schöpfer unentbehrlich geworden und unterjochte ihn mit seinem sanften eigensinne oft habe ich dabei gestanden wenn der könig den kanzler dessen zur jagd gesattelte pferde schon im schloßhofe wieherten und stampften noch beim überschreiten der schwelle aufhielt seine rollen vor ihm entfaltete und den unbändigen durch den zwang seiner milden worte nötigte ihm gehör zu schenken und ich musste mich wundern wie er den stift in der einen und das pergament in der andern hand herrn heinrichs hingeworfenen bescheid wiederholte und entwickelte denselben in eine schöne geschmeidige rede verwandelnd daß es nur so strömte wie flüssiges gold auch deine rede strömt daß ich mich wundern muß stichelte der gebt raum meiner rede rief hand und laßt mich euch den wundersamsten mann beschreiben welchen die erde getragen hat das vorbild und die mode des jahrhunderts der vornehmste adel von engeland gab ihm seine söhne als edelknaben in die lehre und welcher jungherr den mit ritterschlag nicht von der hand des emporgekommenen sachsen empfangen hatte galt nicht für voll unter dieser hochmütigen und wegwerfenden jugend es hat mich oft ergötzt wann die schmuckten knaben welche ihre blühenden lippen nie mit einem englischen worte verunreinigt hätten an den farblosen des thomas beckett hingen dem freilich die französische herrensprache zierlicher vom munde klang als nicht einem unter ihnen wie sie sich jede seiner redensarten und wendungen sorgfältig merkten die feinheit seiner scherze bewunderten den schnitt seiner kleidung nachzeichneten und seine ruhige gebärde nachahmten als das höchste höfischer vollendung eines aber meine ich mangelte dem kanzler das ungestüm und die schärfe eines männlichen blutes nicht daß er feige gewesen wäre eine memme hätte sich keinen tag am hofe könig heinrichs gehalten denn die normannen sind kitzlich im ehrenpunkt wie kein anderer adel gleich fährt das schwert aus der scheide und verloren ist unter ihnen wer den stich eines blickes oder einer klinge nicht barieren und zurückgeben kann ob zwar ein halber kleriker war herr thomas in jeder ritterlichen übung und waffe wohl erfahren wobei ihm sein biegsamer wuchs zustatten kam und und zob wohl auch wenn es die staatsgeschäfte erlaubten mit dem könig zu felde ich bin einmal hinter seinen fersen eine sturmeiter hinaufgeklettert und habe ihn innerhalb der erstiegenen ringbauer jener französischen burg mit einem wütenden pikardenhand gemein werden sehen totenblaß in der tat und die zähne aufeinanderbeißend aber er täuschte die feindliche waffe und jagte dem recken richtig zielend das schwert durch das herz freilich um es dann als sein gegner in der lache seines blutes lag mit ekel und abscheu zu betrachten und wegzuwerfen bogner gib mir ein reines gebot er mir und doch war dieses schwert ein meisterstück fremder schmiedekunst das euch die maschen jedes panzers durchschnitt wie tuch ich habe es aufgehoben und lange jahre zu meiner eigenen sicherheit gebraucht herr thomas konnte kein blut vergießen in den bezirken seiner weiten besitztümer spielte und weidete das wild in den waldlichtungen wie im paradiese und wann er seine forste besuchte näherten sich die rehe und freuten sich ihm aus der hand zu fressen auch das todesurteil eines menschen vermochte er ohne erblassen nicht zu unterschreiben und eine hinrichtung wie solche in einem ordentlichen staatswesen häufig sind mit anzusehen überstieg seine kraft während mein herr und könig sich gerne herab ließ ihnen als die verkörperte gerechtigkeit vorzustehen oft gab es herrn heinrich zu lachen wann er mit seinem kanzler an einem rabensteine vorüberritt und herr thomas mit unlust das haupt abwendete nicht wegen der geister die dort heimisch sind denn der kanzler war ein ungläubiger mann sondern aus grauen wer einmal fallen ließ vor der gequälten menschheit deren zerrissene glieder dort auf dem rade zuckten sogar das urteil einer landkundigen und ihrer teuflischen frevelgeständigen zauberfrau und hexe zu unterschreiben weigerte sich der kanzler und setzte sich dadurch der sonst so kluge mann einer heidnischen laune wegen in widerspruch mit ganz enge land könig adel volk und pfaffheit das war die schwarze mary die in einem dorfe unfern von london ihr wesen trieb gewittert braute seuchen ausgehen ließ vieh und kindlein würgte bis sie zuletzt von einem geistlichen richte gefoltert und nachdem sie willig bekannt um ihre reuige seele aus dem ewigen brande zu retten zum zeitlichen feuer begnadigt wurde da geschah es daß der verzertelte kanzler die unholdin in ihrem eklen kerker aufsuchte und sich ihre verlassene jugend und den späteren umgang mit dem teufel erzählen ließ könnet ihr es mir nun glauben dass herr thomas der schwarzen mary die unter heißen tränen nach der reinigenden flamme schrie den satan auszureden suchte und ihr vorhielt sie betrüge andere und sich selbst und je handgreiflicher sie ihm alles schilderte um so ungläubiger wurde der heide herr thomas riß den prozeß vor dem könig dieser aber wollte nichts von gnade hören sondern sagte majestätisch kanzler ich bin das christliche gewissen von engeland ich kann nicht da sprach der kanzler gelassen was vermag ich gegen die hohe weisheit des jahrhunderts welche o herr die deinige ist und unterschrieb das todesurteil später als er den saal verließ wendete er sich zu mir der neben der schwelle stand und sagte die mary ist eine hexe wie ich ein heiliger alter hans es gibt augenblicke da mir gleichermaßen graut vor dem was die menschen sind und vor dem was sie sich zu sein einbilden die rede habe ich nie verstanden aber ich muss vermuten dass herr thomas in hochmütiger philosophie nicht an die künste satans glaubte als er nach die schwarze märie hinausgeführt und gerichtet werden sollte fanden sie ihren kerker leer und da herr heinrich mit drohendem finger den kanzler darüber zur rede stellte meinte dieser das sei ein blendwerk so gut wie alles frühere und damit war die sache abgetan später lief die rede die schwarze märie sei nicht mit solchem gestanke abgefahren sondern führe auf einer entlegenen meierei des kanzlers ein stilles und eingezogenes leben wenn sie aufrichtig in sich gegangen ist sei es ihr wohl gegönnt ich will euch nur gestehen daß auch mich ein mitleid mit der sünderin überfallen hatte als ich sie auf ihrem modrigen strohhaufen sitzen und unter den verwirrten strähnen ihrer haare hervor mit schwarzen ihren augen zu dem kanzler aufblicken sah als ich sie über ihre unbeschirmte jugend klagen hörte und über die unbild die man ihr angetan als sie noch unschuldig war wußte doch ich ein lied davon zu singen ihr seht nun herr denn ich habe es in meiner ehrlichkeit an den tag gelegt daß der kanzler als er die hexe besuchte mich als einen verlässlichen mann hatte mitreisen lassen der chorherr blickte den armbruster prüfend an du bist es hans rief er der das arge weib geflüchtet hat meint er wirklich herr versetzte hans und es war als ob er unter seinem barte den mund verzöge dann lenkte er seitwärts eine schlimmere hexe die zu jener zeit in england lebte konnte auch nicht verbrannt werden und aus triftigen gründen mein herr und könig war mit ihr verheiratet warum herr einrich mit frau eleanor in die ehe getreten war dem geschiedenen weibe des königs von frankreich das offenbart sich jedem der die weltkarte betrachtet und darauf die länder zählt die sie ihm zubrachte da ist cascogne saint ange und poitou mit unzähligen burgen und städten sie soll in ihrer jugend lieblich und bescheiden gewesen sein ich will ja diese märzblume nicht aus der krone nehmen zur zeit da ich das knie vor ihr bog hatte sie einen schwarzen helm von üppigen haaren und stete beschäftigte augen und stets gejagte füße auch hielt sie herr heinrich beiseits bald in einer abtei denn sie war zeitweise andächtig bald in einer abgelegenen burg mit wenig gesinde das zuweilen ein ehrgeiziger nachgeborener sohn oder ein eitler fahrender der mit einer vornehmen zu tun haben wollte vergrößerte der kanzler begegnete ihr wo er ihr nicht ausweichen konnte mit tiefer erbietung während ich glaubte dass sie ihm zuwider war denn er liebte an frauen das zarte und anständige so vergnügte er sein auge wenngleich der große falsche prophet den seinigen diese bildlichen ergötzungen untersagt hat oft an den weißen und ruhigen gliedmaßen der keuschen marmorweiber die er in seinen palästen aufgestellt hatte er hat wohl noch keine gesehen sie werden aus dem schutze zerstörter griechentempel hervorgezogen und der herr von byzanz hatte dem kanzler für eine politische gefälligkeit deren einige zugeschickt es sind tote steine ohne blick und kraft der augen aber betrachtet man sie länger so fangen sie an zu leben und nicht selten bin auch ich vor diesen kalten geschöpfen stehen geblieben um zu ergründen ob sie heitern oder traurigen gemütes sind an frau ellenor dagegen die nicht vor marmor war hatte der kanzler kein wohlgefallen und ihrerseits hasste sie ihn von herzen möglich daß er ja einmal wie der unschuldige josef den ägyptern seinen purpurmantel in den händen zurückließ denn sie hatte ob schon sie eine rechtgläubige war in diesem punkte habe ich ihr nie etwas nachreden hören eine anmutung zu den heiden und wie sie es denn auch vor zeit mit einem sarazenischen flaumparte gehalten hatte da sie ihren gottesfürchtigen ersten gemahl auf seiner kreuzfahrt nach dem gelobten land begleitete es kann euch das nicht unbekannt sein denn es ist über den erdkreis erschollen oder sie haßte ihn auch nur weil er sie auf allen ihren wegen im auge behielt als eine gefahr und drohende verwirrung des königreichs bedenket wohl lieber herr daß ihre drei länder den herrn heinrich gottfried richard und hans des königs vier söhnen als muttererbe zugehörten so bemühte sich die weisheit des kanzlers frau eleanor in erträglicher gangart und mäßiger zügelung zu halten nicht zu locker damit sie nicht durch die laune ihres heißen blutes schande über den könig und engelland bringe nicht zu hart damit sie sich nicht bäumte in jähem unmut und sich losreiße mit ihren ländern und söhnen diese söhne aber ließ herr thomas nicht von seiner seite und war ihnen ein zärtlicher vater und stündlicher lehrer wenn die natur der zucht nicht öfter spottete als er gehorchte die vier kinder von engelland hätten nicht ihresgleichen gefunden eine so große liebe und herrliche weisheit hat der kanzler an sie gewendet aber junker heinrich schätzte an ihn nur den wurf seines kleides und die edle beredsamkeit seiner gebärde denn er war ein gag und ein schauspieler junker gottfried dagegen vergaß über nacht was er gestern geliebt und geschworen hatte und konnte von unsteter art keine ergötzung und keinen ernst zu ende führen den dritten des königs richard das löwenherz hatte herr thomas besonders lieb und auch mir war er ins herz gewachsen das spiel seiner natur war ehrlich wie ein stoß ins hifthorn und überquoll wieder schaum am gebiss eines jungen renners da blieb kein widerstand man mußte ihm gut sein aber klugheit war nicht in ihm nicht eines pfennigs wert wie er denn auch zu dieser laufenden stunde für eine tat seines jähnen blutes unten in österreich eingetürmt liegt junker hans der vierte gott behüte meine zunge gegen ihn zu reden denn er steht jetzt zunächst dem throne aber einen nichtsnutzigeren böseren buben trug die erde nicht und diese meine hand hat mir oft gegen ihn gezuckt wenn er an mir oder einem anderen gottesgeschöpfe seine tücke ausließ wenn er mir eine kunstreiche armbrust mutwillig schändete oder stumme tiere marterte wie er lachte ich habe tag meines lebens auch in schenken und auf märkten nicht gemeiner lachen hören wißt der kanzler sah zuweilen nach wann ich die viere schießen lehrte und erzählte ihnen dann wohl während einer rast zu lust und warnung tierfabeln die mich als einen weidmann besonders ergötzten da redeten und handelten geflügelte und vierfüßige je nach ihrer natur oder wenigstens nach der art die ihnen von den menschen beigefügt wird auch dieses kluge spiel haben die araber erfunden um ungestraft die fehler ihrer machthaber unter der tiermaske zu tadeln und zu verspotten kam nun eines dieser fabelgeschöpfe zu schande und schaden im munde des kanzlers blumte braun der bär in die grube hing isegrim in der falle und dergleichen so schlug der kleine hans unversehen seine gellende teuflische lache auf daß ich obwohl mit seinem wesen vertraut zusammenschrak und der kanzler der doch ein freund der klugheit war das kind mit traurigen augen betrachtete aber er gab seinen ekel dem innerlich misschaffenen nicht zu fühlen sondern ließ sich mehr zu ihm herunter und bedachte ihn mehr als die anderen ich habe ihn auch wohl seufzen hören was sonst nicht seine art war wenn ich ihm eine frische missetat herrn hansens zu berichten hatte in wahrheit der reichskanzler liebte die königskinder wie seine eigenen und übel ward ihm vergolten jetzt komme ich zu reden auf ein geheimnis der ungerechtigkeit das zwar in keiner chronik wird verzeichnet stehen aber doch die grabschaufel ist die herrn thomas und herrn heinrich einem nach dem andern seine grube gemacht hat hans der armbruster faltete mechanische starken alten hände als hätten auch sie mit dieser schaufel gegraben fünftes kapitel jetzt da ihr einen einblick habt in herrn heinrichs haushalt fuhr hans der armbruster fort erkennt ihr von weitem daß er bei frau ellenor keine ruhe und kein vergnügen fand und dass er auf seinen kriegs- und königsfahrten häufige umschau hielt unter den töchtern seiner länder diesseits und jenseits des meeres ich will es euch nicht verhehlen dass ich ihn auf manchem ritte begleitet habe den ich als ein anfänglich unter geistlicher zucht gewachsener lieber unterlassen hätte und welcher mir zeitweilig die beichte erschwerte aber wollet bedenken daß der könig wenig sichere leute um sich hatte und ich durch meine treue auf geraden und krummen straßen hauszwist ja meuchelmord und giftmord verhütete denn frau ellenor war ein eifersüchtiger teufel ob sie auch selber ihrem eheherrn keine treue hielt sie bestach von herrn heinrichs leibknechten was sich bestechen ließ und dermaßen daß er seine absprünge alle bekannt wurden und sie ihre nebenbuhren in feindseliger mörderischer weise verfolgen konnte mehr als eine fand der könig tot oder sie verwelkte plötzlich in seinen armen so war es ihm billig zu gönnen daß er an mir einen verlässlichen knecht gefunden hatte eines tages begab es sich daß der könig mit wenig gefolge eine birsch anstellte in einem entlegenen forste wo er meines wissens sonst nicht zu jagen pflegte gegen abend überfiel uns ein flammendes wetter und trieb die herren auseinander ich aber hielt mich bei dem könig und fand für ihn schutz unter einem ausgehöhlten felsen wo er den wolkenbruch vorüber gehen ließ als die donner verrollt hatten und der regen kaum noch durch das laub der eichen schlug suchte ich den weg den wir gekommen waren fand ihn aber versperrt durch ein wirrsal abgerissener äste und bloß gewaschener wurzeln worüber die gelben wasser eines ausgetretenen baches sich wälzten ich ließ mein hifthorn schmettern doch von keiner seite kam antwort da befahl mir der könig nach derjenigen vorzuschreiten wo der wald sich lichte ich tat es und bahnte für ihn pfad mit dem jagdschwert bald sah ich die glut der sinkenden sonne purpurn vor mir auf den stämmen blinken ich wandte mich um nach dem könige er aber drang ungeduldig an mir vorüber der rötlichen helle entgegen so heftig dass ich mühe hatte ihm auf den fersen zu bleiben da sah ich ihn plötzlich den schritt hemmen am waldsaum stand er unter den tröpfelnden zweigen und lugte die augen mit der erhobenen rechten beschattend und unverwandt in die untergehende sonne hinaus ich hob mich auf den zehen und reckte das haupt über seine schulter empor und was ich erblickte erschien mir als eine verblendung und zauberei die in den nächsten augenblicken zerfließen müsse auf einer goldgrünen waldwiese stand ein schlösschen wie ich seinesgleichen wohl im königreich granada gesehen hatte es war von hohen glatten mauern aus gelbem steine umgeben über welchen eine kleine blau schimmernde kuppel emporstieg und schlanke dunkle baumspitzen ragten die ich zypressen genannt hätte wären wir unter einem südlicheren himmel gewesen das zierliche feste bauwerk war frisch und neu und glänzte im letzten lichte wie ein juwel der könig verlor kein wort sondern ging mit raschen schritten auf die schmale pforte zu und klopfte mit dem griffe seines schwertes an nichts regte sich drinnen nun begann auch ich gegen das holz des tief in einer mauerwölbung verborgenen tores zu hämmern da glaubte ich in der schmalen spalte eines seitenfensterchens ein altes gesicht erscheinen und verschwinden zu sehen und bald darauf wurden die riegel geräuschlos zurückgezogen ein grauer sachse öffnete und bog stumm und zitternd das knie vor dem könig sprach ihn herr richard an und fuhr ungeduldig lachend fort du wirst deinen könig doch nicht draußen stehen lassen ich bin naß und hungrig wem gehört denn dieser schmucke schrein dem kanzler oder stehst du nicht mehr in seinen diensten bei st jörg ich muß glauben der strenge herr habe sich mit einer waldfee eingelassen welche melusine hat ihm zu lust und ruhe dies dahin gezaubert flugs melde mich ihrer elfischen lieblichkeit nun erkannte auch ich den alten und erinnerte mich daß ich ihn einst in london mitten im trosse des kanzlers an unserer bogner werkstatt vorübertraben sah dort war er mir aufgefallen durch sein schwermütiges aussehen und seine schwarzen zusammengewachsenen brauen unter weißem haupthaar am hofe hatte ich ihn hinterherrn thomas nicht wieder wahrgenommen der sachse blickte den könig mit flehenden augen an und stammelte das könne ihm das leben kosten bei meinem königswort das soll es nicht mich kann das gebot das du erhalten nicht angehen drängte herr heinrich und setzte seinen fuß über die schwelle während er mir einen wink gab draußen zu verharren in seiner übergroßen bestürzung wußte nicht wohin zuerst sich wenden bis ihn mein herr mit majestätischen worten zurecht wies schließe dies tor und melde deiner herrin den besuch und die gnade ihres königs ich setzte mich wartend nieder und lehnte den rücken gegen die mauer mir war behaglich zumut in der abendkühle und die rast nicht unlieb das abenteuer schien mir ergötzlich ich lachte unter meinem bart über herrn heinrichs letzte erhabene rede und lobte es in meinem geiste daß der herr diesmal in anbetracht seines hungers und seiner tiefreifen jahre nicht als singender troubadour vor der pforte geblieben sondern der dame des schlösschens kurz und gut seine würde und königliche herrlichkeit offenbaren ließ ich elender tol als sich nach geraumer zeit die pforte wieder öffnete und herr heinrich aus dem bürglein trat war es obwohl das jahr in der sommermitte stand tiefe nacht geworden der sachse schritt uns mit der fackel den schmalen pfad voran auf welchem wir bald einen einsamen meierhof erreichten wo man uns pferde und einen führer gab als wir im frührot in das tor der burg einritten als welcher gestern der könig zur jagd gezogen war und ich ihm den bügel hielt gab er mir aus leuchtenden augen einen blick und während seine linke mir den mund zuschloß warf mir seine rechte eine mit edelsteinen besetzte spange zu die er sich vom hute gerissen das geld das er im beutel trug hatte er alles dem alten äscher in die hände geschüttet das war der anfang aber von der sonnenwende jenes jahres bis zu seinen fallenden blättern habe ich den könig oft durch ihren friedlichen forst begleitet und den riet häufiger noch allein gemacht um seinen besuch anzusagen oder die zeichen seiner brünstigen liebe seltene perlen des meeres und was der erdenschoss kostbares gibt seiner verborgenen buhle zu überbringen ohne dass ich diese je erblickt oder den burghof betreten hätte nur an der pforte verkehrte ich mit dem alten äscher der freilich jedes mal wenn er meiner ansichtig wurde erbärmlich seufzte aber weder den gehorsam weigerte noch je zurückwies was aus der königlichen hand auf seine seite schiel ich hatte strenges verbot auf diesen pfaden mich bei tageslicht blicken zu lassen auch gehörten sie zu den einsamsten die ich je geritten bin keiner lebenden seele bin ich darauf begegnet als es sei morgengrauen einem äsenden wilde und zweimal da ich mich verspätet hatte einsamen waldfahrern der mond hatte gewechselt seit beginn dieses abenteuers als eines tages mein brauner hans sich einen hinterfuß verstauchte ich liebte das tier wie einen bruder und blieb bei ihm in der meierei zurück bis ich um dasselbe außer sorge sein konnte dann schlug ich den rückweg zu fuß ein rasch eilte ich von hinnen es war klarer tag als ich in eine weite grüne von spottenden echostellen umgebende lichtung durchschritt an deren ende ein dort beginnender feldweg vom hufschlagen des pferdes erklang ich schlug mich schnell ins gebüsch und legte mich auf den bauch die augen spähend auf den langen wiesenpfad gerichtet und ich erblickte dort den arabischen schimmel des kanzlers von seinem herrn langsam und läsig gelenkt das schöne tier schnoberte wohl lüstig und zog mit geöffneten nüstern die morgenluft und den waldgeruch ein herr ich war nicht überrascht den kanzler auf diesen grünen wegen zu finden ich war darauf gefaßt seiner früher oder später ansichtig zu werden wie er diese straße fahre denn die zierfeste wurde von seinem knechte gehütet und ihre mauerische bauart die ausländischen bäume des burggartens das jagdfreie wild ringsherum hatten mich längst über den erbauern ins gewisse gebracht daraus hatte auch der könig am ersten tage erraten wer hier etwas liebes versteckt halte ich will mich nicht besser machen als ich bin es ergötzte mich diesen vater der weisheit und tiefen gelehrten auf etwas menschlichem zu betrefften und dass ihm herr heinrich der einzige der es ungestraft tun durfte ins gehege gekommen das ließ mich an sicherheit lachen auch ist es seit grauen zeiten angenommen daß in buhlschaft und liebeswette kleriker und gelehrte ausgestochen werden von fürsten und kriegsleuten sicherlich jedoch ließ ich von meiner wissenschaft gegen herr heinrich nichts merken weder mit einer schlauen anspielung noch mit einem lustigen gesichte denn es gibt grenzen herr im gefährlichen umgang eines knechtes mit einem könig selbst dem leutseligsten in der stille meiner gedanken ergötzte mich ein tun das sie für einen fürstlichen mutwillen hielt aber ich verwickelte mich in einen greuel und in eine torheit die herrn heinrich die krone das leben und wehe seiner seele seligkeit gekostet hat versteht herr ich meinte der kanzler hätte sich eine reife süße traube aus irgendeinem besonderen aquitanischen weinberg in seinen englischen nebel herübergeholt und wenn er nun an ihr die faulen beeren entdecke schieb er sie gleichgültig und höchstens als ein zärtlein zärtling mit etwas ekel auf die seite schon sah ich ihn wie er seinen könig und schöpfer als nebenbuhler findend mit einer höfischen leise verächtlichen mine aus den schranken trat der gestalt gewahrte ich in diesem verrate wenig übel und keine gefahr mit schadenfroher neugier blickte ich aus meinem versteck zu den langsamen reiter hinüber der seit wenigen tagen aus canterbury zurückgekommen war wo ihm die pfaffen des königs zu tun gegeben hatten und der jetzt seine nächte in windsor über den während seiner abwesenheit liegen gebliebenen geschäften zubrachte bei dem gleichmäßig milden scheine einer griechischen ampel schrieb er unermüdet so daß der könig wenn er aus unruhigem schlafe auffuhr über den hof hinweg den für ihn und das reich sorgenden erblicken konnte aber ist er's ist dies der verschlossene kanzler mit den kaltprüfenden blicken und staatssorgen fragte ich mich verwundert oder ein andächtiger ritter und pilger nach dem heiligen grabe ihr kennet die meer von dem kelch mit dem kostbaren blute der unter süßem getön vom himmel sinkend auf mont salvatsch sich niedergelassen hat in den blassen träumenden zügen lag eine selige güte und das antlitz schimmerte wie mond und sterne sein langes gewand von violetter seite floss in priesterlichen falten über den bug des silberfarbenen zelters der sonst nach dem feurigen schalle der zinken und pauken zu tanzen gewöhnt heute langsam den weichen pfad beschritt und den zierlichen fuß hob wie nach dem tone der flöten welche die verborgenen waldgötter spielen ich entsetzte mich ob der frömmigkeit mit welcher der scheinheilige auf sündige buhlschaft ritt ganz anders als mein fürstlich frecher und minnedurstiger herr und doch übermannte mich ein mitleid mit dieser getäuschten andacht und dann eine plötzliche furcht der blasse dort dessen wesen mir von jeher eine mir ungewohnte scheu eingehaucht hatte möchte den raub seines heiligtums an uns meinem könig und mir insgeheim aber unerhört und grausam rächen in diesem augenblicke zeigte sich die senkrechte tiefe staatsfalte wieder zwischen den feinen brauen des kanzlers herr thomas trieb sein pferd an nicht von ungeduld befallen sondern von einer aufsteigenden sorge wie mir schien wieder stand die sichel eines neuen mondes am himmel als ich zum andern male auf diesen wegen vom tag ereilt wurde der könig hatte gegen mitternacht von seiner buhle abschied genommen denn es stand eine reise nach der normandie bevor mich dann aber an der grenze des forstes angelangt wieder zurückjagen lassen mit der botschaft er begehre sie noch einmal zu umfangen und werde morgen wiederkommen nach ausgerichtetem auftrage ritt ich müde und schläfrig durch den schon herbstfeuchten wald zurück während mein schreitender gaul die gelben blätter von den zweigen strich hatte ich trübselige gedanken über die vergänglichkeit des irdischen wesens wie sie mir gewöhnlich sind wann ich die bleichen lichter der zeitlosen auf den wiesen erblicke ein helles gewirr in nächster nähe erweckte mich aus meiner schwärmerei nach einer wendung des pfades erblickte ich einen gesattelten gaul der an das gehege des meierhofes gebunden stand ich gleite vom pferde führe es ins dickicht und spähe geräuschlos zurückgeschlichen über den hohen zaun des gehöftes drinnen verkehrte mit dem ihn misstrauisch betrachtenden meier ein hagerer geharnischter gesell der mir erst den rücken zuwandte dann aber mitten im gespräch rasch den kopf wendend gerade in der richtung des schlösschens den scharfen hakens eines raubvogelgesichtes zeigte ich erkannte den geier suchte meinen gaul und setzte ihn in galopp niemand anders umkreiste das lustrevier meines königs als der nomine malerbe mir verhaßt er seit hildes entführung als jener kriegsknecht auf dem passionsbilde zu allerheiligen welcher unserem herrn und heiland ins gesicht speit und gegen den ich schon auf kindesbeinen einen besonderen grimm verspürte der kanzler hatte den verworfenen aus seinem gefolge entfernt und es verlautete er habe frei frau ellenor dienst und kunst gefunden ich sah was da bevorstand erfuhr frau ellenor das versteck der waldfee so verwettete ich keinen pfennig auf ihr zartes leben als ich dem könige von dieser schlimmen begegnung bericht gab schoss ihm das blut dunkelrot zu kopfe vor zorn und liebe wir müssen mit der kleinen dame über mehr sagte er und runzelte die brauen und zur stunde bevor da habe ich die taube zerfleischt er befall mir auf den abend drei gesattelte rosse und für ihn eine unscheinbare tracht bereit zu halten es war schon dunkel als der erst spät vom kanzler freigelassene herr mantel und kappe ergriff und sich zu pferde warf nach einer stunde scharfen ritt es schon fast auf der hälfte des weges winkte er mich an seine seite und sagte mir ich kehre in der frühe nicht mit ihm zurück sondern habe morgen in dem schlösschen zu bleiben und die herrin mit einer zofe nach eingebrochener nacht auf seine nächste burg zu bringen von wo er sie werde über mehr geleiten lassen rasch waren wir am ziel der herr fand für seine haupt einen weichen pfühl und ich am fuße der mauer einen harten den sattel meines pferdes dem ich mit den zwei andern eine nächtliche freie weide gönnte als sich die nebelfeuchten wipfel des waldes vergoldeten und ich eben die drei tiere wieder angefangen hatte trat der könig aus der pforte und an seinem arme hing ein liebliches geschöpf nicht über fünfzehn jahre alt das schönste mädchen haupt das ich je erblickt habe lehnte an der schulter des königs und heftete auf seine lustrunkenen augen zwei flehende und furchtsame rabenschwarze haare von einem goldenen stirn reif zusammengehalten flossen aufgelöst über die zarten schultern und hüften nieder bis fast zur erde sie war in tränen und sprach ihr mut ein ich lasse dir diesen hier er ist mein treuer knecht und wird sich hüten wie seinen augapfel lass dich heute abend ohne furcht zur rosse heben es muss sein ich will es grace ein kurzes und wir sind unter einem warmen himmel wieder vereinigt er küßte sie schwang sich zu pferde und sprengte von dannen während ihm das kind mit beiden armen grüße nachsendete mir aber war alles blut aus dem herzen gewichen die wahrheit durchfuhr mich wie ein scharfer strahl vernehmt es der könig hatte den kanzler nicht bei einer prächtigen und ehrgeizigen schönheit ausgestochen leib und sünde er hatte sich an des thomas becket unschuldigem kinde vergriffen wisset gnade wie sie der könig genannt hatte war des kanzlers leibhaftiges ebenbild soweit ein junges unwissendes antlitz seinen erkälteten und welterfahrenen gleichen kann der edle zug seiner brauen seine dunklen schwermütigen augen das ernste lächeln seines mundes die sanftmut seiner gebärde da war kein zweifel gnade zu jung um des kanzlers schwester zu sein war sein eigen fleisch und blut herr heinrich ein christlicher könig hatte schlimmer als heidnisch an einer unmündigen seele und einem kaum reifen leibe gesündigt obgleich ein armer knecht zürnte ich mit meinem herrn und meine fäuste ballten sich als hätte man mir das eigene kind zerstört also bald ergriff mich auch eine große kümmernis und ich hätte blutige tränen weinen mögen daß mein könig den ich lieb hatte durch den mord der unschuld dem göttlichen zorn herausfordere ich suchte den hohen herrn zu entschuldigen mit seinem starken blut seiner allmacht seinen blinden unklugen stunden doch vergeblich es klang mir in den ohren dein herr hat eine todsünde begangen meine sinne öffneten sich ich sah gnades schutzengel der sich aus betrübnis und scham mit beiden händen ein weißes tüchlein vor das gesicht hielt und hörte die posaunen des gerichtes mächtig erdröhnen doch ich nahm mich zusammen die zwei tiere zwischen denen ich stand wurden unruhig ich fasste sie fester und meine verzückung wich das kind des kanzlers war in der burg verschwunden äscher stand allein im torweg und winkte mich zum ersten male in sein kleines in die dicke ringmauer hineingebautes wächterstübchen er sah scheu und elend aus und war so zerfahrenen gemütes daß er vergaß mir die speise und den trank vorzusetzen denen ich nach meinem schrecken wahrlich bedürftig war während ich mir selbst zu einem brote verhalf und den weinkrug aus dem wandschrank nahm gestand er zögernd die von meinem könige befohlene flüchtung der schönen gnade werde nicht ohne gefahr sein er habe seinem herrn dem kanzler in aller treu und redlichkeit berichtet das waldschloß werde von dem normannenmalerb seit mehreren tagen belauert und umkreist er erwarte stündlich den kanzler der mit bewaffneten anlangen und eine besatzung hinter diese mauern legen werde hätte ich doch dem teufel widerstanden jammerte er in elender reue und meinem herrn gleich den ersten besuch des deinigen geoffenbart mein leib wäre draufgegangen jetzt habe ich auch meine seele verkauft aber woher den mut nehmen mich der höchsten gewalt zu widersetzen verwirrender schrecken wandelt vor deinem könige heer fluch über die stunde meiner geburt alles selbst die kenntnis des guten und bösen haben uns diese normannen geraubt aber auch mein herr der kanzler trägt eine schuld er welcher die verkörperte weisheit ist hat gnade schlecht erzogen glaubst du mir spogner kein kruzifix kein messbuch keinen heiligen halten wir im hause außer einem geringen sankt josef dort in der bauernische für uns dienstleute mit arabischen lettern bedeckte pergamente brachte er dem kinde heidnische märchen die den grausamen weltlauf zu einem süßen abenteuer verfälschen und das kindergötzte sich bei tag und nacht an diesem schönen lug und trug auch mona lisa die welsche lautenspielerin ihre zofe hat den kanzler in gedanken oft darüber angeklagt die ärmste sie hielt den gang des königs knieend auf aber er füllte ihr die hände und schob sie beiseite bei den weibern ist ein gebieter ein so herzgewinnender herr als für uns ein grausamer könig so wurde die torheit begangen während der greise sachse als unbänglich und unnütz jammerte hatte ich mich nach und nach mit trank und speise gestärkt und in meinem gemüte ermuntert hans sprach ich zu mir sei kein altes weib nimm dich zusammen unheil ist geschehen aber noch ist eine möglichkeit daß es zum bessern umschlage wer weiß ob königin elenor nicht vor ihrer zeit mit dem tode oder nach ihrer zeit mit einem fahrenden abgeht so würde der herr frei und machte seine gnade zur königin ist sie doch zwiefach aus fürstlichem geblüte besorge du das heutige und bringe das kind übers meer wisset herr das sagte ich um mich zu trösten aber glaubet mir alle meine im herrn dienst schwer erworbene habe meine kunst und die hälfte meines blutes hätte ich daran gegeben um herrn heinrich von seiner tat und mich von meiner dienstleistung dabei loszukaufen diese sünde sank so schwer in die göttliche waagschale dass ihr gewicht den herrn und den knecht wohl erdrücken konnte herr heinrich hatte den glauben eines kindes missbraucht gnade war von beiden eltern her heidnischen blutes und die unterwürfigen arabischen weiber beugen sich vor dem zepter bis in den staub der könig ist ihnen an gottes und an gesetzes statt und mehr als vater und mutter so begriff ich daß gnade das böse geheimnis des königs vor dem vater bewahrt hatte wie heiß und unbesonnen musste der kanzler sein töchterlein lieben um es der sonst nach allen seiten umblickende und das keimen der dinge belauschende in seine und damit in die nähe des normannischen hofes gebracht zu haben so klügelte ich weiter und wie schwer wird er es bereuen doch ich raffte mich schleunig auf um das nötige zu beschicken ich nahm drei runde brote unter den arm und führte meine zwei rosse die draußen angebunden standen in eine nahe waldschlucht neben ein klares fässerlein speiste sie ließ sie saufen und knüpfte ihre zügel an zwei fichtenstämme es tat mir wohl für zwei kluge und treue geschöpfe zu sorgen die nichts wußten von verrat und sünde als ich aus der schlucht wieder emporstieg schreckte mich ein hornruf der aus einer andern ecke des waldes erscholl und auf welchen das flattern eines tüchleins von der die blaue kuppel umgebenden zinne antwortete schleunig durchalte ich den mich von der burgmauer trennenden raum und schlich in ihren schatten gedrückt nach der pforte durch die mich der erbleichte äscher zitternd hineinzog seine kleine pförtnerstube blickte durch drei schmale lücken in das freie in die torwölbung und in den burghof wohl ein dutzend reise gesprangen aus dem walde voran der kanzler den ich an seinem wunderschlanken arabischen grauschimmel erkannte und an der feierlichen art wie er ihn lenkte er war in voller rüstung und mit gesenktem visier vor dem tore wo sie abstiegen ließ er von einigen die tiere in der richtung der meierei wegführen die übrigen folgten ihm nicht zu meiner freude durch die pforte und erhielten im hofe den befehl sich ringsauf die mauerzinnen zu verteilen ich hatte meinen standort gewechselt den kanzler im auge behalten dem jetzt äscher rechenschaft abzulegen schien und der dann in der burgwohnung verschwand der alte pförtner trug den schlüssel meines versteckes am gurt ich war in der falle und legte mich auf die lauer mir gerade gegenüber in der mitte des burghofs stand der kuppelbau von dem halbrunde seiner mit immer grünen üppigen sträuchern bewachsenen terrasse umgebend nach einer weile trat herr thomas gnade an der hand haltend durch die hohe bogentür und ließ sich mit ihr auf einer weiß schimmernden marmorbank nieder neben einer rotgeädelten schale über welcher emporschießende wasserstrahlen sich in der luft kreuzten und aus solcher nähe blickte ich in die besorgte aber nicht argwöhnische mine des herrn und in gnades rätselhaftes gesichtchen das sich plötzlich den kopf zurückzog obgleich die mauer durch die ich auslugte außen von eppich übersponnen war jetzt winkte der kanzler die zofe welche mit gesenkten augen unter der tür stand hinweg wohl jene weltsche mona lisa deren tugenden ich eben aus äschers mund kennengelernt hatte eine weile saßen sie schweigend und grace blickte um den väterlichen augen auszuweichen in das perlende wasser ende des ersten teiles von kapitel fünf konrad ferdeland meyer der heilige diese librivox aufnahme ist in der public domain zweiter teil des fünften kapitels dann begann der kanzler in arabischer sprache mein kind du wirst nur noch wenige tage hier bleiben und es ist nicht unmöglich dass du in dieser kurzen zeit noch durch einen überfall geängstigt wirst aber fürchte dich nicht ich lasse dir zehn tapfere leute welche diese mauern gegen feindliche überraschungen zu halten vollkommen im stande sind du wirst dich nach und nach an waffenlärm gewöhnen müssen mein scheuer vogel das ist das los jeder burgfrau in der willkür und zuchtlosigkeit dieser tage und es ist die zeit gekommen dass ich mich von dir meine wonne trenne und dich vermähle nicht zwar unter diesem feuchten himmel sondern jenseits des meeres in einem sonnigen land von milderen sitten wenn es sein kann und dich dein stern dahin führt nicht weit von deinen pflegeeltern im poitou du gedenkst doch immer noch des ehrlichen gallas dem sie weil er arabisch versteht nachreden daß er aus maurischem geblüte stamme aber sein vater unser betet nicht anders als wir beide ist doch kaum ein jahr vergangen dass der alte dich hierher bringend mit tränen sich von dir getrennt hat ich weiß nicht ob es gut war sagte er die stirn faltend sollte ich mich vorfort wie sich selbst entschuldigend der gräß schwieg nicht eine kurze spannen eines lebens an deiner keuschen jugend ohne teilung erfreuen doch nun ist die letzte frist verflossen die ich mir gönnen konnte und der augenblick des scheidens ist da ich darf dieses liebe haupt nicht gefährden und er legte ihr die schmale hand auf den scheitel der herr verreist morgen nach dem festlande und ich folge ihm in wenig tagen du aber begleitest mich dicht verschleiert mit deinen frauen und weichst nicht von meiner seite bevor ich dich in die hut eines tapferen und feinen mannes gebe der könig wird mir doch einen tag wenn er von seinen unreiden an freuden trunken ist für meine reinen gönnen dieser könig sagte er mit verächtlichen lippen als er blick er ihn leibhaftig vor sich wahrhaftig ich wunderte mich ihn so reden zu hören erschrick mir nicht fuhr er fort denn graces hand die er fest hielt zuckte in der seinigen ich verstehe zu wählen ich werde zusehen wem ich dich anvertraue und auch aus der ferne meine hand schirmend über dir halten denn ich bin mächtig in allen normänischen landen und in ein kloster begehrst du dich nicht einzuschließen nein sagen mir deine blicke du hast keine sünde zu büßen und licht und sonne nötig wäre der weise herr thomas nicht in seinen eigenen gedanken befangen gewesen er hätte die seelenangst seines kindes bemerken müssen aber seine augen waren gehalten und gnade die nach worten rang brachte endlich ein schwaches flüstern hervor wer ist es vater der mich hier gefährdet wer wiederholte der kanzler mit leise bebender stimme und wie mit dem entschlusse seinem kind den lauf und die bosheit der welt nicht länger zu verbergen sagte er ohne hehl eine besudelte königin sie hasst mich ihre späher haben ihr von deinem dasein berichtet und ich will nicht daß frau ellenor von dir wisse und an dir herumrate ihre gedanken schon verunreinigen grace erblasste woran ich ersah dass herr heinrich vor ihr sein eheweib an dem nichts zu rühmen war klüglich mochte beschwiegen haben sie raffte sich aber zusammen und flüsterte wieder so sprach es du mein herr und vater nicht immer hattest du nicht beschlossen mich einst vor das angesicht des königs zu stellen und rühmt es du nicht seine gunst als die eines gütigen und majestätischen herrn auch herrn richard hast du vor mir gelobt sprach ich so erwiderte herr thomas ernsthaft versprach ich töricht und beirrt von meinem väterlichen wohlgefallen an dir ich habe mich eines besseren besonnen jene eitle rede sei verweht wie die luft in der sie verhalte du darfst nicht an diesen hof diesen pesthauch wo nichts reines gedeiht aber in einem sprichst du recht dem könige gebührt ehrfurcht und gehorsam doch genug meine stunde ist um übergib dich kindlich und ohne weiteren gedanken meiner sorge meinst du dass ich dich liebe unermesslich mein einziges mein alles und er drückte ihr einen sanften kuss auf die stirne herr thomas hatte sich erhoben er ließ seinen prüfenden blick rings über die zinnen gehen ob jeder seiner reisigen den befohlenen posten ware und so durchdringend war dieser blick dass ich mich in meinem dunklen versteck auf den boten gleiten ließ und nur noch die worte vernahm in drei tagen denn bereite dich auf wiedersehen und den an den anführer der zehn gerichteten befehl du lässt es mir niemand ein noch aus bei deinem eigenen leben als ich mich vorsichtig wieder in die höhe richtete war die marmorbank leer thomas beckett mit seinem unglücklichen kinde war verschwunden mir hatte geschaudert da ich den mann welchen ich als allwissend kannte zum ersten mal als einen getäuschten und betrogenen erblickte entsetzen kam über mich dass der väterliche glaube an die teure unschuld eines kindes dem teufel dazu hatte dienen müssen den scharfblick des klügsten zu blenden und durch eine vollkommene rüstung den vergifteten pfeil zu treiben nach einer weile wurde draußen die arabische stute des kanzlers vorgeführt herr thomas verritt und der schnüssel knarrte in der tür meines gelasses escher starrte mich mit seinen hilflosen matten augen an ich sah dass er völlig haltlos war und ergriff die herrschaft geh hinüber sagte ich bringe mona lisa der lauten spielerin im namen des königs den befehl sie habe sich bei todesstrafe mit ihrer jungen herrin reise fertig zu machen und diese nacht im torgewölbe sich einzufinden sobald deine ampel erlischt geh er kam mit der antwort zurück die welsche leiste gehorsam ich hieß ihn da es dämmerte sein licht anzünden und sich die kreide in der hand vor seine rechentafel setzen wenn etwa eine auf der gegenüberliegenden zinne auf und niederschreitende wache einen misstrauischen blick in das helle fenster schickte und warf mich in eine ecke auf sein lager denn ich war nach der spannung des tages der ruhe bedürftig aber der stöhnende alte verdross mich mit seinem ängstlichen gemurmel und seinen eintönigen selbst anklagen ich gebot ihm ruhe und fand doch den schlaf nicht wie es denn grausamer weise geschehen kann dass während das herz von angst zusammengepresst ist die kalten gedanken unermüdlich und gleichgültig ihren besonderen weg wanden arbeiteten die meinigen daran herum aus welchem grunde der kanzler sein unseliges kind habe grazia nennen müssen ob der gnädigen bekehrung seiner so getauften mutter zu ehren oder einer heidnischen anwandlung nachgebend weil grazia wohl die himmlische gnade bedeutet die gott uns allen schenken möge aber ebenso gut die feinste blüte menschlicher art und anmut weiter gab es mir zu denken daß herr thomas gnade von seinem liebling richard erzählt und sich also wohl eine weile in dem sträflichen ehrgeiz gewiegt hatte sein kind an herrn heinrichs hof und zu fürstlichen ehren zu bringen darüber entschlummerte ich und der traumgott betrug mich mit allerhand kaukelspiel es ist ja bekannt daß geträumte trauer freude bedeutet geträumte lust tränen mir war als drehte ich wieder aus dem walde hinteren herrn heinrich dessen antlitz sich plötzlich verjüngte und in das seines sohnes richard verwandelte der unbändige königssohn pochte an das tor des waldschlosses und zertrümmerte die pforte mit einem schlag seiner gepanzerten faust aber der treue äscher warf sich ihm dreist in den weg und mona lisa zürnte in tugendhaften tränen doch siehe da trat der kanzler gnade an der hand haltend aus dem innern des schlosses und die rechte richards ergreifend führte er die beiden unter die wölbung der bäume diese aber verwandelte sich in die wölbung der halle von windsor vor heinrich und ellenor die elterlich blickten kniete das von schönheit duftende brautpaar pauken und drometen schmetterten ich warf meinen filz in die luft und schrie lang lebe prinz richard und prinzessin grazia darüber erwachte ich und hörte den fahlen sünder äscher gebete murmeln und an das fenster tretend erblickte ich das licht in die burggemach mona lisa mit dem unreifen kippsweibe eines alten königs auf das erloschenen erlöschen meiner ampel harrte es war eine böse nacht die schlimmste meines lebens am himmel wanderten schwarze lange wolken und bedeckten die wachsenden mondsichel mit ihren schleppenden gewändern eben verhallte auf den zinnen der schritt der runde ich löschte die ampel wir haben zwei rosse äscher sagte ich du setzest mona lisa auf das deinige wir tasteten uns die wendeltreppe hinunter im torwege standen zwei verhüllte frauen eine von ihnen die schlanke dicht verschleierte ward von schluchzen erschüttert ich zog behutsam die regel zurück schlich aus dem tore und spähte über mich mir war als hörte ich auf der mauer die sehne eines bogens spannen aber es regte sich nichts weiter ich musste mich getäuscht haben drei vaterunser lang ich habe in meinem leben keine inbrünstigeren gebetet wartete ich ein bracke heulte dann wurde es wieder still ich holte die zitternde gnade hob sie auf meinen arm und lief mit ihr was ich konnte dem walde zu plötzlich wurde es licht und lichter um uns ein wolkenbild ward vom winde so hastig getrieben dass der mond aus seiner schleppe hervorrollte ein pfiff und ein sausender schwung hätte doch der pfeil mich getroffen das leichte wesen in meinen armen ergriff krampfhaft meinen hals warmes blut überströmte mich und die hervordringende spitze des pfeiles der dem kinde des kanzlers die kehle durchbohrt hatte ritzte meine wange ein ersticktes röcheln und es war mit gnade zu ende ich ließ die junge leiche der mir auf den fersen folgenden mona lisa in die arme gleiten und während das leichtsinnige weib ein durchdringendes geschrei ausstieß erreichte ich den wald von pfeilen um schwirrt und gefolgt von dem keuchenden atem äschers ich hatte mich auf das eine rost geschwungen äscher auf das andere wir brausten über den nächtlichen waldweg und ich und äscher der im sattel wankte wir drückten unsere häupter in die fliegenden mähnen der pferde damit wir nicht abgestreift würden von den kahlen ästen welche als trauerten sie schwarz und tiefer als sonst herabhingen doch wir erreichten glücklich die mondhelle große lichtung an deren ende der weg sich senkt hier flogen unsere geängstigten tiere da hörte ich einen misstönigen schrei hinter mir ich wende mich und sehe äschers rappen sonst ein frommes tier bolzgerade aufsteigen mit gesträubten mähnen und plötzlich in wilder angst sich rückwärts überschlagen ein vorüberhuschender weißer schein hatte ihn erschreckt es mag eine blanke hirschkuh gewesen sein wie sie der kanzler der seltenheit wegen in seinen gefriedeten forsten hegte neben einem haufen feldsteine wälzte sich das ross und lag ein toter mit entstelltem gesicht da stieg mir das haar zu berge ich trieb mein tier an ohne mich mehr nach dem verendenden rappen noch dem gerichteten ungetreuen knechte umzusehen ende des fünften kapitels sechstes kapitel ich wandte mich nach dover um herrn heinrich über das meer in die normandie zu folgen doch widrige winde hatten ihn aufgehalten ich fand ihn noch dort und die stunde in das unheil zu berichten traf mich früher als ich geglaubt und noch auf englischem boden der herr brach in schwere jammertränen aus und verschloss sich in seiner kammer ich aber legte mich auf die schwelle meines königs wie ich von jeher in gefahrvollen stunden zu tun gewohnt war drinnen floh ihn der schlaf und ich hörte ihn nächtlicherweile mit harten tritten auf und niederschreiten dazwischenweg klagte er erbärmlich und redete zu sich selber laut und ungestüm so daß ich seine von seufzern unterbrochene rede wohl vernehmen konnte war sie nicht meine wonne klagte er ich hätte mein zartes lämmchen auf eine sichere weide gebracht aber was kann ich gegen die böse art meiner königin und die dummheit meiner knechte was kann ich gegen die tücke des schicksals mir und dem kanzler uns beiden ist auf der waldwiese groß herzeleid gewachsen aber ich will ihm mein gemüt schreiben er soll es wissen dass ich ihn mit gunst und gnaden überschütten will mehr als je zuvor und dass er meinem herzen und meinem throne für immer der nächste bleibt gegen morgen wurde er ruhiger und im ersten frühlichte rückte er sich tisch und sitz zurecht und schien einen brief zu beginnen je und je einen satz vor sich hermurmelnd bevor er ihn niederschrieb zuletzt hörte ich seine siegelschweren ruck er rief mich und übergab mir ein schreiben dieses hast du in des kanzlers eigene hände zu legen sagte er suche ihn bis du ihn findest der gestalt fuhr der könig über mir ich mit meinem brief nach london und der war keine leichte bürde das dürfte mir glauben ob ich auch im gehorsam meines herrn gehandelt war mein gewissen schwer bedrückt und hatte ich eine heilige furcht vor den kanzler zu treten denn dieser musste jetzt die wahre ursache von gnades untergang ans licht gezogen haben in london wo ich ihn zuerst suchte war er nicht auf welchem seiner vielen schlösser er sich befinde konnte oder wollte mir sein städtisches gesinn nicht sagen ich hatte es auch nicht nötig denn ich wusste es auf einem frischen pferde jagte ich am hellen tage was war noch zu verbergen denselben weg den ich oft genug im dämmer und mondlicht gemacht hatte der glas die himmel schimmert über den gelben baum kronen zwischen den hier und dort schon entlaubten zweigen das herz pochte mir wie ein hammer als ich das schimmernde schlösschen erblickte und vom pferde springend die sonst sowohl verschlossene pforte weit offen stehen sah kein türhüter fragte nach meinem begehr im burghof war es still nur der wind flüsterte in den immergrünen zweigen des fremden holzes und der springbrunnen spielte plätschernd mit seinen goldenen kugeln ich hielt den fuß an mich nach einem lebendigen wesen umschauend da ward ich eines weibes gewahr das an der gartenmauer vor einem dort eingefügten heiligen schreine kniete sie hielt das haupt in beide hände versenkt und bemerkte mein kommen nicht ich aber berührte mona lisa hart an der schulter sie fand sich erschrocken und starrte mich mit von tränen geröteten augen an dann bedeutete sie mich mit beiden händen schleunig zu entweichen da wies ich ihr den brief und verlangte als bote des königs unverzüglich vor den kanzler geführt zu werden zitternd aber ohne widerrede stieg sie die stufen zu den gelblichen säulen des kuppelbaus mir voran und öffnete die tür sie liegt in der kapelle ich habe sie noch geputzt wie eine königin sagte sie furchtsam und verschwand ich trat in den heiteren raum einer von oben erleuchteten kleinen rundhalle rings der mauer entlang lief ein kostbares polster und in der mitte stand ein vergoldetes gitterhaus voll geflatter und gezwitscher bunte fremdländische vögel spielten da unter zwergpalmen aber nirgends war ein menschliches wesen das sich daran gefreut hätte ich schritt über die farbigen figuren des mosaikbodens nach einer schmalen marmortreppe die zu einer bogenpforte führte öffnete und schlug scheu die ihnen darüberhangende damastecke zurück mir wurde ein anblick der mir das wort auf der lippe bannte und den atem in die brust zurückdrängte ich schaute in das halbdunkel der burgkapelle aber da war kein kruzifixus und kein ewiges licht und statt eines heiligen leichnams unter dem altare lag in seinem schreine vor demselben ebenso reich geschmückt die tote gnade ein lichtstrom der durch das einzige hochgelegene fenster sich ergoss beleuchtete ihre überirdische schönheit ihr haupt ruhte auf einem purpur kissen und trug ein krönchen von blitzendem edelgestein der zarte körper verschwand in den von goldstickerei und perlen starrenden falten ihres über die wände des schreins ausgebreiteten gewandes die kleinen durchsichtigen hände lagen auf der brust gekreuzt und hielten keusch den schwarzen schleier ihres haares zusammen der vom scheitel fließend die zarten wangen einrahmte und die zwei wunden des halses bedeckend sich unter dem blassen marmorkreuz ihrer arme wieder vereinigte neben dem lieblichen todes antlitz aber lag ein anderes hingesunken von demselben sonnenstrahle gebadet lebloser und gestorbener als das der leiche ein antlitz über das die sterbenot der verzweiflung gegangen und von dem sie nach getanem werke wieder gewichen es war der kanzler der mit zerrauftem haar und mit aufgerissenem gewande neben dem sarge lag die arme auf den rand desselben stützend lautlose stille herrschte nur ein laub geflüst erregte sich im offenen fenster und leichte blätter schatten tanzten über das purpurkissen und die beiden angesichter ich weiß nicht wie es geschah daß mir in dieser bangen stunde das maurische wesen in granada durch den sinn fuhr ich erzähle euch die sache eben wie sie war was immer es sein mochte die einflüsterung eines lichten oder eines schwarzen geistes ich wurde getrieben in arabischer zunge einen vers des korans auszusprechen gott der heilige rechne es mir nicht zu der anblick der erblassten gnade mag mich an das paradies der ungläubigen und seine engel erinnert haben der heidnische spruch aber lautete so schön sind sie und lieblich ja sie sind schön wie lilien und jahrzinten sie senken die lieder und ihr reines antlitz hat die blässe des straußeneis das im sande wohlgeborgen ist kaum war der spruch meinen lippen entfahren so ging mit dem gesichte des kanzlers eine veränderung vor es glitt eine bewegung der freude und liebe darüber hin er wandte sich langsam zu dem der ihn mit diesem koran vers getröstet hatte ich nahm den augenblick war nahte mich ihm bog das knie und überreichte mit banger furcht den königlichen brief eine weile brauchte der entrückte sich in diese welt zurückzufinden nun wurde er der drei leoparden des königlichen siegels ansichtig die hand in welche ich das schreiben gelegt hatte zuckte wie von einem skorpion gestochen und schleuderte es in heftigem schmerze von sich gleich einem manne der auf der folter liegt und unsagbare qual erduldet verzog er seine edlen brauen die vorwurfsvollen augen richteten sich auf mich und in ihrer tiefe entglomm eine flamme grausam und kramvoll wie die hölle dieser blick traf mich mit der gewalt eines wurfgeschosses ich entsetzte mich in der seele und floh ohne urlaub von dannen siebtes kapitel nun erschreckt ihr herr und vermutet zu dieser stunde sei die feindschaft ausgebrochen zwischen dem könig und thomas becket ihr würdet irren eine weile zwar mieten sie einer des anderen atem und angesicht doch in begründeter und ungezwungener weise weil herr heinrich jenseits des meeres mit dem kappetinger in fede stand und der kanzler inzwischen in engelland die staatsgesäfte besorgte denn der glaube meines herrn an die weisheit und treue des kanzlers blieb unerschüttert ja dieser felsenglaube war überhaupt nicht ins wanken zu bringen und seinerseits nahm herr thomas nie williger jede bürde der arbeit und feindschaft auf sich die ihm aus seinem eifer für die größe seines königs entsprang er hatte damals keinen leichten stand da er zum vorteil der königlichen rechte mit der vornehmsten normännischen pfaffheit angebunden und sich vermissen hatte er kennt diese händel herr denn sie wuchern überall in england waren sie aus den unmäßigen von dem eroberer an die bischöflichen stühle geknüpften vorrechten erwachsen nicht nur wie auch anderwärts händel von pfaffe mit pfaffe wurden den königlichen gerichten entzogen sondern auch der von einem pfaffen geschädigte laie mußte den geschorenen vor dem geistlichen richter suchen da nun in aller einfalt geredet keine krähe der andern die augen aushackt blieben schwächere dinge ungerechtet pfäffischer totschlag und weiberraub ohne ahndung oder schlimmer noch wurden so sanft bestraft daß es einem bösen scherze glich und die ungedämpfte brunst der geschorenen immer weiter um sich griff darüber ergrimmte mein herr und könig denn er war im gemeinen wesen ein gerechter mann und versuchte seine pfaffheit einzutun kein leichtes werk auf dem stuhle des primas und erzbischofs von canterbury welchem der eroberer weiland aus staatsgründen die andern englischen bistümer völlig untergegeben hatte saß damals ein trotziger normanne dem seine tonsur gerade recht war um gegen seinen lehensherrn und könig panier aufzuwerfen und auch der damalige heilige vater in rom muss ich sagen man habe ihn aus einem kloster hervorgezogen um ihn auf den thron zu setzen und er hätte zeit seines lebens nicht viel von der welt und ihren geschäften gehalten und begriffen nahm partei für den normänischen bischof weil er überhaupt kein geistliches recht wollte umkommen lassen an diesen wendete sich nun der kanzler von engelland in zahlreichen staatsschriften das taube ohr seiner heiligkeit bestürmend sie möge dieser in mutwillen ausgearteten geistlichen gerichtsbarkeit regeln und schranken setzen und ich sage euch herr denn ich weiß auf welcher seite die chorherren von st felix und regul stehen gerechteres wie schlaueres wurde nichts gegen die weltliche gewalt der pfaffen geschrieben und wird in ewigkeit nicht geschrieben werden als was dem kanzler aus seiner geschmeidigen feder floß mit keiner beleidigenden rede oder langweiligen begarten predigt verdarb er seine sache das ist nicht gebräuchlich im staatsverkehr sondern er berannte den schlichten geist des heiligen vaters mit schlagenden tatsachen er stieß figürlich geredet einen fensterladen nach dem anderen auf so daß eine große helle entstand und selbst ein kind begreifen mußte geiz habsucht raub hinterlist unzucht und gewalttat wie sie die pfaffen des königs heinrich an sich hatten seien etwas anderes als der reine und unschuldige wandel des heilands und seiner zwölf boten war es auch nur um seinen schmerz zu verwinden der kanzler zog mannhaft ins feld schrift kirchenväter rechtslehrer ließ er für sich streiten und sein schärfstes schwert war der schöne evangelische spruch mein reich ist nicht von dieser welt ich sehe die frage auf euren lippen wie mir solches zur kenntnis kam hört an wann eine botschaft oder ein staatsbrief des kanzlers ins lager gelangte welche mein könig zu unterzeichnen hatte denn in person und kraft des königs stritt der kanzler mit dem papste ließ sich ja heinrich wenn ihm gerade keiner seiner kleriker zur hand war das schriftstück von seinem unwürdigen knechte vorlesen es war ihm bewusst dass ich in meiner jugend auf pfäffischen wegen gewandelt und des lesens kundig sei seine eigenen augen aber obwohl sie noch scharf und sicher in die ferne blickten waren untauglich geworden handschriftliches zu entziffern er lachte herzlich über die getroffenen bildnisse welche der kanzler von seiner pfaffheit entwarf merke hans es macht ihm kurzweil sagte er wohl zu mir meine pfaffen an den haaren zu ziehen denn er ist ein ungläubiger philosoph und verkappter auch mich hat dabei oft ein lachen angewandelt aber kein fröhliches nicht daß ich es dem heiligen vater mißgönnt hätte wie er zu zeiten beschaffen ist sondern mir schien was meinem herrn und könig über seiner treuherzigen art gänzlich entging unter diesem spielenden witz brenne ein abgrund von strafendem ernst und dunkler trauer herr ich konnte das antlitz aus der burgkapelle nicht vergessen oft wenn ich etwa einen pfeil schnitzte und dabei meinen gedanken freien lauf gab fragte ich mich ob herr thomas sich je wieder an den königlichen tisch setzen und scherzreden mit herrn heinrich werde wechseln können den hauch seines mundes mit dem des königs mischen dieser schien nicht daran zu zweifeln und mit seiner natürlichen tapferkeit vergangene dinge hinter sich zu werfen aber ich wettete in meinem geiste gegen ihn denn nach dem urteile meines herzens ging es wieder menschliche möglichkeit mein herr und könig saß nach beendigter fede auf einer seiner burgen in der normandie da geschah es eines tages daß ich was selten vorkam ein müßiger mann war und auf dem turme mit dem wärtel einem guten gesellen und plauderte er übergab mir eine weile sein amt da ihm das liebchen aus dem küchengarten winkte wie ich umschau halte erblicke ich an einem nahen hügel eine kleine auf den krümmungen des weges sich herabwindende herfahrt voran in der abendsonne ein blitzender gewappneter der in das hifthorn stößt das war das löwenherz hinter ihm ritten seine drei brüder und reisiges gefolge jetzt erblicke ich etwas leuchtend weißes den schimmel des kanzlers ein höhnisches lache der sicherheit überkommt mich ich ergreife das große wächterhorn erwidere herrn richards ruf und begrüße den kanzler freilich nur mit meinem natürlichen auf diese entfernung nicht vernehmbaren mundwerke mit den frechen worten herr thomas ihr habt keines mannes mark in den knochen und keines ritters blut in den adern mich soll's nicht anfechten wenn meinem herrn einfällt euch lebendig auf dem roste zu braten und euch zu einem heiligen lorenz zu machen und mir schien da ich das weiße roß erblickte der herr und der knecht habe von dem kanzler nichts weiter zu befahren und auch der himmel werde die rache des feigen mannes sinken lassen ich eilte hinunter und beobachtete den einzug mich möglichst beiseite haltend herr thomas war nicht verändert seine gebärde so ruhig und sein gewand so kostbar wie vordem der könig in seiner heftigen art stürzte den söhnen und dem kanzler entgegen nachdem er sich wohl noch mehr als nach seinen kindern gesehnt hatte dieser ersparte ihm jede scham und äußerliche reue er verneigte sich ehrfürchtig vor ihm und redete dann von den knaben mit sorgfalt und wohlwollen fügte aber mit milder ruhe hinzu seine zeit die wachsenden staatssorgen seine reisen und gesandtschaften auch eine früher ihm unbekannte müdigkeit erlaube ihm nicht länger ihre erziehung persönlich zu leiten er werde ihnen berühmte männer zu lehrern geben die ihn leicht entbehrlich machen würden der könig stand betroffen von dieser rede und seine kinder umringten den kanzler und umarmten ihn mit tränen bittend und flehender möge sich ihnen nicht entziehen nur der kleine hans schnitt eine vergnügte grimasse da bat herr heinrich mit den knaben daß er sie nicht von sich weise die bereten lippen des kanzlers wiederholten seine weigerung mit neuen anmutigen wendungen aber seine dunklen augen richteten sich auf den könig und schienen zu sagen grausamer mann du hast mich meines kindes beraubt und verlangst daß ich mich um die deinigen bekümmere ich weiß nicht ob herr heinrich in diesem blicke die wahrheit las aber er drang nicht weiter in den kanzler von jener stunde an brach der hader aus zwischen den vier königskindern und die liebe des kanzlers versöhnte sie nicht denn sie waren ihm gleichgültig geworden und er überließ sie ihren trieben ich habe euch schon erzählt daß ich im bogen und in der armbrust der lehrmeister der vier jungherren war ich hatte strenges verbot von ihnen jemals zu weichen oder ihnen eine armbrust in den händen zu lassen denn da sie von verschiedener und unbrüderlicher natur waren musste gewährt werden daß sie nicht mit der schusswaffe aufeinander losgingen eines tages nun da ich mit den vier armbrusten zu den vier jungherren in den hintern burghof ging hörte ich schon von weitem zwischen dem gebelle der bracken getümmel und schlachtruf ich fand die herren dort so hart ineinander verwickelt daß ich mühe hatte sie zu sondern das löwenherz hatte herrn gottfried mit der rechten an der kehle mit der linken aber herrn heinrich an den gekräuselten haaren gefaßt und schüttelte beide wacker ihm selbst hin wiederum hatte sich der kleine hans der es mit den beiden ältesten hielt an den rücken gekrallt und biss ihn in den hals ich griff zuerst nach dem kleinen der wildkatze und löste dann die herren heinz und gottfried aus den streitbaren fäusten des löwenherzens da warf sich herr richard mit flammendem zorne nach mir herum und schrie mich an in teufels namen armbruster willst du uns unser hauserbe rauben welches erbe bosir fragte ich verblüfft uns zu hassen rief er darauf leistet keiner von uns verzicht mich erfaßte ein tiefes verbermnis über diesen worten eines unmündigen ich zog ihn beiseite und redete ihm christlich zu wie süß es sei wenn brüder einträchtig beisammen wohnen herr richard aber brach in stürmische tränen aus und schluchzte er hat mich heute nur nicht angeschaut und ich erriet daß er von herrn thomas sprach wenn der kanzler sich weniger mit euch abgibt tröstete ich so ist es dringender staatsgeschäfte halb eurem herrn vater zunutz und lieb da schüttelte jung richard trotzig den kopf leuchtete mich mit seinen großen blauen augen an und rief das lügst du armbruster der kanzler liebt den vater nicht aber nicht nur untereinander verfolgten sich die viere sondern wehe sie begannen auch der majestät des vaters die schuldige eheerbietung zu versagen ich weiß noch wie es mir ins herz schnitt was ich sehen und hören mußte als ich einst meinem herrn und könig in seine schlafkammer geleitete er hatte sich den kopf an den staatsgeschäften zerarbeitet und den leib mit einer hirschjagd ermüdet so hatte er denn sein schweres haugt über dem schlaftrunke geneigt und schnarchend in seine auf den tisch gelegten arme versinken lassen wir begegneten auf dem gange den schlimmeren seiner söhne dem ältesten und dem jüngsten erfrechte sich da nicht der kleine hans der wäre der herr bei unverhüllten sinnen gewesen sich vor ihm verkrochen hätte schwankend als spotte er eines trunkenen hinter den königlichen dritten herzuziehen und der andere der kleidernarr wandte sich von seinem erzeuger mit einem hochmütigen pfui nachdem ich meinen herrn wohl versorgt hatte traf ich junger heinrich noch auf dem gange da ließ ich ihn hart an nannte ihn einen schwarzen hahn und drohte ihn bei dem kanzler zu verklagen herr thomas verachtet den vater versetze der knabe wie hielte der feine berber hengst mit dem borstigen eberfreundschaft entsetzt hielt ich ihm die hand auf den mund er aber warf die langen weichen locken aus dem gesicht und entsprang mit einem scharfen gelächter ich mußte mich über die feine witterung wundern welche oft kindliche unerfahrenheit von den verborgensten dingen des gemütes hat denn wahrlich es war nicht herr thomas der sich etwas merken ließ von seinem widerwillen gegen den könig oder der es in irgendeinem falle an williger ehrfurcht hätte fehlen lassen allabendlich saß dieser unentbehrliche am königlichen tische und erheiterte den herrn mit den feinen spielen seiner rede noch sehe ich wie er lächelnd in seinem stuhle zurücklehnte und der frohe könig lauschend an seinen kaum bewegten lippen hing ich stand hinter dem stuhle meines herrn und betrachtete zuweilen mit stiller furcht dieses unkörperliche antlitz das im ampelschein wie im tageslicht gleich blaß war und auf welchem für mich jener todeszug der mich daraus angestarrt hatte als es damals neben graces haupt auf dem sarkissen lag auch in der belebten laune des bankettes nie mehr völlig verschwinden wollte habt ihr das aus byzants gekommene bild gesehen das die mönche in allerheiligen zu schaffhausen als ihren besten schatz hüten es ist ein toter salvator mit eingesunkenen augen und geschlossenen liedern aber betrachtet man ihn länger so ändert er durch eine list der zeichnung und verteilung der schatten die mine und zieht euch mit offenen schmerzens augen traurig an eine unehrliche kunst herr denn der maler soll nicht zweideutig sondern klar seine striche ziehen mit dem kanzler aber er ging es mir umgekehrt wenn ich sein antlitz länger betrachtete und er gerade schwieg so war es als schlössen sich seine lieder und es sitze ein gestorbener mit dem könige zu tisch ich bin dessen nicht gewiss herr aber ich muss es glauben daß mein könig in jenen tagen sich gegen den kanzler mag ausgelassen haben über die trauer die er ihm wider willen bereitet wenn auch nur mit wenigen oder verdeckten worten hat er ihm wohl sein leid bezeugt und gebeichtet ich denke daß er die last von sich abzuwälzen suchte und zwar auf diese meine schultern hier was ich ihm nicht verüble denn so ist der lauf der welt und zu befahren hatte ich dabei nichts der kanzler war viel zu weise um das werkzeug mit der hand die es führt zu verwechseln und viel zu hoch um einen knecht seiner rache zu würdigen versteht mich herr heinrich mag das spiel des zufalls und mich verklagt und verlästert haben was das böse sterben des kindes angeht den raub desselben und die fleischeslust rechnete er sich nicht hoch an denn er kannte in diesen dingen kein recht und kein gesetz auch trug er die tat damals leicht glaube ich weil unser aller richter sie ihm noch nicht in ihrer vollen schwere zugerechnet hatte in jenen tagen begab es sich dass der kanzler einmal gegen abend dem könig auf die jagd nachgeritten kam und die herren unter einer weithin schattenden eiche sich lagerten ich saß an der lichten seite des stammes und kraute einem jagd hunde hinter den ohren der könig kannte meine treue und war gewohnt meinetwegen sich keinen zwang an zu tun und herr thomas sah über mich hinweg oder wann er mir einen blick schenkte war es kein unfreundlicher denn jener mir von mir neben gnadesart gesprochene koranvers hatte ihm gefallen und wohlgetan so war ich zeuge eines wunderbaren und dem menschenverstand unglaubwürdigen gesprächs das aber so wörtlich wahr und gewiß ist als dass ich hier bei euch sitze die beiden herren beredeten sich über ein schreiben des königs von frankreich das herr thomas aus seinem gewande hervorgezogen hatte er unterhielt nämlich einen geheimen briefwechsel mit dem kappetinger in paris dem damals sein kanzler der abzugerius gestorben war und der um einen ersatz zu finden herrn thomas als den klügsten mann der erde gerne seinem herrne abtrünnig gemacht und in den eigenen dienst gelockt hätte dieser tat nicht unwillig und erfuhr unter der ungesucht ihm in die hand gefallenen larve auf einem kurzen und sicheren wege alles was er von den anschlägen des fremden königs gegen den seinigen und die normänische krone durchaus wissen musste in dem briefe den der kanzler herrn heinrich übergeben hatte mochte der könig von frankreich ihm wieder hart zusetzen in seine dienste überzutreten denn mein herr ergötzte sich mit wahrhaft königlicher lust an dem schreiben schau schau spottete er zehntausend pfund bietet er dir er will es sich etwas kosten lassen aber daraus wird nichts mein vetter frankreich diesen preiswürdigen mann lass ich nimmermehr fahren und er legte die hand liebevoll auf die schulter seines günstlings dann scherzte er in übermütig vermessener laune hast du etwas gegen mich auf dem herzen mein thomas und willst es mich entgelten lassen tapferer mann ohne gefahr deines leibes und lebens wohlan dazu kann rat werden morgen send ich dich in den geschäften die du weißt nach paris zu dem der um dich wirbt lass sehen ob es ihm gelingt dich zu verführen und mit schmeichel wort zu fall zu bringen wundert euch nicht allzu sehr über diese unvernünftige scherzrede und die freche sicherheit meines königs seid ihr die zwei zusammensitzen den gewaltigen leib und den löwenkopf des einen die feinen gliedmaßen und die milde mine des andernes wäre ich verständlich gewesen darauf entstand eine stille ich glaubte der kanzler empfinde es bitter dass herr heinrich der so tief in seiner schuld stand ihm die angeborenheit seines schmiegsamen und unterwürfigen wesens die doch der majestät allein zugute kam in grausamem leichtsinn vorhalten mochte doch erwiderte herr thomas nach einer weile ohne merkliche ärgernis in ruhig grund wie sage ich philosophische rede was ich gegen dich auf dem herzen habe ob wenig oder viel du hast grund mein gebieter an meiner treue nicht zu zweifeln so böse bin ich nicht und auch nicht so kurzsichtig und abenteuerlich dass ich an dir zum verräter würde doch hat deine scherzende weisheit meinen wunden punkt getroffen denn du kennst meine unvollkommene natur und mein zur erniedrigung der dienstbarkeit geschaffenes wesen sei es frühe gewohnheit des herrendienstes sei es die eigenschaft meines stammes und blutes ich kann dem gesalbten haupte und den hohen brauen der könige keinen widerstand leisten und da du so glücklicher laune bist und ein wohlgefallen hast an deinem knecht erkühnt er sich dir in dieser traulichen einsamkeit deinen rat zu erteilen gib mich nie aus deiner hand in die hand eines herrn der mächtiger wäre als du denn in der schmach meiner sanftmut müsste ich ihm allerwege gehorsam leisten und seine befehle ausführen auch gegen dich o könig von engeland aber ich rede töricht wo ist der könig der mächtiger wäre als du welche herrschaft kann mit der deinigen hadern ohne ihren eigenen schaden und verlust siehe es lebt keiner der dich vor gericht zöge darum rede ich töricht und spreche von etwas das nicht vorhanden ist von einem traum einem hauch einem nichts der könig mochte diese rede nicht höher anschlagen als der kanzler denn nachdem er ein bißchen gesonnen gähnte er wie zu einer unnützen und unangenehmen betrachtung und befahl mir ihm einen becher weines zu reichen auch ich konnte mir aus der rede des kanzlers nichts machen und legte es mir erst später aus daß der heimlich zu tode verwundete verdeckter und zweifelnderweise von der dunklen und langsamen rache gottes sprach herr heinrich erhob den becher betrachtete das schimmernde gold des rheinweines als ergötze er seinen geist an dessen klarheit lehrte den starken trank auf einen zug und lachte daß ihm die augen übergingen wie du mir vorkommst mein thomas lallte der herr mit unsicherer zunge denn er hatte durstig getrunken und der wein stieg ihm zu kopfe immer erhabener meiner treu ich weiß nicht was ich rede aber nicht übel lust hätte ich dir ein mäßglöcklein um deinen ziegenhals zu hängen und dich in teufels namen mit einem ruck auf den stuhl von canterbury zu setzen dort drohne mir und orakle gegen den heiligen vater der kanzler erhob sich rascher als seine gewohnheit war unter dieser eiche ist nicht gut wohnen sagte er es mag in der vorzeit grausamer zauber unter ihr getrieben worden sei ihr schatten verwirrt das herrn hier verstummte das gespräch so ganz neben das ziel traf übrigens mein herr und könig in der laune seiner trunkenheit nicht wenn er meinte der kanzler ergebe sich zeitweilig tiefsinnigen und wunderbaren betrachtungen ich selbst weiß davon zu erzählen in der vorhalle wo ich oft meines herrn gewärtig mich stundenlang aufhielt und auch der kanzler zuweilen ohne meiner zu achten in tiefen sinnen auf und niederschritt hing in einer düsteren ecke ein großer holzerner kruzifixus ein grobes mageres werk aber ein haupt mit rührenden zügen der könig hielt ihn hoch in ehren weil sein vorfahr wilhelm der eroberer ihn vor der schlacht bei hastings inbrünstig angebetet und durch seine macht dann auch den sieg erlangt hatte auf dieses bildwerk hatte der kanzler sich sonst wohl gehütet seine verwöhnten augen zu heften denn er verabscheute das rieselnde blut und das hässliche aber in jener zeit hörte ich zuweilen mit verwundern wie er mit dem gebräunten kruzifixus zwiesprache hielt in arabischer zunge ich vernahm es deutlich flüsterte er mit ihm ich freute mich daß er sich einen guten tröster wandte obschon mir dabei fast unheimlich zumute war denn herr ich hörte davon zu wenig und zu viel und dinge die ich nicht gerne wiederholen mag weil sie wenn sie nicht eure seelige fährten durch eurer frömmigkeit zum ärgernis sein könnten wußt ich doch nicht inwieweit herr thomas das maurische wesen von sich getan und ob er wie wir den hochgelobten der am kreuze hängt als den heiligen gott selber anrufe einzelne stoßseufzer unzusammenhängende worte nur vernahm ich in der allmählich aus meinem gedächtnisse entschwindenden sprache die mich erbauten oder auch erschreckten innig und schmerzvoll sprach er zu dem stillen gekreuzigten aber lästerlich und wie zu seinesgleichen so schien mir also geschah es eines tages dass der kanzler wiederum vor dem bildnisse stand ohne mich gewahrt zu werden der in einer ecke des weiten gemaches auf einem schemel sitzend sich stille hielt und gering machte auch du hast gelitten so hauchte er und wohl so grausig als du hier in der marter schwebst warum warum der welt sünde zu tragen steht geschrieben was hast du gesünd du himmlisches gemüt friede solltest du bringen und an den menschen ein wohlgefallen aber siehe diese erde dampft und stinkt noch von blut und gräuel und schuld und unschuld wird gemordet wie vor deiner zeit sie haben dich geschlagen angespiehen gemartert du aber beharrtest in der tapferkeit der liebe und batest am kreuze für deine mörder verscheuche den geier des unversöhnlichen grams der mein herz verzehrt damit ich in deine stapfen trete ich bin der ärmste und elendeste der sterblichen siehe ich gehöre dir zu und kann nicht von dir lassen du geduldiger könig der verhöhnten und gekreuzigten menschheit nachdem der kanzler noch eine weile mit dem bilde geflüstert wendete er sich langsam und entdeckte mich auf meinem schemel ich hielt mich unverwundert und beschloß tapfer zu lügen wenn er mich früge ob ich ihn belauscht hätte er aber näherte sich mit ruhigen schritten unmerklich lächelnd sohn jaffetz sprach er mich an du hast unter den kindern sams gelebt und weißt dass sie es nicht glauben der ewige habe seinen einzigen sohn ans kreuz schlagen lassen wie belehrst du sie eines bessern ich erhob meine augen fest auf den kanzler und antwortete unverzagt mein salvator hat dem verräter judas geküsst und seinen peinigern vergeben solches aber vermag ein bloßer mensch nicht denn es geht gegen natur und geblüht herr thomas wiegte leise das haupt das hast du recht gesagt meinte er es ist schwer und unmöglich waren aber die worte des kanzlers nicht allesamt christlich so wurden es seine werke mehr und mehr es schien in jenen tagen als wolle herr thomas müde seines glanzes der herrlichkeit sich entkleiden und selbst ein friedloser und herzkranker mann übel heilen und frieden bringen so weit seine macht reichte aber er tat es mit furchtsamer klugheit damit der könig und die normannen seiner nicht spotteten oder einen argwohn gegen ihn fassten es wurde ihm nicht schwer dem könige zu zeigen dass es klug sei nicht über maß seine sachsen zu belasten und sie nicht zur verzweiflung zu treiben und dass es vorteilhaft sei als ein gütiges wesen über ihnen zu stehen großmütiger als seine normannen die ihre sächsischen knechte und mägde nach ihrem gefallen misshandelten so durfte er mit königlichen gesetzen das sächsische volk erleichtern nicht auffällig und herausfordernd sondern umsichtig und verborgen um die normannen nicht zu reizen begreift er packte die last auf dem rücken des saumtieres um ohne sie zu vermindern und sorgte nur dafür dass die riemen nicht zu tief ins fleisch schnitten aber auch den normannen erwies er dienste und verdoppelte gegen sie seine freigebigkeit er überhäufte sie mit gunst und fürstlichen geschenken und schlichtete ihre persönlichen zwiste mit weisen schiedssprüchen hatten sich zwei mächtige verfeindet so trat er als friedensstifter zwischen sie wer bin ich sagte er dann wohl um mich in die angelegenheiten der großen zu mischen ein diener meines herrn der ihm die stützen seines thrones erhalten will und die zwei feinde gingen versöhnt und in ihrem stolze befriedigt von ihm hätte sich herr vorkenbrütsch nur warnen lassen dieser beneidete den kanzler um seine gunst bei beiden königen herrn heinrich und dem kapetinger und stellte ihm nach mit gezogenem schwerte aber auch mit heimlicher verleumdung und der schrift des kanzlers nachgefälschten an den könig von frankreich gerichteten briefen mit denen er unter der hand herrn thomas des hochverrats bezichtete während er selbst mit dem hofe von frankreich gefährliche ränke spann doch herr thomas durchschaute und überblickte ihn er lud ihn ohne wissen und beunruhigung des königs zu sich ich selber trug den brief und legte ihm dann mit gelassenen worten und in sichern beweisstücken die wahrheit vor weil er ihn aber ohne rache an ihm zu suchen ziehen ließ statt ihn wie er gekonnt hätte mit einem schlage zu vernichten hielt ihn der norman für einen vorsichtigen feigling der sich vor dem entscheidenden streiche fürchte und gebärdete sich fortan zwiefachs sicher und frech bis er mit einer tat offener felonie die krone angriff und man ihm dann freilich sein blutgerüst zimmern musste der gestalt verlor herr fulkenbrütsch dessen ahnen mit dem eroberer gekommen waren sein erbe und sein haupt durch die langmüßige barmherzigkeit des kanzlers als dieser dem könige später erzählte er habe die verwegenen pfade des rebellischen barons von anfang angekannt und im auge behalten der könig aber ihn fragte warum er den verräter nicht früher entlarvt habe antwortete der kanzler o herr wozu es regnet sich unter dem tun eines jeglichen unsichtbare arme alles ding kommt zur reife und jeden ereilt zuletzt seine stunde ende des siebten kapitels konrad ferdinand meyer der heilige diese librivox aufnahme ist in der public domain achtes kapitel da begab es sich eines tages dass der könig mit seinem kanzler über staatsgeschäften beisammen saß das war in einem schlosse der normandie der herr ließ sich von mir den becher füllen mit dem leichten schaum weine den er liebte und der kanzler legte ihm den inhalt der eben aus engelland angelangten botentasche vor ein brief an welchem das siegel von canterbury hing behielt er bis zuletzt und sprach dann denselben vor dem könige entfaltend in seiner ruhigen art der primast von canterbury ist zu anfang verwichener woche gestorben erhabener herr herr heinrich wunderte sich wenig darüber ohne etwas zu entgegnen ließ er wohlgefällige blicke auf dem kanzler ruhen er kränkelte schon lange fuhr herr thomas fort doch glaubte ich in seinem ziele noch nicht so nahe jetzt ist für dich o könig und für die englische staatsmacht die gelegene zeit die entscheidende stunde gekommen wo du das schädliche geschwür deines reichs die geistliche gerichtsbarkeit schneiden und heilen kannst wenn mein herr diese gefährliche stelle mit kühner wahl besetzt so ist er der erfüllung seiner königlichen wünsche nahe gerückt der könig zwinkerte schalkhaft mit den augen sei es daß er wie gewöhnlich an der weisheit seines kanzlers sich ergötzte sei es daß er dieselbe mit der seinigen diesmal noch zu überbieten und zu überraschen hoffte herr thomas sah die schlaue miene des königs und beachtete sie gelassen auch einen besseren heiligenvater als den welchen sie vor etlichen monden in rom auf den thron gehoben haben könnten wir uns nicht wünschen er hat eine leidenschaft durch welche wir ihm menschlich nahe kommen können mit gelehrter hass sammelt und betrachtet er münzen und wunderbar während er sich begnügt die alten römischen imperatoren in ein paar wohlerhaltenen exemplaren zu besitzen kann er deiner goldstücke o herr nie genug bekommen zu hunderten zu tausenden ersehnt er sie weil sie dein erhabenes antlitz tragen und er an ihm als an demjenigen eines treuen sohnes der kirche sein gefallen findet herr heinrich schüttelte sich vor lachen während der kanzler diese hohenrede mit ernstem und traurigem munde wie er immer zu scherzen pflegte vortrug wie aber wird mein herr nun den stuhl des primas besetzen sprach er weiter mit jenem bischof oder mit diesem abte ich bin der name nicht mehr sicher und möchte euch um nichts in der welt auch nur in einer kleinigkeit das unwahre sagen beide sind sie geeignet für die zwecke meines herrn doch vielleicht der abt noch besser denn er ist der lasterhaftere so lässt er sich leichter handhaben ging der könig auf den gedanken des kanzlers ein der bischof wäre nicht weniger gefügig versetzte herr thomas der vorzug des abtes ist ein anderer und ich gebe nur der weisheit meines königs worte wenn ich der gefahr deiner politik folgendermaßen das antlitz aufdecke du weißt o herr wie und warum der eroberer deiner habener ruhmbedeckter ahne die englischen bistümer nicht nur mit der gerichtsbarkeit über die kleriker sondern was den staat entkräftet und zerstört über die händel zwischen klerikern und laien begabt hat das war damals möglich da die ersten bischöfe des eroberers kreaturen waren jetzt ist es schädlich und unerträglich denn aller eigen wille deiner normannen duckt unter dem bischofsstab und jeder empörer gegen deine majestät lässt sich eine krone scheren um die blitze deiner gerechtigkeit ungestraft verhöhnen zu können mein herr und könig ballte seine auf der lehne des stuhles liegende hand denn er war ein freund der ordnung und der gerechtigkeit deiner weisheit ist nicht verborgen bemerkte herr thomas warum auch erschlichene rechte der kirche sich so schwer mindern oder aufheben lassen weil die kirche ein doppelwesen ist das aus leib und seele besteht der leib ist ein heer von geschorenen und ehelosen ein paar tausend von münstern und klöstern ein bündel von gebräuchen gelübden und auf farben und fälschungen beruhenden ansprüchen die seele der kirche aber ist die tugend bescheidenheit erwarmen keuschheit der könig machte unwillkürlich eine gebärde und zuckte mit den wimpern kurz alles was jener andere lehrte denn sie gekreuzigt haben ihr müsst wissen herr burkhard dass der kanzler den salvator nie bei einer seiner hochgelobten würden nannte sondern immer nur den andern und ich meine dass seinem heidnischen blute widerstrebte den heiligen namen auszusprechen das volk aber o herr kann gefäß und inhalt nicht trennen hast du es mit einem primas zu tun der durch seine tugend gewalt über die englischen seelen übt du nimmst ihm nicht ein titelchen seiner vorrechte darum wähle du einen öffentlichen sünder einen unbestrittenen lasterhaften wie unsern abt also fuhr der armbruster der in diesem zuge war in der rede des kanzlers fort doch herr burkhard hatte sich gegen ihn vor geneigt und zupfte ihn am ärmel armbruster tat der einspruch ich halte dich für einen wahrhaften mann aber es wird mir schwer zu glauben dass ein jetziges mitglied der triumphierenden kirche sich bei lebzeiten auch vor seiner bekehrung über die hinieden streitende so schnöde geäußert und deinem könig einen so ruchlosen rat gegeben ich habe es dir gesagt dem neuen heiligen bin ich nicht grün aber was zu viel ist ist zu viel das kommt aus deinem eigenen herr versetzte hans der engländer mit einem bösen lächeln unter seinem grauen bart es mag sein dass der kanzler dazu mal nicht diese körperlichen worte ausgesprochen hat dem geiste nach aber hat er sich so ergangen das dürfte mir glauben und nicht ein sondern hundertmal versteht mich als staatsmann er hat vor meinem könige diese frage häufig erörtert das aber etwas von dem meinigen beifloss ist nicht unmöglich denn leider beten wir alle dieselbe litanei sobald auf die sitten der pfaffheit die rede fällt natürlich mit gebührender ausnahme eures stiftes und noch mehr eurer eigenen ehrwürdigen person gesetzt aber auch meine geschichte wäre etwas ins ungewisse geraten von jetzt an wird sie echt und unumstößlich wie das evangelium denn was nun geredet wurde haftet in meinem grauen kopfe wie die römische schrift auf einem ungestürzten meilenstein dessen bruchstücke noch die unauslöschlich eingegrabenen lettern tragen bei der gnade der mutter gottes ich rede die wahrheit und lüge nicht wo aber stand ich ihr würdiger herr als er mich unterbrochen hat bei deinem lasterhaften abte versetzte der alte noch etwas gereizt zweifelt nicht daran daß der kanzler ihn empfohlen hat fuhr hans mit feuer fort mein könig sagte herr thomas diesem tierischen menschen wird es nicht gelingen die rechte seines stuhles als göttliche zu verteidigen du wirst sie ihm entreißen und dann weg mit ihm er stieß diese worte verachtungsvoll von seinen feinen lippen und fügte hinzu der unreine wird sich über dies selbst zerstören begnügt er sich doch nicht o herr wie deine anderen bischöfe zu halten sondern überfällt und verdirbt die unschuldige jugend ich meine daß der kanzler nur jenen landkundigen sünder im sinne hatte aber unversehens musste ich an gnade denken und auch der könig bewegte sich unruhig doch schnell überwand er die scham und verwarf diesen verdacht wußte er doch dass herr thomas es verschmäht hätte sein inneres durch eine anspielung zu enthüllen in der hellen laune eines freigebigen der im begriffe steht ein großes geschenk zu machen und mit freude strahlenden augen fuhr der könig fort wohin denkst du thomas diesen stuhl worin zwei heilige und gelehrte gesessen haben von denen der eine der selige den die wandlung leugnenden ketzer berengar besiegt der andere st anselm einen triumphierenden beweis für das dasein gottes geführt hat diesen stuhl sollte ich mit einem schweine besetzen das bleibe ferne von meinem königlichen willen und mein herr und könig freute sich seines wissens in der miene des kanzlers war die vorwurfsvolle frage zu lesen ob ihm herr heinrich durch eine plötzliche laune lang erwogene pläne durchkreuzen werde der könig ergriff einen becher und lehrte ihn fröhlich ich will meinen pfaffen einen primas setzen darauf sie sich wundern werden einen mann von vornehmer und unbefleckter sitte einen spitzfindigen philosophen und dazu einen mir ergebenen mann und geborenen gegner des päbstlichen wesens herr thomas aber erwiderte mit einem ungläubigen lächeln ich lasse meine blicke o herr durch deinen klerus wandern aber sie suchen deinen erwählten vergebens du rätst nicht drängte der könig ich will dir zu hilfe kommen ich sage dir wahrlich keiner wird auf dem stuhle des primas sitzen als du der kanzler blieb ruhig aber in allmählichem erblassen wich jede farbe aus seinem antlitz er lehnte sich in seinem sessel zurück dann wendete er den anblick des königs vermeidend seine dunklen augen seitwärts zu mir mit zwei fingern seiner lässig herabhängenden rechten hob er eine falte seines purpurgewandes langsam in die höhe so daß die zurückgebogenen schnäbel seiner köstlichen schuhe sichtbar wurden bogner scherzte er und streifte mit einem verächtlichen blicke seine von edelsteinen schimmernde kleidung beschaue dir einmal den heiligen mann diesen teufer hans der die weichen kleider verschmäht die man an den höfen der könige trägt betrachte dir diesen guten hirten der das verirrte lamm auf den schultern heim holt und sein leben lässt für die herde der könig stieß ein grelles gelächter aus mir aber ward übel dabei zumute inzwischen hatte sich der kanzler mit kaltem angesichte gegen den könig gewendet hoheit sagte er diese wahl ist nicht dein ernst sie ist eine unmögliche in den augen deiner bischöfe deiner normannen und deiner sachsen soll der englische klerus als seinem vater einem geschmeidigen höfling gehorchen weil dieser einmal in seiner jugend durch zufall oder um eines vorteils willen die erste weihe empfangen hat soll ein sachse die seelen deiner normannen oder ein abtrünniger wie sie ihn nennen die seelen deiner sachsenweiden herr dein kanzler widerrät dir diese schlechte wahl sie ist die vortrefflichste behauptete er heinrich hartnäckig du auf dem stuhl von canterbury und der thron st petri kracht in seinen fugen du unter der mitra und dem heiligen vater wackelt die seinige auf dem kopfe schach und schachmatt ich weiß nicht herr fuhr der kanzler mit ernsthaftem spotte fort ob du je von jenen plötzlichen wandlungen gehört hast die mit einem menschen vorgehen können der sein kleid wechselt und ein geistliches gewand anzieht es ist kein geringes den hirtenstab zu ergreifen den zwei jetzt in der glorie stehende in ihren händen getragen haben der selige l'enfant der die frucht der ehre und des weinstocks als den leib und das blut gottes erkannte und der heilige anselm der den unergründlichen ergründete wenn ich nun durch ein wunder zu einem wahren bischof würde das käme dir unerwartet und ungelegen thomas zügle deine zunge drohte ihm der könig mit dem finger ich leide keinen spott über heilige dinge wohl ist es schon lange dass ich anfange dich zu durchblicken du hast arabische philosophie eingesogen du folgst deiner geheimlehre und bist kein demütiger christ ich aber will als ein solcher leben und sterben du kannst nicht glauben o könig antwortete herr thomas traurig und deutete auf seine brust daß auf diesen abgestorbenen baum noch ein tau des himmels fallen möge und du hast wohl recht aber auch ohne frömmigkeit kann man der welt müde werden unter den flügeln deiner macht habe ich dieses reich lange jahre regiert mit welchen mitteln mit gewalt bestechung wortbruch und mit schlimmeren die ich jetzt nicht aussprechen mag so werden die reiche der welt verwaltet aber ich bin es müde was ist mir dieses enge land ich bin keiner manne nicht einmal ein sachse fremdes blut fließt in meinen adern und die schätze mit welchen du mich großmütiger überhäufst für wen sammle ich sie für den rost und die motten hier sah ich gleich daß herr thomas an den tod von gnade dachte und auch der könig war davon gerührt eine träne rollte auf seine wange denn herr heinrich hatte ein weiches herz murmelte der kanzler vor sich hin von wem ist dieser fersarmbruster du warst ja ein kleriker wandte er sich von neuem gegen mich als wollte er die maske des gleichmutes die einen augenblick gefallen war wieder vornehmen von dem römischen poeten virgilius antwortete ich ohne anstand und er bedeutet dass man die menschlichen dinge nicht zu stark pressen soll denn sie sind innerhalb voller tränen also wollte ich meinem herrn und könige zu hilfe kommen nimm mir ab das alte joch bat der kanzler statt mir ein neues aufzubürden das mich zum doppelsinnigen und zweideutigen macht einen andern kanzler suchen unmöglich herr thomas war unentbehrlich und das konnte nicht sein ernst sein so sagte sich herr heinrich wie ich es mir denken muß denn er brach plötzlich in die worte aus du bist ehrgeizig 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 du machst dich kostbar du überkluger weil du dich unersetzlich weißt siehe thomas das gefällt mir nicht ein fröhlicher geber ein fröhlicher nemer dein kanzler muß ich bleiben denn ich glaube unsere sterne und unsere geburtsstunden stehen zueinander in beziehung erwiderte herr thomas aber zwinge mich nicht dein primas zu werden greif zu greif zu greif zu schrie herr heinrich durch diesen beginn von nachgiebigkeit angefeuert halte ein o könig rief zu gleicher zeit der kanzler mit einem blicke ehrwürdiger herr den ich nie vergesse mit dem blicke eines sterbenden er fuhr mit der hand an die stirn als brenne ihn dort eine wunde und eine stimme sang zum geflüster herab wohin werde ich geführt in welche zweifel in welchen dienst und gehorsam in welchen tod dann erhob er sie wieder fast drohend zur frage bist du meiner gewiß o könig gewisser als meiner selbst versicherte herr heinrich der kein feines ohr besaß und deshalb die geflüsterten worte überhört hatte genug des rätselns ich brauche dich thomas und sage nicht was geht mich engelland an meine gunst hat dich längst über die sachsen weggehoben und ich habe mehr für dich getan als für irgendeinen norman hier verzog ein blitz des hohns das antlitz des kanzlers aber herr heinrich achtete dessen nicht und schrie ungeduldig keine widerreide mehr ich erhebe dich so hoch ich will und du gehorche da neigte herr thomas sein bleiches haupt und sprach was du verhängst das geschehe neuntes kapitel so begab sich denn der kanzler mit unbeschränkter königlicher vollmacht im gehorsame seines herrn nach england zurück und dort formte und bildete er mit seinen geschickten fingern die bischöfe die den primas zu wählen hatten wie geschmeidigen ton bis sie aus seiner meisterhand als seine geschöpfe hervorgingen und ihre stimmen zu seinen gunsten vereinigten alles verlief aufs beste herr thomas wurde ernannt und der normänische bischof von winchester legte ihm mit bittersüßer miene und großer feierlichkeit seinen brüderlichen segen aufs haupt da gelangte eines tages eine unglaubliche meer in die normandie meinem herr nun könig wurde berichtet sein kanzler habe alle pracht des weltlichen lebens mit einem male und gänzlich von sich getan zu dem üblichen gastmale seiner bischofsweihe habe er gegen alle art und sitte nicht seine brüder die bischöfe und übrige vornehme pfaffheit nebst der blüte des normänischen adels geladen sondern er habe armut und schweren die bettler und krüppel von den landstraßen und zäunen holen lassen um seine weiten säle und seine bischöfliche tafel würdig zu füllen der könig hielt dieses staunenswerte ereignis für erfunden oder wenigstens von den neidern und findern seines lieblings ins große getrieben er machte sich über seine normänischen hofleute lustig die solche neue und unerhörte dingford roß herren schäkete er mit ihnen das müßt ihr meinem kanzler schon lassen über miene und schickliche tracht jedes standes weiß er bescheid in allem zeigt er geschmack euch hat er in der vollendung des höflings vorgeleuchtet und euch alle an feinem ritterlichen anstand übertroffen jetzt gibt er seinen neuen standesgenossen dem bischöfen das hohe beispiel der echten apostolischen lebensart ein seltener o ein einziger mann als neue kunden die erste bestätigten hinzufügend der primas habe sein kostbares bischofsgewand gleich nach der feierlichen handlung der weihe wieder abgelegt und wandle mit magerem verfastetem angesicht in einer groben kutte durch die straßen von canterbury seine gäste die sächsischen bettler wo er gehe und stehe hinter sich her ziehend da wurde herr heinrich unsicher und die scherzhaften anwandlungen vergingen ihm doch bald hatte er erraten dass der unvergleichlich kluge die maske eines heiligen mannes nur vorgenommen um gegen den papst in den bevorstehenden unterhandlungen über die geistliche gerichtsbarkeit in engeland eine macht zu gewinnen immerhin beschloss er selbst zu der sache zu sehen und beschleunigte seine überfahrt nach engeland unterwegs zwischen dover und london wurde er mit der zu wiederholten malen von normännischen herren erwartet und um recht angerufen gegen den neuen primas seinen kanzler der sich weigere ihnen ihre entlaufenen sächsischen knechte zurückzugeben welche so klagten die herren jetzt haufenweise den klöstern zueilen um sich das haupt scheren zu lassen wozu herr heinrich missmutig das seine geschüttelte am morgen nach seiner ankunft in windsor versammelte sich in der großen halle des schlosses aller adel um die heimgekehrte majestät zu begrüßen sie schlummerte noch ich aber bewachte die tür durch welche mein könig in die halle zu treten pflegte und von wo sich die glänzende versammlung leicht überschauen ließ unter all den herren war von nichts anderem die rede als von der unerklärlich plötzlichen verwandlung des herrn thomas sie waren gespannt auf seine erscheinung denn sie wußten daß er kommen würde die majestät zu begrüßen und unterhielten sich lebhaft mit gedämpften stimmen wie es sich in königlichen gemächern geziemt nur herr rollo der greis der sie alle um haupteslänge überragte tat sich keine gewalt an und seine rede grollte wie ein dumpf rollender donner er stand auf der rechten seite des saales in einem kreise bejahrter herren die hagerste trockenste gestalt unter ihnen und lästerte nach seiner art gegen die gesamtheit der geschorenen und den neuen primas insbesondere nie traute ich ihm mannes treue zu schalt der waffenmeister dieser blassen memme der falsche und feige sklave duckt seinen dünnen leib in die kutte weil er ihn dort mehr in sicherheit glaubt als unter dem schilde seines königs hätte ich mit dem heuchler angebunden solange er ein schwert trug ihr werdet erleben der renkeschmied stiftet uns schweres unheil an und die herren stimmten ihm bei auf der andern seite höhnten und kicherten die jüngeren denen herr wilhelm tracy sein mockierbüchlein wies dieser herr war ein fertiger zeichner müßte er wissen der mit dem stifte zu spotten verstand wie kein anderer mit einer kleinen verzerrung verwandelte er ein menschenantlitz in das eines tieres oder in das abbild eines toten dinges dem gelächter aller welt es preisgebend auch mich faßte einmal sein griffe und schuf mich zu einem krummbeinigen jagdhund der dem könig in seiner großen schnauze eine schnäpfe zutrug ob schon mir damals der spaß nicht gefiel war ich der erste ihn zu belachen denn das war das klügste andere von reizbarerem mute und besserem adel als ich erzürnten sich wohl wenn sie herr wilhelm in solcher verwandlung auf die täfelchen seines buches kritzte das er jederzeit eine gurtgekette trug gut dass seine klinge ebenso spitz war als sein griffel sonst hätte ihn dessen schärfe das leben gekostet der spötter wies jetzt der jungen ritterschaft ein neues blatt seiner schildereien neugierig näherte ich mich herrn rinald dem schönen wie sie ihn nannten der das spottbüchlein eben in der hand hielt er wand sich vor lachen und ließ dabei das büchlein auf den boden fallen ich hob es ihm auf und erblickte darin eine seltsame pflanze aus einem mageren halme dessen herabhängende blätter die ärmel einer kutte bildeten wuchs am schwankenstielchen eines dünnen halses als ähre ein mir wohl bekanntes marter angesicht es war die heuchelgestalt eines eremiten und der primas wie er leibte und lebte so schnell wird am hofe ein gefürscht oder zu einem verlachten das büchlein machte noch die runde da vernahm man aus der ferne einen wunderlichen klang es war eine fromme einfältige litanei die sich dem burghofe langsam näherte von tausend und abertausend inbrünstigen stimmen halb kriegerisch halb klagsam gesungen der primas und seine bettler ertönte es im saal und die herren eilten an die fenster auch ich fand meine spalte und sah wie herr rollo von der zunächst tragenden zinne die gepanzerte rechte gebieterisch ausstreckte die zugbrücke auf zu die torflügel schrie er in den burghof hinunter wo normännische waffenknechte das tor hüteten aber der friedliche heerhaufe mönche bettler kinder jegliches volk geringer art drückte und drang wie eine herde unaufhaltsam herein die kriegsknechte konnten herr rollo nicht mehr gehorchen sie waren willkürlich zurückgewichen den herr thomas hatte sie mit ausgebreiteten armen gesegnet er schritt hinter einem hochgetragenen kreuze an der spitze seines armen zuges er den ich nie anders hatte zu hofe kommen sehen als im kostbarsten aufzuge mit dem edelsten geleite trug ein grobes hährenes gewand und die zehen seines nackten auf sandendalen wandelnden fußes glänzten unter der dunklen wolle wie ein stück elfenbein er erbietig und scheu empfing ihn die königliche dienerschaft um ihn in die burg zu geleiten noch einmal wandte er sich auf der schwelle gegen die seinigen und gebot ihnen geduldig seine rückkehr zu harren sie gehorchten und lagerten sich auf den boden die steinernen bänke des hofes und die stufe der marmortreppe freilassend mein blick fiel auf den sachsen der dem primas das kreuz vorgetragen hatte er war in der mitte des haufens stehen geblieben und hielt das ihm anvertraute zeichen noch immer hoch ein roter bart deckte zum großen teil das lehmfarbene gesicht dennoch schien mir ich sollte diese groben züge kennen wahrhaftig es war trustan grimm der verlobte meiner hilde der tochter des bogners in london ich freute mich ihn als mönch zu finden und mutmaßte daß ihn hilde trotz ihrer erniedrigung und dem willen ihres vaters verschmäht habe wie es sich auch verhielt ich aber erst in späteren tagen mit gewissheit erfuhr inzwischen hatte herr thomas die inneren treppen erstiegen und gerade da ich mich wieder vom fenster zurück wandte trat er in die halle das ziel aller blicke schritt er leise bis in die mitte des gemaches hier erhob er langsam den blick auf die versammlung und mit einer väterlichen gebärde die segnende rechte ein unmutiges gemurmel lief durch die reihen aus denen das scheltwort des waffenmeisters hervorbrach behalte ihn für dich pfaff deinen schäbigen segen wir begehren ihn nicht herr thomas bewegte sich schweigend gegen das offene fenster und breitete von den normannen verschmäht seine barmherzige rechte über das volk der sachsen aus da stieg aus der tiefe des hofes ein lautes getöne auf gemischt aus geschrei des weinens und der freude so daß man den jubel vom jammer nicht unterscheiden und trennen konnte denn es war seit die sachsen ihre heimischen könige verloren hatten seit hundert jahren das erste mal das aus einem königlichen fenster gruß und segen auf sie herabfloss die normannen aber ballten die fäuste oder legten sie an den knauf ihrer schwerter der primas wandte sich ohne jemandes zu achten gegen die wohlbekannte tür des königs und da gerade ein kämmerer von ihnen sie öffnete und herr heinrich in guter morgenlaune in den saal trat er erbietig stand herr thomas vor ihm und harrte seiner anrede mit gesenktem haupt und in unterwürfiger haltung herr heinrich betrachtete seinen kanzler eine weile aufmerksam und zweifelnd nicht anders haltet mir's zugute als man einen langjährigen liebling roß oder bracken beschaut der durch schur oder stutzen des schweifes seine gestalt verwunderlich geändert hat überraschung und gelächter stunden auf seinem gesicht doch gedachte er seiner königlichen würde und weisheit und entließ zuerst die hofleute mit einer leutseligen handbewegung wir danken euch herrschaften sagt er für eure begrüßung dienstwilligkeit und liebe freude und fröhlichkeit des wiedersehens versparen wir auf unsere festliche tafel zu der wir euch alle einladen wie es unserer gnade und eurem werte ziemt doch vorerst die geschäfte mit unserem kanzler wollet inzwischen einen gegangen in unseren neuen gärten tun vergeßt nicht einen blick zu werfen auf den neuen wasserspender im hinteren hofe den grimmigen ehernen löwenkopf den uns der wallonische meister in unserer abwesenheit vollendet hat au revoir seigneur baron nach diesen worten des königs leerte sich der saal der letzte der widerwillig hinausschritt war herr rollot der waffenmeister jetzt konnte sich mein herr und könig nicht länger halten zum henker thomas wie siehst du aus sprach er neckend seinen kanzler an kommst du aus der mauser die federn sind dir ausgefallen und die widerhörnchen deiner ritterlichen schuhe hast du dir abgestoßen ja wie ich sehe sogar die schuhe selbst verloren ei 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 was man nicht alles an einem philosophen wie du erleben kann du bist doch keine schillernde schlange welche die haut wechselt zugegeben daß etwas abstinent seinen bischof kleide so tust du des guten zu viel du großartiger viel zu viel willst du dich wie ein asket der wüste abtöten so kann ich nicht wieder mit dir mahlzeit halten was meine wonne war denn wasser und wurzeln taugen einem königlichen magen nicht herr thomas hatte diesen lustigen worten mit gesenkter stirne zugehört ohne eine miene zu verziehen nun richtete er die augen auf das angesicht des königs da sah mein herr wie strenges fastel und grausabe kasteiung die wangen des bischofs verzehrt die form seines schädels verschärft und seinen jederzeit ernsten blick fremdartig vertieft hatte es übermannte meinen herrn ein mitleid thomas mein liebling begann er wieder wirf nun deine maske weg wir sind allein und unbelauscht ich glaube es die mummerei ist zu deinem besten aber gott verdamme mich wenn ich verstehe wohin du damit zielst was bedeutet diese verwandlung öffne deinen mund du rätselhafter geheimnisvoller deine rede mein herr und könig trifft mich unerwartet antwortete der kanzler ich bin kein anderer als ich scheine und mich trage dein diener den du kennst so bin ich denn behext rief herr heinrich ist dies meine hand bin ich der könig bist du mein kanzler haben wir tag um tag zusammengesessen und dieses land regiert nein treiben wir keinen unzeitigen scherz es ist nicht faschingsnacht sondern heller nüchterner tag welchen unheimlicher geist ist in dich gefahren schütte dein herz vor mir aus du weißt das meine gesteht dir immer offen ich danke dir o könig dass du dein geschöpf ermutigst frei mit dir zu reden erwiderte der primas so wage ich es dir zu bekennen daß diese hand zu schwach ist um zugleich den bischofsstab und dein segel zu führen unausbleiblich käme das eine der mir anvertrauten kleinode oder das andere dabei zu schaden und ich bin ein zugetreuer knecht um dir einen unbrauchbaren kanzler oder der kirche einen schlechten bischof zu gönnen nimm ich flehe dich darum an o herr dies zeichen eines mächtigen willens der mich zu seinem werkzeuge erkor dies pfand ein deiner übergroßen unverdienten gnade die mich lange jahre beglückte nimm es heute wieder von mir und herr thomas griff in die falten seines allzuweiten gewandes zog das staatssiegel mit den drei leoparden her daraus hervor und reichte es dem könige entgegen um es in seine hand zu legen keineswegs rief er heinrich und trat einen schritt zurück so kanzler haben wir nicht gewettet nicht eine stunde kann ich deinen dienst entbehren nur du und deine klugheit können das zustande bringen worüber wir zusammen gedacht und gewacht haben ich könnte mit meiner starken hand das zarte gewebe deiner finger zerstören kein sträuben mein kanzler bist und bleibst du du willst nicht mein verderben beschwor ihn herr thomas dafür bist du zu großmütig siehe ich fürchte mich den höhern zu erzürnen dem du selbst mich anheimgegeben hast er ist ein eifersüchtiger meister der keinen zweiten neben sich duldet diese schwer zu deutende rede verwirrte den könig dergestalt daß er das siegel unwissentlich zurücknahm er runzelte argwöhnisch die stirn und seine stimme klang mißtönig als er fragte wem habe ich dich abgetreten doch nicht den papst der in rom der primas verneinte mit dem haupte ein überirdisches licht umglänzte plötzlich seine stirn er erhob den hagern arm dass der ärmel der kutte weit zurück fiel und zeigte nach oben da staunte mein herr und könig und erschrak in den tiefen seiner seele das staatssiegel entglitt seiner hand und fiel klirrend auf den marmor boden ich trat hinzu und bückte mich nach dem kostbaren gerät dessen griff und purem golde war als ich es prüfend besichtigte siehe war es zersprungen und eine feine spalte lief mitten durch den edlen stein und das wappen von engeland schweigen stellte ich es auf den tisch mit den vier drachen füßen der neben dem sessel meines königs stand als ich mich wieder nach den beiden wandte hatte sich mein herr gefaßt und sagte in gewaltsam scherzhafter laune st jörg steh mir bei du hast mir einen frommen schreck eingejagt thomas jetzt aber genug der überraschungen und kunststücklein setze dich zu mir wie immer und lass uns die trockenen geschäfte vernehmen er warf sich in seinen stuhl und ich rückte einen anderen etwas niedrigeren aber ebenso reich verzierten für den kanzler herbei denselben auf welchem er immer neben dem könig gesessen aber herr thomas blieb in ehrfurchtsvoller entfernung vor dem könige stehen erhabener herr gib mir zeit und gedulde dich sagte er ein halbes leben habe ich gebraucht um die verhältnisse und rechte deines reiches zu erforschen wie könnte ich diejenigen der heiligen kirche in deren dienst du mich gestellt hast und der ich lange fremd blieb ja feindselig entgegenstand von heute auf morgen erkannt haben darum trage dich mit geduld zur sache thomas zur sache drängte der könig dir ist wohl bewusst warum ich dich zu meinem primas gemacht habe lass uns nun gemeinsam die geistliche gerichtsbarkeit aufheben und vernichten du sollst mich geneigt finden antwortete der bischof nachdenkend sind doch in meinen augen diese rechte über die hin und her gestritten wird veränderliche gestaltungen wechselnde formen irdene gefäße tauglich oder untauglich je nachdem sie den wein der ewigen gerechtigkeit rein bewahren oder vergiften ich will mich an den meister selbst wenden mit der frage wie er es meine bei wem willst du dich erkundigen thomas lachte der könig bei der heiligen dreifaltigkeit in den evangelien flüsterte herr thomas bei ihm an dem keine ungerechtigkeit erfunden wurde so spricht kein bischof rief herr heinrich in ehrlicher entrüstung so redet nur ein böser ketzer das hochheilige evangelienbuch gehört auf eine perlengesteckte altardicke und hat nichts zu tun mit dem weltwesen und der wirklichkeit der dinge blicke mir ins auge thomas entweder willst du mein feind werden oder du hast mit unsinnigem fasten die herrliche klarheit deines geistes getrübt in kürze bringe mir die geistliche gerichtsbarkeit um thomas dafür nur dafür habe ich dich auf meinen schönen stuhl von canterbury gesetzt ich will nicht indem ich die frevel meiner pfaffheit ungerochen lasse die blitze des göttlichen gerichtes auf mich und mein haus herablenken jüngst noch hatten sächsischer kleriker das werk und den ruhm eines ahns des eroberers auf der kanzel rebellisch gelästert und ein normännischer hat sich an der unschuld eines kindes vergriffen herr versetzte der primas und seine eingefallene wange flammte sei gewiß daß ich die sünden meiner kleriker härter ahnde als kein weltliches gericht tun würde abscheuliche dinge und das abscheulichste hier hielt er inne und schloss dann mit sinkender veränderter stimme aufruhr und empörung gegen deine ahnen und dich christliche könige hier erkenne ich den willen gottes ob er mir aber die in meine klöster geflüchteten sachsen ihren peinigern deinem baronen auszuliefern gebietet das frag ich mich und zweifle jetzt erkannte herr heinrich deutlich daß der primas ihm die geistliche gerichtsbarkeit nicht zurückgeben wolle und seinen heiligen spott mit ihm trieb ich bin ein betrogener schrie er und sprang von seinem sitze empor in diesem augenblicke begannen die im burghof harrenden sachsen vielleicht um ihre besorgnis für den primas zu beschwichtigen eine neue litanei sie sangen das siegesgewisse vexilla dei prodeunt da stürzte der schon gereizte herr heinrich ans fenster und blickte hinunter thomas gebot er heiße die schecher schweigen die du hinter deinen fersen nachziehst das gehalt deiner verhungerten meute ist mir widerlich herr thomas regte sich nicht mag auch ein bischof den armen und mühseligen verbieten dem kreuze zu folgen fragte er demütig da geriet der könig in bleiche wut du wiegelst mir die sachsen auf rebell verräter schrie er und tat einen schritt gegen den primas seine blauen augen quollen aus den höhlen und ergriff mit nervigen händen in die luft als wolle er den ruhig vor ihm stehenden erwürgen da öffnete sich eine tür frau ellenor stürzte herein und warf sich in tränen aufgelöst dem primas zu füßen ich bin die größte der sünderinnen schluchzte sie und nicht wert den staub von deinen sandalen wegzuküssen du heiliger mann herr thomas neigte sich zu ihr und beschwichtigte sie mit milden worten dies schauspiel gab meinem herrn die verlorene fassung wieder er betrachtete sein zu den füßen des bischofs liegendes weib eine geraume weile dann zuckte er die achseln schlug eine lache auf wandte den rücken und verließ die halle zehntes kapitel an jenem tage verwundete ein giftpfeil des herz könig heinrichs erst war der stich nur klein und mitunter schien es als wolle er heilen aber in der tiefe eiterte er fort und fraß immer schmerzhafter ins fleisch bis zuletzt von diesem einzigen punkte aus herrn heinrichs ganzes wesen untergraben und sein königs leben zerstört wurde schnell zwar kam das verderben nicht über ihn denn meines königs starke freudige natur leistete ihm widerstand im drang der geschäfte im wetten und wagen des lebens verbiß und vergaß er wohl auch seinen groll zu nacht aber fuhr er kaum eingeschlummert aus unruhigen träumen empor sprang von seinem lager und stellte rastlos in der kammer auf und niederschreitend den undankbaren liebling der ihn als nächtliche scheingestalt heimgesucht und erschreckt hatte zur rede bald beleidigt und drohend bald aber auch liebreich und mit kosenden worten er hielt ihm alle beispiele des undanks vor in denen er sich aus biblischer und weltlicher historie entsann und überwies ihn der seinige sei der größte keines menschen mund schildert was mein könig litt anwesend und abwesend verfolgte ihn herr thomas gleicherweise stand der primas leiblich als ein stiller dulder vor dem könige so ergrimmte dieser über den erbarmungswürdigen anblick hielt sich herr thomas abseits vom königlichen angesichte im frieden seiner bischöflichen wohnung so zürmte und klagte er heinrich umso herzzerreißender daß sein vertrautester frühe die seele seiner ratschläge der ihn kenne wie keiner sein herz verrate sich von ihm entferne und sondere die schärfe einer übermenschlichen klugheit gegen ihn wendend und doch ließ es der primas nicht fehlen an versöhnlichen worten und unterwürfigem entgegenkommen dann fuhr der könig zu und fasste hastig die bedingungsweise gebotene hand welche der über dies triumphierende zugreifen erschrockene schon wieder erkälte zurückzog ebenso gut gut hätte mein könig eine wolke umarmt als seinen ehemaligen kanzler diesen schlanken schmeidigen aal festgehalten aber auch wenn der primas über einen streitigen punkt ein wahres und wirkliches zugeständnis machen wollte durfte es nicht gelingen entweder stieß er auf der fahrt nach winzer mit einem welt entfremdeten einsiedler zusammen der gerade jenes tages aus seiner höhle kriechen musste um den übertreuen bischof zu beschwören die rechte gottes und der armen seiner kinder nicht dem fürsten der welt preiszugeben oder es vertrat ihm wenige schritte vor der königlichen schwelle ein verzückter mönch das kreuz in der faust entweg und trieb mit schwärmerischen worten den demütigen nach canterbury zurück wollt ihr die wahrheit erfahren eine vermittelnde formel welche die englische königsmacht und die rechte der barmherzigen kirche zu gleichen zeilen geschont und gesichert hätte wäre schon vorhanden und der klugheit des kanzlers erfindlich gewesen wie ich meine war doch der könig nicht unmenschlich und thomas kein erhitzter eiferer aber die herzen der beiden herren kannten sich nicht mehr und wann sie den letzten schritt zueinander tun wollten trat das gespenst ihrer gestorbenen liebe als blasse feindschaft zwischen sie dann sei nicht vergessen daß frau ellenor jetzt als züchtiges eheweib nicht mehr von meinem herrn wich und ihm seit ihrer bekehrung tag und nacht in den ohren lag den heiligen gottes nicht zu beleidigen womit sie den könig erboste und verhärtete gehetzt und gezischelt glutgelegt und ins feuer geblasen wurde gleichfalls nach hofgebrauch der normännische adel insgesamt hatte seinen haß und abschau geworfen auf den gottseligen rebellen der den entlaufenen hörigen der eroberten güter die unerstürmbare zuflucht seiner klöster öffnete täglich und stündlich wurde dem herrn hinterbracht wie der bischof zunehme und groß werde im volke der sachsen und seine gleisnerischen hände überall und allezeit hilfreich und segnend ausstrecke er unterwühle das reich mit seinem heimlich brütenden frommen aufruhr der seelen gefährlicher als ein offener und körperlicher weil er sich nicht mit waffen niederwerfen lasse wurde dem könig solcher argwohn eingeraubt so gab der gereizte seinem liebsten rüden einen tritt und behandelte auch mich unwirsch besonders wenn ich ihm eines jener subtilen schreiben überreicht hatte in welchen der primas mit der ängstlichen linken zurücknahm was seine großmütige rechte gegeben dann geschah es wohl daß der herr das trügliche schriftstück fluchen in der faust zerdrückte und so jagd blasen ließ ob er seinen unmut auf freier heide verwinde aber es gelang ihm nicht wurde ihm der edelhirsch zugetrieben und reichte ich ihm die armrust so erblickte er statt des geängstigten wildes seinen verfolger stöhnte qualvoll hüte dich thomas schlankhals und durchburte dem tiere das herz endlich entschloß sich herr heinrich forderte den primas vor ein gericht seiner barone ließ ihn als reichsverräter verurteilen und vertrieb ihn auf ewig aus seinem landen am selben tag aber da herr thomas wie ein verbrecher über das meer entfliehen mußte wich frau ellenor von ihrem gemahl und verließ schloß windsor mit einem weit vernehmbaren wehgeschrei jetzt begann das ohr meines herrn und königs tag und nacht über mir zu lauschen was herr thomas trüben beginne zuerst verlautete der kapetinger habe ihn an der jenseitigen küste mit ehrfurcht empfangen und um seinen segen gebeten ihn versichernd er als ein christlicher fürst habe wahrlich sein leben lang nie einen mönch beleidigt geschweige einen bischof das war könig ludwig den sie den jüngling nannten weil er als ein unbärtiger knabe den thron bestieg und der name blieb ihm da er es nie zu einer herzhaften männlichkeit gebracht hat wie denn auch frau ellenor die er als seine königin heim geführt hatte in der gärung ihrer übermütigen jugend sich bitterlich beklagte dann habe sie mit einem heiligen mönche vermählt dieser herr war ein geborener freund der geistlichkeit und beschwor den pater der christen mit beilegung goldiger pfennige die sache des heiligen primas an die hand zu nehmen gegen herrn heinrich welcher sein und seines hauses erbfeind war und den er mit waffen der kirche wirksamer zu bekriegen hoffte als mit seinen weltlichen seinerseits hielt der heilige vater die waage in sorgsamer hand beflissen seine gnade je und je in diejenige der schalen zu legen die durch das gewicht hineingelegten goldes herabgezogen werde diese päpstliche weisheit gedieh meinem könige in jener zeit zum nachteil da ihm seine kriege in irland ein schweres geld kosteten und ihm weniger als früher für den vater der christenheit übrig blieb dennoch zögerte der heilige vater für herrn thomas ohne rückhalt einzutreten er konnte kein rechtes vertrauen zu ihm fassen und in seinem geiste den verfolgten bischof von dem ehemaligen kanzler nicht sondern diesen hatte er wiederholt als einen durchtriebenen staatsmann erfahren und es erschien ihm verdächtig daß er jetzt von seiner kunst keinen gebrauch mache sondern sich verfolgen lasse wie ein großer apostel der ersten kirche oder ein schwärmerischer ketzer der jüngsten zeit es wurde mir von glaubwürdigen zeugen versichert und wie ich herrn thomas kannte hielt ich es für die wahrheit er habe seine sache heilig gehalten und seine hände rein von jedem verrat an seinem herrn und könige dem papst nicht weiter in anspruch genommen und vom kappetinger nichts verlangt als eine klosterzelle wohin er sein haupt lege dergestalt ging er denn vom heiligen vater aufgeopfert die hoflager des kapetingers vermeidend am wanderstabe des elends von kloster zu kloster und oft verloren sich seine spuren während so seine leiblichkeit in frankreich abnahm und schwand wuchs seine macht und geistige gegenwart in engelland und stand über den trauernden sachsen wieder voll mond in der nacht oder wenn ihr lieber wollt herr thomas wohnte wie das christkind im stalle niedrig und prächtig in allen englischen hütten und herzen er herrschte dort als könig und vertrieb die furcht aus den seelen diese meine augen haben es gesehen wie die sachsen und mehr noch ihre weiber jetzt da herr heinrich den primas gerichtet hatte seiner majestät ehrfurcht und kniebeugung verweigerten sich abkehrend wo er vorüberritt noch ist mir ein stücklein davon erinnerlich mein könig lust wandelte eines tages in seinen gärten wo sie sich gegen wald und fluss ins freie verlieren und ich ging nach meiner gewohnheit von ferne in seinen stapfen da kroch aus den blühenden büschen ein blondes sachsenkind hervor und geriet dem könig zwischen die füße der heute gut gelaunte herr hob den buben auf liebkoste ihn und drückte ihm ein silberstück in das händchen halte fest mein junge sagte er da sprang die mutter die sich in einer ersten anwandlung von ehrfurcht und zittern hinter einem baumstamm geduckt hatte mit brennenden augen hervor entrist dem kinde die münze und warf sie entsetzt ins dickicht als wäre es einer der dreißig verfluchten silberlinge ich halte herbei um die freche welche mit dem kinde auf dem arm davon rannte zu ergreifen herr heinrich aber sprach hans lass sie laufen und wandelte für was mit verdorbener laune seufzend und nachdenklich tag und nacht ging alles träumen und sinnen meines königs darauf hin wie er herrn thomas seiner primat würde an der wie er sich einredete die verehrung der sachsen hing rechtsgültig und für immer entkleide darüber habe ich ihn oft die faust auf der stirne gedrückt grübeln und brüten sehen eines morgens trat er mit triumphierendem angesicht aus seiner kammer er glaubte das rätsel gelöst es war am tage der himmelfahrt unseres herrn das herr heinrich vor die versammlung seiner barone trat und ihnen vorstellte sein weit verästetes reich bedürfe eines zweiten hauptes und er würde sich die krone mit seinem erstgeborenen teilen last und sorge erleichtern die herren will ich den in guten oder bösen gedanken und absichten ein daß prinz heinrich neben seinem vater gekrönt werde und es krönte und salbte den jüngling der normänische bischof von york darauf folgte ein der gelegenheit würdiges festmahl und dabei begab es sich wie ich hier vor einem jahre euren brüdern den herrn im stift vorgemacht und nach wahrheit beteuert habe dass mein herr dem jungkönige heinz bei tische diente und ihm eigenhändig die speise vorlegte heute bin ich einer schweren bürde ledig geworden rief er und vergoss tränen der freude ist euch die list der sache klar herr erkennet ihr welche last mein könig abzuwerfen wähnte ihr schüttelt das haupt wohl an hier habt ihr den schlüssel dazu das große privilegium der unvergleichliche edelstein der bischöflichen mütze von canterbury war die krönung der englischen könige dadurch daß sie ein anderer bischof vollzog wurde die primaswürde vernichtet und herr thomas heruntergedrückt so rechnete mein könig und ergriff das mittel den eitlen heinz an seine seite auf den thron zu heben denn er meinte sein erstgeborener werde sich damit begnügen das schimmerte krönlein auf seinem haupte im spiegel zu betrachten und es auf gewand und pferdedecke sticken zu lassen war der plan nicht fein und staatsklug wie weiland die ratschläge des jetzt der schlauheit der welt abgestorbenen kanzlers es war ein böses fündlein wie herr heinrich kein schlimmeres hätte tun können wenige wochen später zeigte es sich zwei unheilskunden langten an dem gleichen tag in windsor an die eine erzählte jungkönig heinrich sei den wetterwendischen herrn gottfried mit sich ziehend nach paris geritten unter dem vorwande eines turniers in wahrheit aber um die jenseits der meerenge gelegenen länder des normannenreiches unnötiger und schmählicherweise von dem kapetinger zu lehen zu nehmen die andere lautete der verborgene herr thomas sei in einer französischen stadt zu pfingsten an den tag getreten und habe unter dröhnendem glockenschlage die brennenden kerzen auf dem hauptaltare des domes mit dem hauche seines mundes gelöscht den bischof von york der in die rechte des stuhles von canterbury gegriffen mit dem banne schlagend wie der alte könig denn diesen unlieben namen musste mein herr seit der krönung seines sohnes tragen diese zwei botschaften erhielt gebärdete er sich wie ein wahnsinniger mann er tobte entgürtete sich vor seinen knechten warf sich stöhnend auf sein lager zerfetzte die seidenen decken riss mit den zähnen die wolle aus dem polstern und zerschlug sich die brust mit verzweifelten fäusten löset mir den verfluchten vampir vom herzen häulte er den schaum vor dem munde und meinte herrn thomas er zernagt mir leib und seele burkhard hörte diese mehr mit unlust denn er war ein reichstreuer weiblinger und darum auch in den händeln anderer nationen ein königlich gesinnter mann es konnte ihm nicht gefallen einen großen und tapferen fürsten in solcher erniedrigung seiner selbst zu erblicken er machte seine mißbehagen mit einem stichegel gegen den gehärteten armbrust der luft die zwei hiobsbotschaften am selben tage hans du träumst liegt doch ein volles jahr dazwischen wenn die zahlen auf den rändern meiner chronik nicht lügen bleibt mir vom leib mit nichtigen zahlen grollte der armbruster ein anderes ist es fügte er seines unwirschenden wortes ist sogleich bewusst mildern hinzu ob einer noch im tage werke und in der zeit steht oder ob der tod sein lebensbuch geschlossen hat ist einmal das letzte sandkorn verrollt so tritt der mensch aus der reihe der tage und stunden hinaus und steht als ein fertiges und deutliches wiesen vor dem gerichte gottes und der menschen beide haben recht und unrecht eure chronik und mein gedächtnis jene mit ihren auf pergament gezeichneten buchstaben ich mit den zeichen die in mein herz gegraben sind aber haltet mich nicht auf mich verlangt zu enden lieber herr denn ich erblicke ein blutiges totes haupt vor mir und den gegeißelten rücken meines königs ende des zehnten kapitels konrad ferdeland meyer der heilige diese librivox aufnahme ist in der public domain elftes kapitel am abende des tages da mein herr und könig durch sein blindes wüten sich selbst geschändet und vor seinen knechten erniedrigt hatte saß ich niedergeschlagen und einsam voll scham und trauer um meinen herrn auf einem mäuerchen bei den stallungen da erhielt ich unversehen seinen schlag auf die schulter und herr richard der nach seinen hengsten geschaut schwang sich leutselig wie er mit den knechten war rittlings neben mich auf die mauer hans sagte er ohne umschweif deine augen haben gesehen wie sinnlos und unritterlich der vater sich heute gebärdete versenke dieser tag in ewige finsternis eine reißende bestie jammer und schande zwei kindliche zornestränen drannen über seine wangen gut noch daß die anaufrührer der heinz und der gottfried solches ding nicht geschaut haben sie würden den elenden mann am französischen hofe und bei allen anderen thronen als einen wahnwitzigen und unfähigen auskünden der sein reich so wenig als sein eigen gemüt bezähmen und regieren kann bleibt es so oder wird es schlimmer mit ihm wie leichtes spiel haben die brüderlein dem vater die krone vom haupte zu reißen und mir mein erbteil zu entwinden aber bei den augen gottes beteuerte er das darf nicht dauern habet geduld herr richard unterbrach ich ihn und weichet nicht von einem kranken wenn ihr mit sicherheit in euer erbe treten wollt so bauet auf gottes verheißung die denen so vater und mutter ehren langes leben und den besitz des landes verbirgt nicht meinetwegen allein muss das ding ein ende nehmen sagte herr richard ich bin der drittgeborene und meiner treu mich ergötzte besser ein reich mit dieser faust zu ergreifen als das des eroberers zu erben aber er sprang auf die füße und reckte die hand gen himmel umkommen lasse ich es nicht das reich des normannen so war sein blut in meinen adern rollt diesseits und jenseits des meeres soll es zusammenhalten und die welt beherrschen wie er so hoch und herrlich vor mir stand konnte ich von seinem glanz das auge nicht verwenden er aber wandte sich zu mir mit den ungeduldigen worten hans wo begann das und wurde so schlimm in der stunde sag ich dir wo der vater mit der weisheit es ist mit herrn thomas sich entzweite widersprich mir nicht ich will verkappt über meer und nach dem kloster fahren wo der primas fastet und betet er hat mich lieb gehabt und lieb mich zur heutigen stunde wenn noch eine faser seines wesens unvermöncht ist rede mir nicht ein ich gehe seine knie zu umfassen ich will flehen und bitten nicht wie ein königskind und nicht wie zu einem menschen ich ruhe und raste nicht bis ich die zwei zueinander gezogen und versöhnt habe er muß wiederum des vaters kanzler werden denn allein seiner großen und einzigen weisheit ist es möglich das wirrnis zu lösen ich wußte wie gerne herr richard sich verkleidete und auf abenteuer ausritt diesmal jedoch wurde er durch frommes kindliches leid mehr noch als durch sein blut getrieben ich hielt dem ehrlichen wildfang noch vor wie leicht mißlungene versöhnungen verschärfte feindschaft umschlägt dann ging ich unverzüglich ihm und mir ein geringes gewand zu verschaffen willfährig ihn auf seinen wegen zu begleiten denn die fröhliche zuversicht seiner augen hatte mich gewitzigten verblendet urlaub von meinem könige nahm ich nicht die weil es ihm selbst genehm sein musste nachdem ich der zeuge seiner schmach gewesen meinen anblick etliche tage zu missen wir durchreisten frankreich in zwei ärmliche deutsche reiter verkleidet die kriegsdienst und löhnung suchen herrn richards jugend und adel aber strahlte so siegreich aus dem geflickten mantel hervor dass ich um jeden verdacht abzuwenden mich meiner hofsitten gänzlich entäußerte in herbergen und auf heerstraßen gröblich fluchend und schwörend in meinem väterlichen allemannisch auch ritten wir des nachts und rasteten des tages da stieß ich mit einem zusammen in einer herberge woher richard in der entlegensten kammer schlief mit einem der von unten her gewalt über die geister empfangen hatte der mit scharfen schwerte und noch schärferer zunge wo er stand und ging wie ein engel der zwietrachtbande der natur zur schnitt und den frieden mordete auch das löwenherz sollte ihn später erfahren aber jenes tages blieb er noch vor ihm verschont ich saß vor meinem inbiss in der trinkstube da hörte ich pferdiges stampf auf dem gepflasterten flur und den lärm eines anlangenden reisigen trupps ein fünf oder sechs in kostbarkeit gekleideter und turniermäßig gewaffneter ritter traten ein und verlangten einen guten schnellen druck es waren südfranzosen von gelenken gliedern feurigen augen und geflügelter rede die wie ich bald erfuhr von einem lanzenspiele in der berühmten stadt paris kamen dass sie infolge eines plötzlich entloderten bösartigen zwistes fluchtweise verlassen hatten sie ließen scheiter ins feuer werfen und setzten sich scherzend und silbenstechend um den lodernden herd kreuz und quer sprangen die klingenden worte die einen der jünglinge setzten die frauen von paris herunter neben den schönheiten von arl und tarascon die andern erhitzen sich wiederum an dem zwist der ihnen das fest vergelt und gekürzt hatte wär diesen gestiftet darüber war ich nicht im zweifel gerade jetzt sprang er wieder von seinem sitze und in ihre mitte der mit brennenden augen und flatternden haaren und machte sich zum herrn des gesprächs wahr ist es überall wo ich hintrete lodert die flamme aus der erde rief er ihnen zu hoch und aufrichtig kein ersticktes feuer wie das eurige hasset ihr sie doch auch im stillen ihr provenzalen und aquitanier kinder der sonne diese leute des nordens mit den gepanzerten gliedern und steifen gebärden mit der herrischen sprache und den begehrlichen augen fühlet doch wie sie euch beneiden ihr begünstigten eure von öl und wein triefenden hügel die alte freiheit eurer römischen städte eure glücklichen porte wo die waren und die gedanken der erde getauscht werden meer und himmel eure vollkommenen weiber eure süßeste sprache fühlet ihr doch dass sie euch aus der sonne drängen und wie ungeziffert zertreten werden so wird es kommen denn die völker der erde vertilgen sich und der hass ist der allmächtige könig der welt ihr aber wollet euch nicht stören lassen so baut denn eure nester rastet und scherzet im reiche der täuschung ihr sonnetendichter liebet bis ihr in der liebe den haß findet mich aber lasset auffahren über den schein in die wahrheit der dinge hoch lebe der haß der glühende atem der erde seht dieses herz das gefäß meiner prächtigen flamme wer da hassen will der pilgere zu dem lodernden herzen bertrams de born vor diesem altar werden die gesinnungen offenbar und fahren die hände an die schwerter und er deutete auf ein flammendes herz in seiner stickerei von gold und purpur das auf der linken seite sein schwarzes eng anliegendes wams zierte das herzchen auf eurem wams hätte ich mir anders gedeutet herr bertram spöttelte schüchtern ein junges blut das fiolenblau wohl die farbe seiner dame auffällig zur schau trug ihr wandet eure augen doch auch wohl in liebe frauen zu wenn auch nur fürstlichen und längst noch fuhret ihr überm meer zu eurer alten flamme der königin ellenor wollet uns das kriegslied singen das ihr dem tugendsamen gemahl könig heinrichs in dämmer stunden zuflüstertet das läßt sich nicht singen und sagen höhnte der wilde zwei worte hab ich ihr zugeraut und zwei andere ihrem sohn in dem jungkönig heinz gestreut ist die saat und blut ernten werden aufgehen bei den flügeln luzifers ich verstricke könig heinrich und seine söhne in die ringe eines drachen giftiger als der welcher den priester laocon und seine kinder erdrückte ich konnte den blick nicht von dem manne verwenden der sich jetzt zu meinem grauen nach der richtung kehrte in der wir zum kloster reiten sollten mit beiden armen in die weite grüßend verwundert euch nicht ich wußte wen er vor sich sah dort betet einer der noch besser hast als ich rief er aus ich grüße dich gefährte und er trank dem fernen den seine augen erblickten feierlich aus voller schale zu du stiller langsam grabender mann du duldest wie dein meister und lässt es sich töten wie er du glaubst der liebe zu dienen aber der hass ist der mächtigere und dein tod wie der deines gottes ist die verdammnis der menschen bischof die wette gilt wer von uns beiden könig heinrich von engelland am tiefsten in die hölle stürze dort will ich ihn finden und mein knie auf seiner kehle einem triumphgesang anstimmen dass die höllen kreise sich denen die verdammten zu riesen werden und was darüber schwebt in sein nichts verschwindet das grausige läster wort als ob der süße pelikan nicht uns allen zu lieb und heil sich die brust geöffnet hatte mir das haar zu berge getrieben während die an ketzerscherze gewöhnten provenzialischen herren sich wenig daraus machten wohl aber daran herumrieten wer herrn bertrams mithasser sei dann sprang das gespräch über auf ein seltsames zeichen das jüngst die leute von all erschreckt hätte auf dem dortigen römischen markte seien marmornes mädchen haupt zu tage gekommen mit gebrochenen augen und der bitterkeit des todes auf dem munde und wenn man seine geflochtenen locken näher betrachtete so seien es züngelnde nattern sie meinten dieses traurige haupt bedeute ein kommendes großes sterben in ihren sonnigen ländern all dieses künftige elend und das gegenwärtige meines königs bewegten mir das herz so kläglich dass ich mich nicht halten konnte und einen schweren seufzer ausließ die herren die mich bisher nicht in acht genommen blickten sich nun verwundert nach mir um da erhob ich mich von meinem becher und ging mit schweren reitertritten und einem ehrlichen schwäbischen grüß gott an ihnen vorbei sie antworteten als höfliche leute ohne zögern mit einem hübschen kopfnicken als ich aber aus dem oberen stockwerke wohin ich gegangen war herrn richard zu wecken ihnen nachblickte die sich rasch zu pferde schwangen ebenso stürmisch aufbrechen wie sie gekommen waren da warf der unbändige ihr anführer gerade noch ein loses spottwort über meinen schwäbischen seufzer unter sie und die herren verritten unter dem gellen eines scharfen welschen gelächters der züchtige herr burghard hatte sich über den lästerungen dieses fremdlings zu wiederholten malen still bekreuzt jetzt bemerkte er nachdenklich aus dem schwefelgeruche dieser reden hans er siehst du leichtlich mit wem du in dieser französischen trinkstube zusammengesessen hast mir ist es außer zweifel wer jenen fahrenden mann besaß und begeisterte kein besserer als der arge der ein rebell und mörder ist von anfang darum auch wußte er dem martortod des herrn thomas voraus und gleichermaßen so fürchte ich wird sich erfüllen was dieser unheimliche von der drohenden verwüstung jener südlichen lande wahr sagte worauf auch das ausgegrabene schreckensweib hindeuten mag an jenen küsten wimmelt es wie verlautet von ketzern jedes irrtums besonders von hartnäckigen manichären ich liebe den frieden bin den menschen hold und freue mich die läßlichen sünden zu vergeben hier aber wird die gnade verworfen und ich könnte es wahrlich geistlichen und weltlichen herren nicht verargen wenn sie sich zusammentäten um diese verstockten aus dem mittel der christenheit zu heben dass ihre städte sie nicht länger kenne doch besser ist bei diesen traurigen dingen nicht zu verweilen hans erzähle mir ob ein segen war bei der fahrt des herrn richard er ist der einzige deiner engeländer an welche meine seele ein gefallen finden kann es war mir kaum möglich mein roß neben dem flüchtenden falben des löwenherzens zu halten fuhr der armbruster willig fort denn seine sehnsucht nach herrn thomas wuchs von stunde zu stunde und war kaum mehr zu zügeln als die türme des klosters wo dieser sich barg auf dem klaren blauen herbst himmel sich vergrößerten und die mauern seiner umfassung schimmerten wie die himmlische stadt mein löwenherz kennend und den sturm seiner gefühle beschwore ich den herrn mich ihm vorausreiten und die gelegenheit erkunden zu lassen wo rein er wenn auch ungern und scheltend zuletzt willigte der bruder pförtner vernahm ein gesuch ohne argwohn und als ich den herrn thomas nannte machte er ein so ehrwürdige gebärde und sog ein so frommes gesicht das ich wohl merken konnte der kanzler stehe hier in hohem ansehen und im geruche der heiligkeit er sagte mir der primas befinde sich in der kirche und erwage es nicht auch wäre es frevelhaft ihn in seiner andacht zu stören inzwischen zeigte mir der mönch die nackte zelle dies aus dem bischöflichen palaste von canterbury verstoßenen mit dem rauhen feldsteine worauf er schlummernd das haupt zu stützen pflegte dies harte kopfkissen verwunderte mich denn ich wusste von wie empfindlicher natur und von wie feinen gliedmaßen der kanzler war endlich aber als es nicht werden wollte und des heiligen mannes andacht zu keinem ende kam ließ mich der pförter in die kirche treten gegen das versprechen mich still und eingekehrt zu verhalten solange der betende meiner nicht ansichtig würde so trat ich den achtsam zwischen den säulen hervor und wurde als bald herrn thomas gewahr der in einem hochlänigen chorstuhle stand eher sinnend als betend da ich den wundersamen herrn seit manches jahresfrist nicht mehr gesehen hatte so erschrak ich über die widernatürliche schmalheit seines antlitzes und seine tiefen schmerzlichen augen deren blick mehr nach innen als nach außen gerichtet schien ich kniete im schatten des hochaltars auf die stufen nieder und verehrte das heiligste ohne herrn thomas aus dem auge zu lassen ob er meiner gegenwart gewahr wurde oder nicht blieb mir unbewusst denn nichts an ihm geriet in bewegung als ich aber nach einer guten weile langsam mich von den knien erhob richtete der kanzler ohne mich anzublicken oder die miene zu verziehen die frage an mich wie befindet sich mein herr und könig ganz in dem tone wie er vormals zu fragen pflegte wenn er mich in windsor vor der schwelle der königlichen kammer traf da schossen mir die heißen tränen in die augen er aber bewegte sich leise die stufen herunter winkte mir mit der hand ihm zu folgen und schwebte mir voraus in den klostergarten ein lustiges grünes gefiert mit blühenden rosenbüschen in der mitte eines kunstvollen kreuzganges von neuester bauart obwohl draußen schon die blätter fielen hatte das welken und sterben der natur noch keinen einlass gefunden in diesen von den sorgfältigen mönchen gepflegten grünen raum der primas ließ sich zwischen dem üppigen gesträuch auf eine steinbank nieder und wiederholte seine frage wie steht es um meinen herrn und könig herr thomas sagte ich es steht mit ihm nach gemeinem menschenschicksal und erbärmlicher noch er ist nicht mehr zu kennen seht ihr ihn es jammerte euch seiner und euer eingeweide würde sich über ihn erbarmen dann schilderte ich ihm mit beweglichen worten den verfall und die verstörung des einst so mächtigen majestätischen fürsten er hätte mich lange reden lassen herr er hörte mich an ohne schaden lust auch ohne sichtbares mitleid auch nicht fremd und gleichgültig sondern wie man wohl vernimmt dass sein unheil eingebrochen ist welches man lange vorher gesehen und worauf man sich im geiste gefasst hat so schwieg er aber ich meinte zu fühlen dass sein herz sich erweichte darum erkühnte ich mich und schrie herr thomas ihr seid ein heiliger mann und kasteiter christ wenn ihr vergeben könnt was herr heinrich an euch gefrevelt hat es nehme heute noch ein gutes ende er aber schwieg verzeiht dem könige schrie ich wieder dass gnade verloren ging da senkte herr thomas das haupt und antwortete rätselhaft schlimm wenn die süße gnade verloren ging das sei ferne in diesem augenblicke vernahmen wir das wehklagen des schelten der mönche welche einen jungen reitersmann der den pferdner überrumpelt hatte und in den kreuzgang einbrach an den armen zurückhielten es war herr richard das harren und seine verkleidung mochten das löwenherz verdrossen haben die mönche abschüttelnd stürzte er zu den füßen des primas und rief mein vater mein vater sie wollen mich nicht zu dir lassen dieser betrachtete ihn eine weile schweigend dann strich er ihm mit sanfter hand die schweißgenästen verworrenen blondhaare aus der stirl und schlichtete sie ihm mütterlich wie ich dies zeichen seiner zärtlichen liebe zum löwenherzen sah hielt ich unsern handel für gewonnen und verzog mich bescheiden unter die gewölbe des kreuzganges die beiden herren ihren engeln und schutzengeln überlassend ich setzte mich unter den bogen einer durch ein bündel feiner marmorstäbe geteilten fensteröffnung auf die breite steinplatte und warf hier und da einen forschenden blick ins grüne zu den zwei herren hinüber dieser kreuzgang war wohl wildwerk und wie gesagt nach dem neuesten geschmack gebaut seine säulen waren mit reichem gesimse gekrönt auf welchem in abwechselnder reihe je ein geschöpfter oberen oder der unteren regionen saß hier ein psalierender engel dort ein lächerlicher oder boshaft grinsender wechselbalg aber ich verwendete auf diesen zierrat wenig aufmerksamkeit denn mein auge wurde immer wieder von der steinbank im klostergarten angezogen der königssohn hielt die knie des kanzlers umfasst der nur sanft zu widerstreben schien bis jetzt herr richard mit glühenden wangen seine letzte bitte vorbrachte und den primas noch herzlicher umfasste hier wandte sich herr thomas mit traurigem antlitze weg aber der prinz ließ nicht von ihm bis er auch diese gewährte ich hörte wie der jüngling während dieses ringens um die seele seines vaters das wort bese wiederholt ausrief und er riet dass es sich um den friedenskuss der kirche handle mit welchem der primas seine nächste unterredung mit dem könige zu weihen und zu beginnen versprechen sollte nach einer guten weile schritten die herren der blühende jüngling zur linken des kasteiten bischofs hand in hand an mir vorüber durch den kreuzgang und trennten sich noch innerhalb desselben ich folgte herr richard neigte sich über die blasse hand des kanzlers und benetzte sie mit tränen kindlichen dankes wahrlich auch mein herz jubelte daß die erbarmungswürdigen leiden meines königs zu ende gingen da mußte ich wehe über den häuptern der zweie ein steinernes kleines scheusal erblicken das auf dem gurt eines pfeilers hockend mit seinen kröpenbeinchen höhnisch nach ihnen stieß und dazu die zunge reckte dieses mißfiel mir ob schon es ein zufall war und ich hätte die beiden herren lieber erst am nächsten pfeiler sich scheiden sehen wo ein harfenierender engel seine schwanen fittiche ausbreitete herr richard schickte mich dann hals über kopf zum könige seinem vater mit einem schreiben worin er diesen bat um gottes wunden und um seines eigenen heiles willen die den bitten des sohnes gewährte zusammenkunft mit dem primas zu beschleunigen als herr heinrich aus dem briefe entnahm der bischof verspreche ihm den heiligen friedenskuss ließ es ihn nicht länger in seiner burg er trieb seine ritter und schalt seine knechte bis wir nach wenigen stunden spornstreichs verritten so heiß dürstete ihn nach der berührung der lippen die seine langjährigen qualen stillen und seinem leben den frieden geben sollten wie sein glaube war es war an einem grauen tage und auf einer trübseligen heide dass die herren zusammentrafen herr thomas der mit kleinem gefolge erschien hatte mühe sich von seinem tiere zu heben er war schmal von gestalt und schwankend geworden wie ein in sonne und wind verschmachtetes schilf der könig stürzte vor um ihm den bügel zu halten den primas aber hatten seine mönche schon in seinen armen empfangen er stand ehrerbietig vor meinem herrn ein müder mann aus tiefen höhlen blickten seine augen und zitternd klang seine stimme als er an den könig die erste rede richtete gnädiger herr lass die andern zurücktreten damit unser geheimnis unbelauscht bleibe er winkte seine mönche weg und der könig wies mit hastigem gehorsam seine ritter zurück denn ihn dürstete nach dem friedenskusse ich aber ergriff die zügel der beiden pferde und hielt sich mit ihnen in kleineren entfernung von den herren während die andern mönche und ritter wohl auf die weite eines bogenschusses nach zwei seiten zurückwichen herr heinrich konnte sich jetzt nicht länger halten mit gespitzten lippen näherte er sein zerfallenes aufgedunsenes gesicht dem kasteiten heiligen haupte des kanzlers kanzlers es war häßlich und abstoßend das antlitz meines königs aber so rührend und sehnsüchtig als begehre es nach dem genusse des göttlichen leibes was jetzt geschah herr was in dem innern des kanzlers vorging wer kann es sagen ich meine daß dieser verein von häßlichkeit und begierde ihn an die erwürgung der kindlichen gnade erinnerte er entzog ekelnd seine lippen dem könige und betrachtete das nahe haupt mit schauder als er blick ihr den inbegriff jeder unterdrückung und schandtat doch der könig in seiner blinden sehnsucht ergriff die arme und suchte den mund des kanzlers als dieser ihn mit einem schrei des entsetzens zurückstieß wie nun herr heinrich mit schmerz und zorn gewahr wurde dass ihm der primas trotz des gegebenen wortes den frieden nicht gewähren konnte verhärtete sich plötzlich sein gemüt und erstieß verzweifelnd die worte aus was habe ich mit dir zu schaffen thomas was verfolgst du meine seele der kanzler aber war seines willens wieder mächtig und seines pfades sicher geworden er erwiderte mit ruhiger hoheit du kennst seit langem meine natur o herr die in die stapfen eines größeren treten muß ich bin dessen nicht gewiß ob der nazarener dem ich gehöre und nachzufolgen suche es über sich gebracht hätte deine scheuseligen lippen zu berühren den verräter judas hat er geküsst der ihn die unschuld und liebe selbst verkauft und in den tod geliefert hat aber ob er einen mund geküsst hätte der die seele eines kindes vergiftete und den leib der unschuld verdarb daran muss ich zweifeln und da er zugleich ein gott ist wie die kirche lehrt so kann er den mord seines lammes nicht vergeben ohne eine schwere und völlige sühne weil er sich selbst das heißt die gerechtigkeit die sein gewesen ist nicht zerstören kann und ich der ein mensch aus heidnischem blute und nicht so gelassen bin als ich scheine soll über mich bringen was mein meister nicht vermocht hätte und doch es soll geschehen aber um ein lösegeld seelen gegen seele sammle deine sinne könig höre mich an und überlege siehe ich habe noch andere kinder deine sachsen deren seelen du selbst einst meiner hut anvertraut hast und wie soll sie der verbannte hirte weiden und wie sollen diese seelen gedeihen wenn ihre leiber das eigentum deiner wölfe deiner unersättlichen barone sind seit dein ahn der eroberer viele tausende dieser überwundenen sachsen einer handvoll eiserner mannen unterworfen hat wohnen die beraubten nicht mehr auf eigenem grunde du verstümmelst die männer wegen eines erlegten schädlichen wildes kraft einer barbarischen jagd gesetze und scheuchst jünglinge und mägde in den schatten der klöster weg von der sonne und von der ererbten nähernden erde die sie friedlich bauen und bevölkern sollten lass mich gewähren höre mich an ich will dir und dem sohne der dir bleibt ein volk schaffen nicht mit eroberung und gewalttat sondern mit weisheit und gerechtigkeit mit dem sanften stabe des bischofs will ich überwinden weil ich die seelen beherrsche so fürchte ich mich nicht vor den schwertern deiner normannen ich bin in diesen tagen des blinden zornes und der plumpen list noch immer der klügste unter den sterblichen o mein könig wie töricht hast du gehandelt da du meine macht zu zerstören deinen sohn heinrich gekrönt hast und wie ungerecht denn du selbst hast mich zu deinem primas gemacht und dein primas bin ich auf immer siehe hier er hob eine rolle aus seinem busen den bandstrahl des papstes in rom den er gegen dich wirft weil du an die rechte meines stuhles getastet hast ein unreines feuer das ich nicht auf dein haupt herab beschworen habe heute ist der heilige vater ein mietling deines königlichen vetters von frankreich wie er einst da ich dir diente der deinige war du hast die seele des latiners nicht verstanden und spartest das geld zur unzeit gib dich mein herr und gebieter in meine hände zurück und drehte diese käufliche brandfackel aus auch auf die rechte meines stuhles werde ich einst verzichten wenn ich sie gebraucht haben werde um in deinem königreiche jedem raum und recht und dir ein volk zu schaffen denn nicht des latiners knecht bin ich sondern ein diener und bruder des nazareners über diesen erstaunlichen worten war das angesicht des königs halb aufgeflammt und bald erbleicht zuweilen schien er überwältigt dann sträubte sich sein königsstolz dem bischof und seiner weisheit sich zuzuneigen und zu ergeben feindschaft und grauen gewannen wieder die übermacht und seine seele blieb zwiespältig siehe mein fuß ist müde fuhr herr thomas mit weicher stimme fort ich bin eine erlöschende flamme doch scheint mir lebenswert in diesem zeitalter des hasses und zwiespalt sein reich zu gründen wo gott und dem menschen nicht ins angesicht gespiehen und geschlagen werde erbe des eroberers willst du ein gerechter könig werden begehst du eine mildere todesstunde als die deiner ahnen über dir schwebt und thomas schaute in den leeren raum über dem haupte des königs wo ich im geiste eine hand mit gezücktem schwert erblickte eine andere als meine rache ich sühne sie dir ich schirme dich besser diene ich dir jetzt als einst als dein ehrgeiziger kanzler ich bin dein freund denn siehe dein sohn richard hat für dich gebeten diese schöne und geistliche rede hätte vielleicht meinen armen könig überwunden hätte nur der kluge herr thomas das löwenherz nicht ins spiel gezogen mein herr heinrich obwohl er seinen dritten über alles liebte war durch den unkindlichen verrat und abfall der jungherren heinz und gottfried gegen sein eigenes fleisch und blut argwöhnisch geworden ihn ärgerte zu dieser stunde dass sein sohn richard für ihn gebeten und in seinem herzen schwoll und kochte ein schwarzes misstrauen wohin drängst du mich thomas begann er ich soll meine normannen erzürnen was sinnst du meine sächsischen knechte freigeben meinst du's im guten willst du mich verderben er runzelte die stirn als mühe er sich nachzudenken aber plötzlich kam ein verwirrender geist des zornes über ihn ich erkenne dich rief er du willst mich und mein reich zerstören seit gnade die gottverdamme dahin ist brütest du tag und nacht über meinem untergange du heuchler du verderber du rachsüchtiger heide das antlitz des herrn thomas aber leuchtete wie das eines engels und er sagte mit strahlenden augen ich vergebe dir den tod gnades und deine lästerung wenn du meine brüder die sachsen frei gibst und fortan göttliche und menschliche wege wandelst willst du könig heinrich in diesem augenblick wurde der haufe der normännischen herren unruhig die es verdroß den könig so lange mit dem geächteten bischof dessen klugheit sie fürchteten verhandeln zu sehen und deren ehrerbietung gegen ihren fürsten schon merklich gesunken war sie rasselten mit den speeren und schilden tummelten ihre rosse und schrien finisse seigneur roi finisse herr heinrich erschrak und bedeutete dem primas schleunig von ihm zu weichen zurück mit dir rief er in dein französisches kloster und lass deine sohlen nimmermehr den englischen boden berühren du volksverführer weder hier noch jenseits will ich je mit dir wieder zusammenkommen und zu schaffen haben du zauberer und schicksalsrabe aus dem angesicht des primas wich jedes leben er antwortete mit sanfter stimme ich weiß nicht ob ich deinem worte folgen kann denn lange bin ich nun gewandert und hirt und herde verlangen nacheinander auch sehne ich mich nach meiner ruhestätte darum oher verspreche ich nicht dir zu gehorchen doch besorge nichts von mir meine schritte suchen den frieden hüte hüte dich bei deinem leben meinen englischen boden zu betreten schrie der könig außer sinnen und gebärdete sich so heftig das herr richard das löwenherz der aufmerksam auf die zwei sich in der nähe der normenischen ritter hielt mit verhängtem zügel und bestürzten minen herangesprengt kam thomas becket aber wendete sich von dem könige mit einem wehenlächeln ich glaube die stunde meiner befreiung naht sagte er wo hätte ich zager sonst den mut genommen das haupt zu erheben und meinen herrn und könig zu erzürnen so schieden sich herr heinrich und herr thomas voneinander ohne den frieden den sie beide doch redlich gesucht hatten ende des elften kapitels konrad ferdinand meyer der heilige diese libre works aufnahme ist in der public domain zwölftes kapitel als wir die graue heide den ort des verweigerten kusses verlassen hatten und schweigsam in uns gekehrt nach der festen normenischen stadt rouen trabten trieb uns nach einem warmen verlängerten spätherbst eine raue winterluft die ersten flocken entgegen mich drückte der kummer wie ein zu enger brustpanzer denn ich gab die sache meines königs verloren wohl wissend was ich herrn richard nicht verhehlt hatte daß das an einem sonnenstrahl der güte schmelzende eis der herzen von neuer kälte überfallen sich zwiefach verhärtet mit meinen augen hatte ich es gesehen wie der primas dem löwenherzen zuliebe sein innerstes naturwesen hatte zwingen wollen die lippen meines königs zu berühren und wie er es nicht gekonnt von dohlen und krähen umflattert sprengte herr heinrich über das plachfeld das sich langsam mit schnee bedeckte da an einem kreuzwege spornte herr richard seinen falben den er bei wehrendem ritte gegen seinen gebrauch in den hinteren rhein gehalten hatte neben den berberhengst des königs und beurlaubte sich von dem vater mit gesenktem haupte und wie mir schien tiefsinnigen und hinterhaltigen minen wie sein tapferes antlitz sie sonst niemals zeigte er schützte ich weiß nicht welche persönlichen anliegen und verwickelungen in seiner grafschaft boitou vor und ich verstand dass er zwar nicht mit den brüdern gegen den könig panier aufwerfen aber außerhalb des streites sich halten werde in der stadt rouen hielt sich herr heinrich bis zur weihnacht die nicht ferne war in guter zucht und christlicher zerknirschung hörte fleißig die messe und tat sich wehe mit fasten und jeglicher enthaltsamkeit denn er war gesonnen am morgen des teuren festes das hochheilige brot zu essen so tat er auch mit andacht und freude dann setzte er sich mit seinem adeligen gesinde an die reich beladene tafel um seinen kasteiten magen zu ergötzen das festliche mauer war zu seiner mitte gelangt da regte sich der böse und schickte einen störe fried gestiefelt und gespornt denn er hatte sich eben vom pferde gekugelt keuchte der bischof von york durch die halle und stellte sich rot wie ein puter mit erzürnten gebärden vor den tafelnden könig dieser kurze hitzige norrmanne konnte mit seiner unrast und dem auffahren seiner gliedmaßen einen gelassenen und gesunden aus der schönen fassung bringen geschweige meinen könig ihm an der seite erschien einer seiner kleriker ein mann mit langem gesichte voller vernunft der ihn mit bedächtigen reden zu beruhigen und zu regeln trachtete helft mir gerechter könig heinrich überschrie sich der kleine nicht genug am primas hat nun auch der heilige vater in rom seinem bandstrahl auf mein haupt geschossen thomas beckett den gott verpeste hat die bulle verstohlener weise auf seinem eigenen leibe in euer englisches königreich getragen und eben jetzt zur heiligen freudenzeit wird sie in allen kirchen wo sachsen messe lesen zu meiner und meines königs schmach feierlich verkündigt und wie ist der sohn der bosheit nach canterbury gekommen als ein triumphator mit roß und wagen und einem langen sächsischen heerzuge hier gelang es dem verständigen kleriker seine stimme hörbar zu machen dem sei nicht so wandte er ein auf einer frommen eselin sei der primas eingeritten war sei es aber dass das volk gewand vor ihm ausgebreitet und was grünes in dieser winterzeit vorhanden auf seinen weg gestreut habe der verbannte sei als ein müder mann nach canterbury zurückgekehrt und habe sein erzbischöfliches haus ja sein gemach seither nicht wieder verlassen freilich habe der primas zwei päpstliche bullen in seinem gewande nach engeland gebracht die eine aber habe er in die flamme seines herdes geworfen die andere von seinem kriegslustigen kleriker nur mit widerstand sich entreißen lassen herr thomas sei am erlöschen und die natur selbst werde herrn heinrich von seinem peiniger und widersacher in bälde befreien das sei die nüchterne wahrheit ein ihm verpflichteter hausgenosse des primas habe sie ihm getreulich erzählt der bischof aber rannte diese vernunft mit gewaltsamen worten zu boden thomas am erlöschen schrie er bei meiner bischofsmütze drei lebensgeister hat er zähe um deiner majestät zu schaden thomas ein friedebringer den krieg bringt er dir nach engeland überall auf seinen wegen tumultuierten die sachsen und griffen zu ihren äxten ich hab es von augenzeugen das schien mir schon damals unmöglich wie ich die geschwächten sachsen kannte aber ich hörte kaum auf die kollernden worte des bischofs denn alle meine sinne war er auf meinen könig geheftet dessen innerstes zu sieden begann er hatte die berichtigungen des verständigen klärers in der betäubung seines zornes nicht vernommen jetzt kam die lodernde flamme zum ausbruch herr heinrich von dem aufruhr oder der demut des primas gleicherweise empört sprang in sinnlosem zorne vom sitz empor und stieß seinen becher so hart von sich daß er weit über die tafel rollte den wein in roten strömen auf das linnen vergießend wie blut in den schnee ich habe ihm verboten meinen boden zu betreten schrie der könig mit bebender stimme ich weiß er verbirgten seinen busen und gewande auch einen päpstlichen bannbrief gegen mich seinen könig er hat mir ihn selbst gezeigt der böse jetzt schlug er verzweifelnd die fäuste gegeneinander und wehklagte ich habe ihn gekleidet und geschmückt wie eine geliebte er hat wie ein schmeicheltes hündlein das brot aus meiner hand gegessen und dieser teufel von undankbarkeit tritt mich mit füßen zerreißt mein haus und zerstört mein reich er blickte irr über die verstummte tafelrunde und schleuderte seinen rittern die beschimpfenden worte zu ich mäßte knechte sie zehren am mark meiner länder und strecken die füße aus unter meinem vollen tisch aber keiner dieser fresser und schwelger ist mannes genug mir einen verräter vom halse zu schaffen während der herr mit rollenden augen auf und niederschritt und sich keiner mit der rede an ihn wagte hatte sich die mehrzahl der königsgäste erhoben und umringte den bischof diesen mit fragen und vorwürfen bestürmend hinter dem stuhle des königs stehen geblieben sah ich am untern ende der plötzlich gelichteten tafel vier zusammensitzen die sich blicke zornigen einverständnisses zuwarfen und im flüstertone als hielten sie geheimen rat aufgeregte worte tauschten ihre namen herr sind euch bekannt denn die legende hat sie in alle vier winde gerufen sie sind die unseligsten aller lebenden und jedes christenkind in engelland bekreuzt sich vor ihnen das ist zum ersten herr wilhelm tracy der spötter dann herr richard aus der bretein herr rinald der schöne ein liebling der weiber und letztens herr hug der einsilbige ich stand zu ferne um ihre worte zu verstehen aber ihre gebärten sprachen deutlich genug noch seh ich wie herr hug sich die lippe benagte wie herr rinald seine weichen langhaare um die finger schlang und zerriss während herr richard der zorn dunkelrot in die stirne stieg und der witzige mund des herr wilhelm tracy der sonst voller gelächter war sich zum bittersten ohne verzog dann schienen sie einst geworden und verschwanden zusammen durch eine hintertür ich wandte mich nach dem fenster und sah die viere im schloßhofe ungeduldig auf ihre rosse harren und sie sang hastig besteigen als ich am abend dieses schlimmen christtages in der kammer meines herrn erschien um seinen jagdbefehl für morgen zu holen fand ich ihn wie den zornmütigen zu geschehen pflegt stumm und niedergeschlagen so dass ich es wagen durfte meinem geängstlichen herzen luft zu machen zu mittag nach eurer scharfschneidigen tischrede begann ich sind vier eurer gäste und ich nannte sie spornstreichs verritten ich meine nach der küste hätten sie aus euren entrüsteten worten einen wunsch oder einen befehl herausgehört o herr was dann wenn sie eure rede in eure tat verwandelten es wäre nicht euer wille er starrte mich an mühsam seine gedanken zusammenknüpfend und antwortete nicht bei der glückseligen krippe warnte ich flehentlich das ist kein geringes alle heiligen und engel wollen euch behüten daß ihr euch keinen märtyrer auf die seele ladet jetzt begriff er mich plötzlich und packte mich an der schulter wann sind sie verritten fragte er obwohl ich es ihm eben gesagt hatte warum mahnst du nicht zu guter zeit krächzender rabe noch ist es nicht zu spät versetzte ich unerschrocken betrachtet die von mitternacht heranziehenden schneewolken sicherlich tobt die see und sie haben gegenwind so sattle meinen berber befahl er ihr überholt den sturm erreiche die viere und bring sie mir zurück du ereilst sie mir ich will es herr sagte ich sie werden mich nicht hören denn ihr habt ihre ehre aufs blut gereizt besser ich reite einen anderen weg erreiche die küste wo der meeresarm am dünsten ist presse dort das schnellste schiff wem es gehöre gelänge nach canterbury vor den vier von eurem zorne gejagten und schaffe herrn thomas in eurem namen sicherheit das ist eine sache drohte er wisse eines ich will nicht dass dem prima sein leides geschehe wird ein haar dieses ehrwürdigen hauptes gekrümmt so büßest du dafür und baumelst mir am nächsten galgen es hätte dieser unsinnigen drohung für mich nicht bedurft nie wurde schneller gesattelt nie rastloser geritten unterwegs erfuhr ich die viere hätten sich dem nächsten seehafen welchen sie den bord der gnade nennen zugewendet und eilte quer durch französisches land nach galle von wo mich ein schnellsegler in wenig stunden nach engeland hin überbrachte während ich inmitten der stürzenden wellen gottes liebe mutter die mich auch erhörte inbrünstig anrief mich den vier zornmütigen nur wenigstens um zwanzig ave maria vorkommen zu lassen auf englischem boden wurde ich häufig von streifenden geharnischten normannen angerufen denn das land war in unruhe und die sage überall verbreitet der primas umgebe sich in kanterbury mit sächsischen waffen von diesem in der luft herrschenden geiste der bangigkeit gejagt trieb ich auf die fliegende mähne des berbers mich beugend das edle tier zu rasendem laufe und dennoch schien es mir als wollten sich die aus dem hauserhaufen von canterbury aufsteigenden türme der kathedrale auf die ich meinen blick unverwandt geheftet hielt nicht vergrößern als ich mich endlich in schweißgebadet den mauern der stadt näherte fand ich die straße vor dem tor mit frisch abgehauenen tannenzweigen und dürftigen wintermaien den zeugen eines friedfertigen einzuges bestreut ich glitt vom pferde und führte das schnaufende tier durch eine hintergasse in die brauerei wo ich abzusteigen pflegte denn ich hatte nicht selten meinen könig nach kanterbury begleitet dessen eben vollendetes münster als ein wunder der neuen baukunst galt der hauswirt ein sachse der zugleich der aldermann von canterbury war schloss gerade behutsam die läden der gegen die lange hauptgasse gewendeten fensterreihe als ich ihn fragte wozu er am hellen tage finsternis mache deutete er mir mit der linken zu schweigen und schob mich mit der rechten vor die breite spalte eines fensterbalkens ich lugte durch und sah die viere von der königstafel in voller rüstung die gasse auf und niederreiten mit ausgestreckten schwertern auf die fenster und haustore weisend jeder halte sich im hause keiner setze den fuß auf die gasse gebot herr wilhelm tracy der seinen rappen vor der wohnung des aldermanns herumries während das tier aus schnaubenden nüstern eine dampfwolke in die kalte winterluft ausstieß nachdem der herr sein roß gewendet wiederholte er den befehl nicht in der verächtlichen weise wie der normänische hochmut die sachsen anzufahren pflegt sondern mit feierlichem heraldsrufe die erschrockenen bürger gehorchten hier schloss sich eine kaufbude dort trug ein höker weib jammert seine körbe weg weiter unten hob eine geängstete mutter ihr auf der gasse spielendes kind auf den arm und flüchtete es heim der witzige herr tracy war nicht zu kennen ernst und unglücklich schauten seine augen unter den schwarzen brauen hervor aus der blässe seines angesichtes es wurde mir deutlich daß sich die viere unterwegs geeinigt hatten und die auf ihrer seele brennenden schmachworte des königs nicht mit einer zornigen worttat sondern mit gericht und bluturteil zu löschen gedachten auch ich ratschlagte mit dem aldermann machte den rechten und letzten willen meines herrn und königs geltend und gebot ihm sobald die vier gewichen seine bürger zu ermutigen zu bewaffnen und mit ihnen meines zeichens zu harren dann schlüpfte ich durch seitengästchen und erreichte das feste erzbischöfliche haus wo sie mich als königsknecht und eine in engelland wohlbekannte person ohne schwierigkeit ja bereitwillig wie einen nothelfer einließen sie führten mich in eine prächtige lieblich erwärmte halle wo der primas unter vielen klerikern und dienenden brüdern tafel hielt hinter denen ich mich barg ungern mich geduldend bis der augenblick es erlaube mich herr thomas zu nahen er selbst berührte keinen bissen sondern hielt das geisterhafte haupt mit geschlossenen augen in den bischöflichen stuhl zurückgelehnt einen armen frommen mann aus canterbury anhörend der mit bebender stimme den eintritt der viere berichtete nachdem er ihn von der nähe der gefahr überzeugt hatte beschwor der sachse den primas sein leben durch die flucht zu retten ein ängstliches gemurmel lief um die tafel herr thomas aber regte sich nicht es ist genug sagte er ruhig segnete und entließ den weinenden dann sprach er gib mir den kelch und der junge kleriker an den er sich wandte ein blondlockiger knabe in weißem faltigem gewand reichte ihm eine mit wasser gefüllte kristallene schale die er langsam ausschlürfte jetzt trat ich vor und warf mich dem primas zu füßen ihr würdiger vater ich komme von meinem könig ihm ist bange um euch rief ich er sendet mich auf eiligen schiffen und dampfenden rossen dass ich euch mit meinem leib decke und die königliche macht über euer haupt breite auf fromme brüder und ich wendete mich an seine kleriker auf stehet mir bei führet euren bischof in sein innerstes festestes gemach und ihr andern helft mir die tore versperren und die türen verrammeln ist nur das erste feuer der vier herren verlodert und ihr erster anlauf abgeschlagen so geleite ich mit hilfe der leute von canterbillen primas in die nächste königliche burg herr thomas im namen der benedeiten mutter widerstrebet nicht gebt euch in des königs schutz und euch wird kein haar gekrümmt werden ohne sich von der stelle zu rühren richteten die kleriker insgesamt ihre blicke auf den primas doch dieser machte mit wenigen gelassenen worten meinen anschlag zunichte besser als dir ist der wille deines herrn mir bekannt ich lese deutlich in seinem herzen gottes ewiger ratschluss und der vorsatz meines königs erfülle sich an mir bei den fünf heiligen wunden schrie ich außer mich geratend der könig will nicht dass ihr hier erwürgt werdet trägt er die schuld wenn ihr die trotzige absicht habt euren leib und des königs seele wissentlich und frechentlich zu verderben da wandte sich plötzlich herr thomas gegen mich und schlug mich mit biblischen worten hebe dich von hinnen du schalk und böser knecht denn du bist mir ärgerlich erschrocken sprang ich auf die füße und wich zurück unter die kleriker ich war betrübt und mehr noch ergrimmt daß herr thomas der bis heute säuberlich mit mir gefahren war im augenblicke daß ein innerstes offenbar wurde mir so böse und ehrrührige namen gab als wäre ich ein erzschelm von lange her war das nicht eine ungerechtigkeit ich überlasse euch das urteil jetzt da ihr meinen wandel von jung auf kennt und ich euch nichts von meiner blöße verhehlt habe bevor ich den schmerz dieses unverdienten schlages verwunden hatte wurde die tür geöffnet und die vier normenischen herren traten in die halle ohne rüstung und waffen in gewöhnlicher hoftracht sie begrüßten den primas mit tadelloser courtoisie und feindseligen minen der bischof hatte sich bei ihrem eintreten in seinem stuhl emporgerichtet und ich wunderte mich über die erhabenheit seiner gestalt aus welcher jede schwäche gewichen schien er erwiderte den gruß seiner finsteren gäste ebenso adelig und lud sie die hand leise bewegend an seine tafel sie setzten sich wie steht es um einen herrn und könig fragte er sie nach einer weile und erhielt keine antwort ist friede fragte er wieder die vier aber betrachteten den bischof die einen mit gesenkter stirn unter drohenden brauen hervor die anderen mit scheuen seiten blicken nur ein unverständliches gemurmel kam über ihre lippen zuerst er mannte sich herr richard den sie seiner unbezwinglichen fausthalben frappedür das heißt in unserer zunge schlagehart nannten im namen des königs kommen wir sagte er ich glaube euch versetzte der primas ihr die ihr um ihn seid versteht seine winke und erfülle seinen willen hebe den bann von dem bischof zu york primas oder hebe dich selbst aus engeland fuhr herr frappedür fort und der einsilbige stimmte bei hebe den bann oder dich selbst nicht ich allein jetzt hat ihn auch ein anderer als ich der heilige vater in rom mit dem banne belegt erwiderte herr thomas ruhig an diesen wende sich mein bruder in york meine sache kann das nicht länger sein ich suche nur den frieden so entrinnst du uns nicht du doppelzüngiger drang herr wilhelm tracy der unter den vieren der gewandteste redner war auf den primas ein befreie den bischof von dem banne den du auf ihn geschleudert hast er brennt ihm stärker auf der haut als der römische genug der unterscheidungen und spitzfindigkeiten gehorche deinem könige und lehensherrn in geraten treuen wie wir alle tun bist du nicht lediglich ein geschöpf seiner gnade wer hat dich aus dem nichts gezogen und aus einem sachsen zu einem menschen gemacht woher kommt dir die erhabene macht dieses stuhles du undankbarer feindseliger sprich und bekenne aus wessen händen hast du sie empfangen da rief herr thomas mit durchdringender stimme daß es durch die halle zitterte aus den händen meines königs zu seinem gericht über dieser harten rede gerieten die viere in aufruhr rinalds der schöne drehte an den fingern seiner handschuhe die er bis jetzt spielend in der linken gehalten herr richard frappedür stieß mit rücken und fuß seinen stuhl zurück dass das eichenholz krachte und der einsilbige sagte endet herr thomas aber sprach mit heiliger hoheit ich glaube ihr drohet tapfere herren was will mein könig von mir was sein ist will ich ihm geben meinen leib hier ist er nehmt ihn mein gewissen aber gehört weder ihm noch mir vergessen wir der ritterlichen sitte nicht sprach herr wilhelm herrn überlasset mir die fragestellung er erhob sich und trat in totenblässe vor den primas thomas beckett nimmst du den bann von dem bischof zu york rede herr thomas aber schwieg und verurteilte sich damit zum tode thomas beckett du hast den englischen boden gegen den willen deines königs und den spruch seines parlamentes wieder betreten weiche aus engeland zugesagt ist ihr freies geleit bis ans meer wann siehst du von hinnen rede herr thomas aber schwieg eine weile harrte herr wilhelm auf antwort dann schloß er finster das ist felonie dein blut über dich die viere verließen den saal mit gemessenen schritten ich wußte sie gingen sich zu waffnen es entstand nun eine so große stille daß ich mein herz wie einen hammer gegen die rippen schlagen hörte da erklang aus dem schweigen stark und markig eine stimme die ich anfangs nicht erkannte sie gehörte herr thomas der einen ihm gegenüber an der wand hängenden christus mit inbrunst ansprach fürst der schmerzen nimm wohnung in diesem leibe wieder hörte ich lange zeit nichts als die schläge meines herzens dann sprach herr thomas zum andern male und streckte seine schmalen hände aus durchstich sie und gewähre mir deine passion da erbebte ich in ehrfurcht und getraute mir nicht länger das angesicht des herr thomas zu besehen weil ich fürchtete der dreifaltige habe in seinem leib einzug gehalten und blicke majestätisch aus seinen augen aber ich raffte mich zusammen als ich auf dem gange waffenlärm vernahm stürmte nach der pforte und stieß alle riegel vor durch mein zufahren wie aus dem banne eines traumes gelöst umringte der ganze haufe der kleriker den primas etliche viele ihm zu füßen andere die ihn fortziehen wollten fassen seine arme noch andere umschlangen seine hüften um sich seiner zu bemächtigen und ihn mit liebender gewalt wegzutragen inzwischen schmetterten beilschläge von draußen gegen die türe der primas aber wollte von dem sitze wo er gerichtet worden nicht weichen da trat ein schlanker klugblickender diakon vor ihn hin legte den finger auf den mund und machte ihn auf das feine geläute eines glöckleins aufmerksam das in dem tumulte kaum zu vernehmen war es läutet zur vesper und man erwartet euch in der kirche vater mahnte er thomas becket erhob sich ohne weigerung ein zug ordnete sich und der primas durchschritt hinter dem vorgetragenen kreuze den langen gang der durch das innere des bischöpflichen hauses in den chor der kathedrale führte auch ich wandelte in reih und glied mit den psalierenden pfaffen hier hielt der armbruster inne sein blick richtete sich auf eine neben ihm auf dem kamin simse stehende sanduhr in welcher eben die letzten körner aus dem oberen in das untere glas rollten hans drehte die uhr und sagte heute jährt es sich und es war zu dieser stunde des nachmittags daß herr thomas seinen letzten gang antrat in den chor des münsters gelangt warf er sich vor dem fronaltar auf die knie von seinen klerikern umlagert deren mehr als einer an den bogentoren des lettners lauschend furchtsame blicke durch die länge des schiffes nach dem hauptportale irren ließ durch welches die normannen jeden augenblick einringen konnten denn der diakon hatte diese zufluchtsstätte nicht der festigkeit sondern der unantastbaren heiligkeit des ortes wegen gewählt auch ich hielt das portal unverwandt im auge entschlossen im letzten augenblicke nicht gegen die vier herren das schwer zu ziehen es solches war mir als einem knechte verwehrt aber herrn thomas mit meinem leibe zu decken ob ich die schuld vergossenen märtyrerblutes von meinem herrn und könig abwende alle frist nimmt ein ende es klirrte und blitzte unter dem portal die viere traten geharnischt vom wirbel bis zur sohle in die pforte und stürmten mit nackten schwertern durch das schiff der kirche mir nach geträume des königs schrie herr wilhelm tracy schleunig wollte ich noch die offenstehenden festen gitterpforten schließen die den chor von der kirche trennen aber der primas der sich erhoben und gegen seine mörder gewendet hatte wehrte es mir mit unwiderstehlicher gebärde seine kleriker aber alle umdrängten ihn die jüngeren und mutigeren füllten die stufen voran auf die unterste stellte sich festen fußes trust an grimm der das kreuz trug die anderen standen und knieten um den bischof und drückten sich durcheinander wie eine erschreckte und verwirrte herde deren hirte geschlagen wird wo ist der verräter rief herr wilhelm tracy da hielt der tapfere mönch trust an das kreuz mit beiden händen gegen ihn empor als einen schutz und eine drohung ein schwert hieb ein blutstrahl und der vom leibe getrennte arm sank mit dem kreuz auf die erde jetzt griffen die viere mit flach fallenden hieben die geängstigte pfaffheit an und rieben die auseinanderstürzenden geschorenen feige flucht ich aber trat nahm den herrn thomas der mitten vor dem hochaltare stand die arme öffnend wieder gekreuzigte über ihm als hätte sich dieser verdoppelt der könig will dass du sterbest sprach tracy und erhob das schwert es geschehe antwortete herr thomas ich umschlang ihn mit diesen beiden armen und fühlte den schlag niederblitzen und wurde im selben augenblicke oder dem rufe fortknecht von einer eisernen faust die nur dem frappendür gehören konnte gepackt und geschleudert dass ich sausend mit dem schädel gegen eine säule fuhr während mir die sinne schwanden sah ich ein blutmeer vor meinen augen und darin ein sterbendes lächelndes haupt wie lange ich auf den steinplatten lag ist mir unbewusst als meine sinne wiederkehrten war ich allein in der kirche ich versuchte mich aufzurichten aber wagte nicht nach der leiche des heiligen hinzublicken die zwei schritte von mir entfernt vor dem altare lag da aber sah ich wieder zurücksinkend dass mein lederkoller mit dem blute des gemordeten benetzt war jetzt erhoben sich aus der dunklen tiefe des schiffes zerreißende klagetöne das wegeschrei wuchs und wuchs und die kirche füllte sich mit armem sächsischem volk nach seinem vater schrie und die rache des himmels auf die mörder herabflehte mit unheimlicher hast und liebe stürzten sich neben mir die gestalten über den heiligen leichnam umfaßten die toten hände und füße küßten die wunden und wuschten sie mit tränenströmen ihre kleider und lumpen aber tunkten sie gierig in das ausgegossene märtyrerblut endlich brachte ich mich auf die knie zog mit noch umnebelten sinnen ein tüchlein hervor und wischte die rieselnden tropfen von meinem wams da ward mir jammervoll zumut und ich stöhnte mea culpa mea maxima culpa also sprechen ließ sich hans der armbruster als wäre das vergangene wieder gegenwärtig stöhnen von seinem schemel in die knie sinken herr burghardt streckte mitleidig seine alten arme nach ihm aus und tröstete ihn mit liebreich zuspruch dreizehntes kapitel unterdessen war das kärgliche licht des wintertages zur neige gegangen und da gerade ein dichter tanz von schneeflocken vor dem fenster wirbelte ward es plötzlich so dunkel in dem schmalen gemache dass die zwei alten kaum mehr die züge der eine des andern unterscheiden konnten ein paar letzte flämmchen zuckten wie ihr lichter über die kohlen denn der erzähler wie der hörer hatten das schüren des feuers vergessen und nichts war vernehmbar als das leise schnarchen dies hart vor dem herde ausgestreckten tapp und das knuspern eines in der nähe des brotkastens geschäftigen mäuschens da trat der alte knechtes chorherrn mit einem arm voll holz herein näherte die glut und ließ mit schnarrendem geräusche die in ketten hangende dreischnäbelige öllampe nieder welche nach einer weile mit ihren gleichmäßig brennenden lichtern den gewölbten raum ruhig erhellte ich bin zu ende seufzte der armbruster denn was wäre noch zu sagen nachdem ihr nun jenes blutende und an den steinstufen zerschlagene haupt erblickt habt was wäre noch zu sagen von dem könige und von mir seinem armen knechte außer wenn ihr hören wollt wie mein herr unter der immer schwerer drückenden bürde des heiligen leichnams zusammenbrach denn herr thomas durfte ihm auch in der glorie nicht verzeihen und wie der friedlose den knecht als einen verhassten und mitschuldigen von sich trieb und doch hat sich herr heinrich vor der gruft seines getöteten gegeißelt und ihn aufrichtig angebetet wie es in der chronik verzeichnet steht nach der glaubwürdigen aussage meiner chronik bemerkte der chorherr bedenklich hat sich dein könig am grabe des heiligen thomas zu canterbury gegeißelt aber nicht ohne kluge und weltliche absichten denn er wollte sich im streite gegen die söhne stärken und die im abgewendeten herzen seiner sachsen wiedergewinnen du selbst hans hast mir offenbart dass dein könig ein großer sünder gewesen ist als ein gleisner und heuchler meint ihr rief der armbruster entsetzt und fuhr durch diese anklage weitergerissen fort bei dem dornen gekrönten haupte gottes nie hat ein mensch redlicher gebetet als herr heinrich in der stunde da er die steinernen füße des heiligen mit küssen und tränen bedeckte ein sächsischer steinmetz hatte ihn abgebildet auf seiner gruft liegend die hände über der brust gekreuzt still lächelnd nicht des mannes kunst aber die ähnlichkeit des bildes war groß denn er hatte sich dem primas bei dessen lebzeiten wohl eingeprägt und sich seines antlitzes bemächtigt ich kniete hinter meinem herrn während er reue ich seiner sünden gedachte und als er das fleisch seines rückens zur geißelung entblößte lief es mir heiß und kalt über den meinen ihn brünstig bat auch ich den heiligen in die stapfen gottes zu treten und seinen mördern zu verzeihen inzwischen stöhnte er heinrich nur den liebling das löwenherz nimm mir nicht du mächtiger streiter gottes wie wenig habe ich dich gekannt du heiliger mann in dessen nähe und atem ich verworfener zu leben gewürdigt war ein hornstoß ertönt ich kenne das signal ein reitender aus dem heerlager meines königs in frankreich geschwind werfe ich herrn heinrich einen mantel über die strieben seiner schultern drehte vor das portal empfange die botschaft und stürze mit dem schreiben zu meinem könige zurück ich glaubte herr thomas habe ihn augenblicklich erhört und ihm sieg gegeben über seine söhne er bricht zitternd das siegel aber die buchstaben schwimmen ihm vor dem augen ließ befiel der zornig vor sehnsucht nach sieg und friede aber was ich las lautete anders ich richard graf von poitou klage nicht in meiner sache sondern in der meines erziehers und geistlichen vaters im himmel dessen mörder heil und ledig auf der erde umhergehen ohne ein königs urteil welches sie verfolge ich verdamme diese läsigkeit und damit niemand daran zweifle verkündige ich königen und völkern dass ich mich lossage von meinem vater nach dem blute wie er selber von christus und seinem zeugen sich losgesagt hat während ich stammelnd dieser grausamen schrift sprache gab war der herr mit starren hervorquellenden augen an mich herangetreten die stimme versagte mir er aber fuhr mir mit beiden händen an die gurgel das lügst du schand bube schrie er und brach ohnmächtig zusammen herr thomas aber auf dem grabsteine lächelte genug rief der erbleichende chor her und streckte seine hände abwehrend gegen den armbruster aus herr burkhard liebte das heitere und ergötzliche wie das hohe alter pflegt das nur noch einen letzten rest des lebens zu genießen hat als er den armbruster in sein gemacht so war es ihm darum zu tun gewesen ein paar geschichtchen und menschlichkeiten aus dem leben des heiligen zu belächeln und das gold des neuen heiligen scheines der bescheidenheit zu lieb ein wenig zu schwärzen hans aber hatte ihm einen qualvollen kampf und zwei schmerzverzogene menschen angesichter gezeigt und diesem eindrucke war er nicht gewachsen er suchte nach einem scherzworte um ihn abzustumpfen mich tröstet sagte er nach einer weile daß du vor mir sitzest als ein frommer und ehrbarer wahrlich du bist ein schmeidiger mann daß dich dein könig nicht am gurt erwischt und mit hinuntergerissen hat der armbruster hatte sich mit funkelnden augen auf seinem schemel aufgerichtet seine erzählung hatte ihn erleichtert wie eine beichte und in allen muskeln gestärkt denn er besaß trotz seiner grauen haare ein tapferes herz das die harten sprüche der in menschlichen dingen verborgenen gerechtigkeit ertragen konnte auch ich bin nicht ungeschlagen davon gekommen sagte er doch ich verzog mich bei zeiten und ließ es an mancherlei heilbringendem nicht fehlen ich will euch das noch in kürze berichten wie ich der jetzige geworden bin die gäule laufen rascher wenn es dem stalle zugeht als ich nach seiner geißelung hinter herrn heinrich nach schloß winzow zurücktrabte ward mir zur sicherheit daß meines bleibens im königsdienste nicht länger sein werde seit dem tode des primas war ich den augen meines königs ein ärgernis geworden und er hatte mir meine ohnmacht jenen aus den händen seiner mörder zu reißen mit zornigen unbilligen worten vorgerückt wo der herr mich erblickte wendete er sich ab ein wohlgebildeter page von vornehmem aquitanischem geblüte hatte mich bärtigen im schenkendienst ausgestochen auch auf die jagd begleitete ich ihn nur noch selten und zu seiner buße in canterbury hat er mich mitreiten lassen weil er sich vor mir nicht zu schämen brauchte auf schloß winzow nahm mich der waffenmeister herr rollo ins verhör denn die geißelung des königs war ruchbar geworden und wanderte unter den sachsen erbauung und schadenfreude verbreitend von mund zu munde da er die schmähliche wahrheit vernahm schwoll ihm die dunkle zornader auf der stirn zum zerspringen und er machte sich nach seiner weise luft mit frechen worten an seine gruft ist er gekrochen und hat den feigling angebetet wie mag der bleiche in seiner höhle gekichert haben und dass er ihm noch unter dem boden hervor einen stich gab das ist der schlange würdig ein gepeitschter normännischer könig aber es ist sich nicht zu wundern hast du gesehen hans schon seit jahr und tag trägt der könig heinrich ein pfaffengesicht auf den schultern hierin sagte herr rollo die wahrheit das angesicht meines königs war nicht mehr zu kennen es war zerfallen und nach unten gesunken statt des freudigen leuchtens von ehemals gab es nur noch einen matten schein von sich wie faules holz in der nacht die englische luft ist mir stinkend geworden zürmte herr rollo ich ziehe nach der feuerspeienden insel sizilia wo mir ein neffe lebt hans nimm eine kohle dort vom herd verstandene der waffenkammer und schreibe für mich ein valet an die wand das ich keinem gegeißelten könige diene ich wußte der edle herr war des schreibens unkundig und ich brachte seine gedanken nach kräften in einen lateinischen spruch mit dessen fassung er sich zufrieden gab und der lautete bevor ich aber die kohle ansetzte bemerkte ich ich habe dieselbe fahrt herr wie du gehst bogner der könig wird dich missen warf er hin und runzelte die stirn ich wies auf die blauen flecken meines gewürgten halses und sagte zum dritten male schon habe ich herrn heinrich unheil verkündet was wunder daß er dem raben gram wird mein königsdienst bringt ihm kein glück mehr was soll ich seinen zorn reizen ich will gehen bevor er wie könig saul zur schlimmen stunde einen spieß nach mir wirft aber das ihr von ihm lasset herr den er wert und teuer hält als den ältesten zeugen und die verkörperung des normannischen ruhms das wird ihn als ein böses omen erschrecken und verfinstern da riß mir der waffenmeister die ungebrauchte kohle aus der hand warf sie gegen den herd und wandte mir finsterbrummend den rücken am selben tage trat ich vor meinen herrn und bat um entlassung mit schwererem herzen noch als an jenem ersten tage meines herrendienstes da ich ihm in demselben gemache meine vervollkommnete armbrust gezeigt hatte er schaute mich nicht unfreundlich nur fremd und traurig an und gnadete mich ab ein reicher mann wurde ich damit nicht aber meinen ehrlichen lohn ließ mir herr heinrich durch seinen schatzmeister ausrichten als ich meine kammer in windsor räumte fand ich in der tiefe einer truhe wohin ich es verstoßen hatte das tüchlein mit dem blute des heiligen was damit beginnen wohl war es köstlicher als der ganze lohn den mir könig heinrich hatte verabreichen lassen denn schon damals wurden die geringsten überbleibsel des herrn thomas hundert ja tausendfach mit gold aufgewogen aber es ging mir gegen die erinnerungen des gemütes ein blut zu verkaufen an welchem ich nicht ohne einige schuld war die zwei übrigen auswege das blutige tüchlein an mir zu behalten oder es zu vertilgen waren gleicherweise bedenklich bevor ich engeland verließ versäunte ich nicht meinen frühern meister den bogner in london aufzusuchen er hatte mir gutes erwiesen und während meines königsdienstes war ich ihm abtrünnig geworden er empfing mich mit großen ehrenbezeugungen denn er wußte nicht daß ich in ungnade gefallen war und lachte und weinte wie ein kind bitternis und herzeleid hatten ihnen leib und seele geschwächt ich fragte nach hilde sie liege an einem zierenden fieber da nieder sagte er und führte mich in ihre kammer als sie mich erkannte leuchtete ein glanz aus ihren tiefliegenden blauen augen sie dankte mir dass ich gekommen sei sie haben danach gedürstet mich noch ein einmal vor ihrem sterben zu sehen in mir aber stieg mit dem mitleid die alte liebe mächtig auf so dass ich ihr vorschlug gedemütigt wie ich war durch die schläge des schicksals sie als mein angetrautes weib mit mir heim zu führen wenn sie nur gesunden könnte sie nickte aber zweifelnd und traurig da fiel mir mein kostbares heiligtum ein denn es war in ganz engeland ein großes rühmen und prahlen von den durch die reliquien des heiligen thomas gewirkten genesungen und wundertaten tote sogar so predigte die sächsische pfaffheit sei in kraft der berührung mit denselben in die zeitlichkeit zurückgekommen im schnellsten ritte jagte ich nach windsor und zurück ich eilte mit meinem tüchlein hinauf in ihre kammer sie schlummerte und ich legte es ihr leise auf die brust da regte sie sich lächelte freundlich tat ein paar schwere atemzüge schlug die augen strahlend auf und schloss sie wieder mit einem leisen seufzer herr sie war tot da fasste mich ein grimmiger schreck und zorn das herr thomas der die toten auferwecke mich unversöhnlich verfolg ihren mir mein liebes töte ich entfloh und das blutige tüchlein ist wohl mit ihr eingesagt worden ich hatte eine stürmische meerfahrt und zweimal warf mich die welle an die englische küste zurück nachdem ich endlich festen boden beschritt strebte ich nach schwäbischen landen denn die erfahrung des lebens hatte mir die lust der wanderung und weltlichen neugier völlig ausgetrieben wie ich einmal wieder mein roß im rhein getränkt hatte zog mich das heimweh unaufhaltsam strom aufwärts bis durch das tor schaffhausens dort fand ich den juden manasse verschollen und wurde als ein weltkundiger und namhafter mann mit ehren aufgenommen ehe der flitter meines ruhmes verblich heiratete ich eine junge wittib die mir neben zwei knäblein ihres ersten bettes einen turm in schaffhausen und einen sonnigen weinberg am rheine zubrachte ihr traut es mir zu herr daß ich obzwar adeliger mann und gewesener königsknecht mein handwerk nicht aufgab vielmehr unverweilt eine fröhliche werkstatt auftat aus welcher ich bald einen weiten umkreis von burgen und städten mit großem und kleinem geschoss versah von meinem könig aber erfuhr ich nichts als daß er mit sich und seinen söhnen nicht zum frieden kommen konnte dabei gab es sich eines tages daß ich das ältere büblein meiner frau an der hand gegen den reinsturz hinausging um mit einer neuen armbrust über den strom zu schießen prüfend in welchem maße durch den wirbelwind der dort über den wassern schwebt der flug des geschosses gestört werde wie ich nach dem zielpunkte am jenseitigen ufer spähe erblicke ich die graue gestalt eines ritters auf einem felsblocke sitzend das schwert quer über die knie gelegt wie euer karolus magnus ihrer münster turme meinem knäblein beginnt es zu grauen und ich zerbreche mir den kopf wer das seltsam natürliche bildwerk über macht in die wildnis an den strom gesetzt habe da hebt der ritter langsam die gehörnischte hand empor und ich sehe wie er mir winkt jetzt erkenn ich ihn springe in den nachen des fergen stoße mich über und herr rollo ruft mir entgegen ich grüße dich schwabe und lade mich bei dir zum nachttrunke heimkehrend sagte er mir er sei auf der fahrt nach palermo heute in dies städtchen am reine gekommen habe er hengst und dienstleute dort untergebracht und sei dann von einem fernen donnern gelockt neugierig stromabwärts gegangen bis zu diesem tapferen wasserspiele als wir zusammen durch die gassen von schaffhausen schritten und das volk den gewaltigen alten herrn bestaunte war mir als hätt ich vorzeiten unter einem fremden riesengeschlechte gelebt herr rollo trank manchen becher meines weines und lobte ihn ich aber wagte endlich eine frage nach meinem herrn und könige da blies der waffenmeister in die luft und ich verstand herrn heinrichs seele sei von hinnen gefahren und sein sterben fragte ich angstvoll wie war es unpfäffig gab er zur antwort ein roter vaterzorn hat ihn wie der strahl getötet denn abgott der knabe richard hatte ihn mit hilfe des kappedingers unter sich gebracht und forderte als erste bedingung des friedens einen väterlichen segen wenn es auch nur die leere gebärde wäre da erhob sich herr heinrich von meinen armen gehalten voll stillen grimes auf seinem siegbette und streckte gezwungen seine rechte über den sohn aus aber die falsch segnenden finger zog der sterbekrampf zusammen und sie erstarrten in der luft haltet ein herr rollo rief ich schaudernd und nach einer weile fuhr ich fort gestattet ihr es so begleite ich auch eine strecke weit ich will eine wallfahrt tun zu der schwarzen mutter gottes von einsiedeln mich verlangt für die seele meines herrn zu beten am zweiten tage erreichten wir die unfruchtbare hochebene wo mein ratszelle liegt herr rollo kehrte nicht an er wandte und spornte sein pferd indem er mit leichtem kopfnicken von mir abschied nahm und gegen die türme des klosters ausspieg ich aber stieg von meinem tiere und zog mit nackten füßen und barem haupte zu der heilsstätte nachdem ich dort alles übliche und reinigende verrichtet trank ich zum abschiede noch einmal von jeglicher röhre des brunnens der wie ihr wisst dem gesegneten leibesankt meinrats entsprungen ist wie ich den andächtigen mund von einer röhre weghebe sehe ich an der nächsten das durstige haupt eines pilgers hangen die in der rechte ärmel leer an der seite niederfiel jetzt erhob auch er das angesicht gegen mich und wir schauten uns in die augen ehe wir uns dessen weiter versahen waren wir beide aufgesprungen und hielten uns an den gurgeln trust an grimm und ich da erscholl neben uns ein kräftiger baß hände weg und ein blühender junger mönch fragte uns nach herkommen und heimat als er erfuhr der eine von uns sei der kreuzträger des heiligen thomas der andere der leibknecht könig heinrichs gewesen fand er es verzeihlich daß wir uns an die hälse gefahren schied uns aber mit gleichmäßiger buße jedem seine zahlfarbe unser auferlegen unter ehrlichen predigt keine leute hätte kleine leute hätten sich nicht in den streit großer herren zu mischen zumal wenn diese schon an einem der drei jenseitigen orte ihren richtigen platz gefunden hätten so zog jeder von uns seine straße ich in meine werkstatt am rhein trust an grimm nach dem heiligen grabe noch etwas böses gegen die lauen schwäbischen pfaffen in seinen roten bart wurmelnd nach zehn jahren erhob der heute noch regierende papst dem schrei engelands und der christenheit gehör gebend herrn thomas in den leuchtenden kreis der kirchenheiligen statt der geforderten drei wunder wurden deren über hundert vermeldet und verbürgt und das verdienstliche sterben auf den stufen des altars wog nicht weniger in der schale seiner würdigkeit als solches den christlichen ländern verkündigt wurde schrieb ich den namen des herrn thomas in meinen selbstgefertigten kalender ein hart unter die kleinen ersten märktürer die unschuldigen kinder von betlehem mit welchen er freilich den gewaltsamen tod durchs schwert ausgenommen nur wenig gemein hat in diesem augenblick fuhr tapp scharf bellend auf und bald antwortete ihm von der gasse herauf rütengeheul und roßgestampf ein greller fackelschein fuhr durch das zimmer und wie die beiden in den hölzernen söller hinaustraten erkannte der armbrusten an der spitze des die steile gasse herabreitenden jagdzuges seinen gönner und schuldner herrn kuno und wurde auch von ihm erkannt denn während die linke des jungen chorherrn den zügel kürzte riss er mit der rechten einen vollen ledersäckerl aus seinem gewande hervor welchen er dem armbruster in großmütiger laune entgegenstreckte hans wollte sich beurlauben doch herr burkhard legte ihm die zitternde hand auf die schulter freund sagte er nächtige du unter dem dache von sankt felix und regul hat dich doch der heute regierende heilige einen schalksknecht genannt und möchte dir leidlich unversöhnt wie er ist auf deinem finsteren wege zur herberge falsch strick und hinterhalt legen geh jetzt und erhebe deine schuld bei herrn kuno ehe die würfel fallen unterdessen wird dir das lager in meiner kammer gerüstet ich schlafe wenig und es ist mir lieb heute nacht einen lebendigen atem neben mir zu hören denn ich fürchte das blutige haupt des herrn thomas könnte mir im dunkel der nacht vorschweben morgen aber als am tage des gottseligen königs david magst du getrost deines weges fahren ende der novelle so so so